Hallihallo, Hallöchen! Willkommen zurück! Ich muss erst mal hier so umsortieren. So, Maus. Ja, ihr habt eigentlich nichts verpasst. Ich bin nur hier rausgegangen. Ich habe auf Venture noch mal kurz rumgeguckt. Ich wollte nur mal schauen, wo das Yellowjack auf der Karte war. Mehr habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wir schauen einfach mal. Wir haben ja ein kaputtes Auto. Da gehen wir jetzt erst mal hin und schauen, wie das aussieht. Ich weiß noch nicht, ob wir heute in den Dienst gehen werden. Mal schauen, denn ich wollte eigentlich ja immer noch, dass Louis jetzt erst mal nicht so gut drauf ist. Und wenn er nicht gut drauf ist, dann sollte er auch kein Taxi fahren. Deshalb gestern Abend leider nur so ... Oh, sorry. Boah, da bin ich gerade erst mal richtig am Sterben. Es tut mir leid. Ähm ... Ja, das hat gestern Abend oder heute Nacht ja nicht so gut funktioniert. Ähm ... Eigentlich ist er ja nicht so gut drauf. Und das möchte ich jetzt aber auch gerne so ... Ja, irgendwie sind wir ... Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Wir sind irgendwie so hier drangekommen, an die Seite, das plötzlich gescheppert hat. Ich weiß nicht genau, wie das ... Ähm ... Wie? Also, ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ... Es kann natürlich sein, ja, das sieht jetzt halt natürlich wieder normal aus, aber ... Ähm ... Ähm ... Ähm ... Fakt ist, dass es passiert ist. Deswegen werden wir das auch so, ähm ... Annehmen. Wir gehen jetzt einfach mal zum ACLS. Ähm ... Dass sie sich das einfach mal anschauen. Ähm ... Sind die denn da? Das sollten wir vielleicht erst mal überprüfen. Machen wir mal aus hier. Habe ich die eigentlich eingespeichert? Nö. Das ist ja schön. Dann schauen wir doch mal ganz kurz nach dem ACLS. ACLS. Stell dir vor, wir nehmen Frankfurt den Flieger. Äh ... Pfff ... Die Sitze wird jetzt schon mal offen. 777. 777. So. Also, speichern wir die mal kurz schon mal ein. ACLS. Zim, 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 zim. Achso. Ich sollte die vielleicht auch, äh ... Ja, hallo, Stitch ist mein Name. Ähm ... Hallo. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, ähm ... Ja, es könnte sein, dass ich mit meinem Fahrzeug gestern Abend, ähm ... Ja, so ein bisschen gegen eine Wand gefahren bin. Ähm ... Könnten Sie sich das mal anschauen? Kann ich da vorbeikommen? Ähm ... Ja, Sie können gerne vorbeikommen. Ja, gut, dann komme ich mal. Ist das denn noch so weit fahrtüchtig? Also ... Ja, das schon. Das, also ... Ich wollte nur mal eine Expertise. Es hatte dann an der Seite so Kratzer und das eine Fenster war auch kaputt. Hm ... Ja, und deswegen dachte ich, ja ... Vielleicht ist das so ein Riss, äh ... Vielleicht will man das ersetzen, je nachdem. Äh ... Ja, wenn Sie vorbeikommen, dann gucken wir uns doch mal. Ja, alles klar. Ich rolle. Okay ... Bis gleich. Bis gleich. Tschö. Tschö. Fahren kann es schon noch. Man sieht jetzt halt nichts mehr. Das liegt wahrscheinlich halt eben daran, weil ... Neustart und was weiß ich alles. Aber ... Fakt ist, es ist passiert. Ähm ... Es hat gescheppert. Wir waren dabei. Ich hab's auf Kamera. Auf Kamera vor allem. Auf Video. Ich weiß nicht, ich bin wirklich hier hochgefahren und da irgendwie so leicht an die Seite gekommen, dass es auf einmal ... Tcham! Da hat's gescheppert und geknallt und dann dachte ich so, ach nee ... Ich war wirklich nicht mehr in der Laune darüber noch großartig zu reden. Ich wollte nicht, dass beim Auto mal was zustößt. Ähm ... Und deswegen ... Wir fahren da jetzt einfach hin. Wir geben den RP. Die sollen mal schauen und überprüfen und gucken und, ne ... Ich meine, trotzdem finde ich das peinlicher, ähm ... Mit dem ... Blumentopf. Ja? Das fand ich immer noch peinlicher als das, was mir passiert ist. Also ... Dann fahren wir doch mal ganz kurz zum ACLS. Der ist ja zum Glück nicht allzu weit entfernt. Eine Stadt ... Eine Stadt ... Wurde nicht an einem Tag gebaut. Naja, quasi um die Ecke, ne? Also ... So ... Auch so eine Gegend, wo wir noch gar nicht ... wo wir noch nie waren, so, ne? Aber hier ist ... dass dort das Ressources ist. Schön, haben wir das jetzt auch mal gesehen. Da unten ist die Fahrschule. So ... 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 Ja, da bin ich ja schon. Ja, wir hatten ja vorhin telefoniert. Dann würde ich mal mit rauskommen. Ja. Kommen Sie mal ein Sonnenlicht an. So, welche Seite wäre es jetzt? Auf der hinteren. Also ich bin... Links, rechts? Also hier auf der Seite. Also man sieht das jetzt vielleicht nicht so gut, aber... Also ich bin quasi ins Parkhaus gefahren und ein bisschen zu weit rechts an der Seite und dann bin ich hier so lang gescheppert und da waren da so riesige Kratzer und das... Ja, dieses kleine Fenster hier an der Seite hat es ein bisschen zerschmettert. Ja gut, das kleine Fenster, das können wir kurz schneller setzen. Also was heißt schnell? Ähm, Kratzer, dadadum. Also wenn Sie das jetzt machen lassen wollen, dann wäre das ungefähr eine halbe Stunde. Ungefähr. Ja. Wenn ich da jetzt direkt dran... Ja, das wäre in Ordnung. Okay. Wollen Sie dann hier warten oder soll ich Ihnen einen Leihwagen geben erstmal oder... Nö, alles gut, ich schaffe das schon. Also brauchen Sie gar kein Auto erstmal oder wie? Nö, das geht schon. Okay. Dann würde ich das einmal ganz kurz anlegen. Äh, waren Sie schon mal bei uns? Nein. Okay. Wäre das okay, wenn ich Sie als Kunde eintrage quasi? Ja, klar. Okay, da brauche ich einmal Ihren Ausweis, wenn das geht. Einfach nur wegen den Damen. Jep, können Sie wieder einstecken. Dann bräuchte ich einmal die Telefonnummer. Ja, also dreimal die 5. Ja. 6, 7, 0. 6, 7, 0. 2, 1, 5. 2, 1, 5. Ja. Ich habe ja gehofft, dass das nicht nötig sein wird. Also hier mal herzukommen. Achso. Ja, alles gut. Das wird dann so ablaufen. Genau, ich lege das jetzt an. Sie geben mir dann gleich noch die Schlüsse. Sie bekommen dann quasi eine SMS mit Abholung bereit, Ihr Kennzeichen, so und so. Und dann heißt das quasi, Sie können es abholen. So, das ist quasi, wie es ablaufen wird. Ich kann ja schon mal gucken, was es kosten würde, weil das ist ja auch so ein Punkt, der fängt ganz gut zu wissen, Bär. Hau ich einmal kurz. Das ist halt nur leichte Kratzer sind im Grunde. Das ist das, was ich jetzt auf den ersten Blick erkennen kann. Das müsste ein Surfer sein, richtig? Ja, genau. Warte, guck ich einmal noch mal kurz nach. Sehr offen, sehr offen. Bitte sag nicht, dass das jetzt so richtig teuer sein wird, weil das so selten ist. Haha. Äh. Wie viel ist das Auto preisig, wenn ich mal so fragen darf? Das ist eine gute Frage. Ich habe das von einem Privatkäufer, also Hitler. Okay. Ähm, genau. Das wären 314 Dollar. Die können Sie dann bei Abholung bezahlen, das zum Beispiel. Ähm, geht das dann mit Karte, oder? Wir können das dann auch per Karte machen, genau. Okay, sehr gut. Also Reparatur ist immer so, das können Sie danach bezahlen. Wenn das jetzt zum Beispiel ein Tuning geht, wenn Sie jetzt sagen, ey, ich will das jetzt umlackieren lassen und so, dann ist es so, man muss, da muss man direkt bezahlen. Aber bei Reparatur ist immer bei Abholung, nur damit Sie da schon mal Bescheid wissen. Okay. Genau. Klar, Sie können jetzt auch sagen, ja, ich zahle es jetzt schon doch. Oder danach ist es komplett Ihre Entscheidung. Weil danach können Sie sich erst mal angucken, ist die Arbeit gut gemacht und dann, ne? Ja, ja, ich verstehe. Deswegen machen wir das quasi auch ein bisschen danach. Genau. Gut, dann habe ich das soweit eingetragen und würde mich da quasi auch direkt mit der Hand machen. Ja, dann gebe ich Ihnen mal den Schlüssel. Hm? Bitte sehr. Und Sie brauchen jetzt wirklich keinen Neiwagen oder irgendwas? Nö, ich schaue mal, ob meine Kollegen da sind. Okay. Alles klar, dann kriegen Sie, wie gesagt, dann ein SMS und dann könntest du es abholen. Je nachdem, ob dann noch jemand da ist und so, ne? Das kommt immer drauf an. Aber an sich, ja. Ja, und passen Sie gut drauf auf, das ist mein Baby. Mach ich. Das war echt schwer, das war echt schwer, einen Server zu finden. Hm. Ja, dann, dann bis später. Jo, bis später. Tschüssi. 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 Ah, schön. Rufen wir doch mal bei LS Taxi an. LS Taxi. LS Taxi. Ne. Die sind nicht erreichbar. Ich fasse es nicht. Mein schönes Auto. 314 Dollar. Ich muss viel mehr bezahlen. Als Miles mit seinem Blumentopf. Nein. Welch Schande. So, ich stelle mich mal hier hinter, dann wird die mich nicht so sehen und sich denken, der hätte vielleicht doch ein Auto. Blub, 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 blub. Was ne Schande. Wahrscheinlich hat sich Matthew einfach nur schon wieder nicht ausgestempelt, wa? Weiter nach Tokyo. Wie sieht's denn mit dem Bus aus? Bussi. Mhm. Mhm. Ja. Bus definitiv am Start. Vorhin ist noch einer gefahren. Als ich hier nach den Dingen, nach Yellow geguckt hab. Oh, Yellow. Hier ist es übrigens. Da. Da ist Yellow. Und ich wusste nicht mehr, was hier noch war. Wir waren ja hier noch rumgefahren und irgendwas war hier noch, glaube ich. Oder? Ich weiß nicht mehr. Irgendwo war noch was. Wo ich mir dachte, ach, hier ist das. Ich hab's schon wieder vergessen, ne? Naja. Ähm. Ham, 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 ham. Lass mich mal überlegen. Ja, ist ja doch keiner die Leitstelle. Ich fass es nicht. Gut, also ne halbe Stunde etwa. Ähm. Ne halbe Stunde. Halbe Stunde. Oh, Yellow. Ist LS Taxi auch hier geschlossen? Muss ich doch mal direkt nachschauen, ne? Taxi. LS Taxi. LS Taxi. Tatsache, die haben geschlossen. Ich fass es nicht. Ist Matthew zu erreichen? Schade. Weil mit ihm müssen wir ja noch was klären, weil ich da so eine Idee habe. Versuchen wir mal Luna anzurufen. Oder? Ich weiß nicht. Wir können auch versuchen, Anna anzurufen. Aber Anna ist halt... Naja, also das Ding ist, wir haben... Anna haben wir ja geschrieben. Wenn sie da wäre, dann hätte sie uns wahrscheinlich... Ja, wobei... Das ist bei Anna ein bisschen... Mal so, mal so, ob sie uns antwortet, ne? Hm. Aber wir können Luna mal fragen, wie es ihr mittlerweile geht. Oh, Yellow. Wo ist sie denn? Da. Ich sehe ja da. Oder auch nicht, ne? Muss meine Maus da. Ist schon wieder keiner da. Liam ist wahrscheinlich auch nicht mehr da. Liam. Ich sehe ja da. ist schon ein bisschen peinlich ist schon peinlich wen haben wir denn noch Miles ist im Urlaub Sly ist im Urlaub Tara ist nicht da Oh you know Hm, 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 ... Sei bereit, Sternenkind. Könnten versuchen, ob da Herr Newland jetzt mal dran geht. Das kann doch nicht sein. Dann hat sich aber der Matthew vergessen, wieder auszustempeln. Louis, was geht? Ne, du bist ja doch noch da. Bist du noch wach oder schon wieder? Ich bin immer noch wach. Ach du Heilige. Ja, wieso? Ja, das ist schon sehr gesund. Ja, finde ich auch. Ich bin ja noch jung. Ja, wie geht es dir denn? Ja, ganz gut. Ja, was machen Sachen? Gerade nach dem Truckstore ein bisschen arbeiten und danach, keine Ahnung, gucken. Ah, okay. Ja, ich stehe hier beim ACLS. Warum das denn? Weil eventuell mein Auto ein bisschen was hat. Hast du damit gemacht? Ich bin eventuell ein bisschen gegen eine Wand gefahren. Eventuell ein bisschen. Okay. 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 War es gestern Abend oder was? Ja, als ich nach Hause bin. Okay. Na ja, dann. Ja, und dann hat es plötzlich gescheppert und die Scheibe ist kaputt gegangen und ganz viele Kratzer an der Seite. Geht es dir denn gut wenigstens? Ja, das war ja langsam beim Einbiegen im Parkhaus. Ah, okay. Na gut, dann, solange es dir gut geht, das Schaden kann man beheben. Ja, ich bin nur ein bisschen enttäuscht, weil keiner von LS Taxi da ist. Ja, ich habe vorhin alles abgegeben, weil ich war bis 13 Uhr noch da, aber dann habe ich halt sozusagen jetzt zwei Stunden hier gearbeitet. Ich komme dann nochmal vielleicht, äh, ich hätte aber, glaube ich, gerne nochmal kurz ein, zwei Stunden in die Augen zu machen, glaube ich. Oh, endlich. Ja, ansonsten, ich kenne da gute Methoden, damit du länger schlafen kannst. Ja, nicht länger schlafen. Achso. Ja, ich muss jetzt halt eine halbe Stunde warten. Dann mach das mal, ich bin gerade in der Lernphase, also den muss ich jetzt auch klicken. Ja, dann leg doch mal auf. Ja, mach ich ja auch. Aber, ähm, äh, ja, ich bin nämlich gerade noch ein bisschen am Lernen. Ja, dann viel Spaß, ne? Danke dir und bis später, vielleicht im Dienst und so, ne? Jo, tschüss. Tschüss. Gut. Peter ist einfach immer noch da, ist der krank, Alter? Also, ja, ist er, aber, äh, ich meine gesundheitlich. Aber, ähm, hallo? Ist der verrückt? Der macht hier sich Kohle ohne, äh, was zu machen, halt. Also, was heißt ohne was zu machen, ne? Er hat schon was gemacht, ne? Aber er kriegt hier Taxikohle, ähm, die Kohle, ja, 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 ja. So sieht's aus hier. Ich versuch jetzt doch, Anna anzurufen. Anna. Weil, ihr weiß man halt nie, ob's, hallo, ich rufe dich gleich zurück, willkommen zurück. Okay. Tschüss. Tschüss. Was war das denn? Einfach richtig abgewürgt, so. Jo, ich rufe dich gleich zurück, willkommen zurück. Tschüss. Ja, tschüss und so, ne? Schauen wir uns doch einfach ein bisschen um. Ha. Was ist denn in einer halben Stunde? Ja, so um, ja, wann waren wir da? Also sagen wir wahrscheinlich so um viertel vor etwa. Könnte es dann fertig sein. Gehen wir hier runter ans Wasser. Also, einfach mal ein bisschen loki loki machen. Okay, Anna ist da, aber hat anscheinend keine Zeit. Das ist schon mal interessant zu wissen. Hatte ich ihr geschrieben, dass ich wieder da bin? Oder habe ich einfach nur darauf geantwortet? Äh, Anna. Doch, bin jetzt schon wieder da. Die Schnitzeljagd liegt sehr interessant. Das ist halt das Ding, weißt du, man schreibt ihr in die Mail, also in die SMS, aber man weiß nie, ob sie das jetzt auch wirklich dann gelesen hat. Alter, wie tief ist denn der Sand hier? Was ist das denn für eine Scheiße? Versinkt hier einfach im Sand. Aber manchmal antwortet sie halt einfach gar nicht auf die, ähm, SMS. Deswegen, ähm, manchmal ist dann anrufen doch eine bessere Idee bei ihr. Oh, eine schöne kleine Rampe. Boah, dieser ekelhaftes Sand. Und der hier so tief ist. Boah, ist das schlimm. Ne, das da hinten ist der Strand. Der Vespucci Beach, der ist da drüben. Gut, dass das nur unten an der Hose. Das da drüben ist der Vespucci Beach. Sieht man von hier den Supermarket? Ist das der da drüben? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ansonsten, ähm, haben wir halt dann, wie gesagt, da drüben irgendwo die Fahrschule. So, da, so. Ich glaube, da gucken wir jetzt genau drauf. Ja. Also hier genau geradeaus, da ist, äh, der Helikopter-Landeplatz-Dingsens. Und da hinten ist die Fahrschule. Ja, gehen wir erst mal wieder hoch hier. Und dann müssen wir erst mal den Sand aus den Schuhen kloppen. Weißt du, wenn man es braucht, da ist ein Feuer, da gehen wir mal nicht hin. Und wenn man es braucht, dann ist LS-Taxi nicht da. Ist doch wieder mal typisch. Typical. That's so typical. Ich muss gerade überlegen, was haben wir denn heute? Heute ist Freitag. Ich muss es mal überlegen, weil, ähm, alles ein bisschen durcheinander gerade. Heute ist Freitag. Heute habe ich Zeit, glaube ich. Äh, wir werden mal schauen. Ein bisschen meditieren. Ach, ja. Was würde ich denn jetzt eigentlich? Ach ja, genau, heute habe ich Zeit. Morgen muss ich schauen. Morgen fängt nämlich The Mast Singer wieder an. Oh ja, und da bin ich ja immer sehr dabei, auf jeden Fall. Deswegen, ähm, kann ich da dann zu der Zeit nicht. Also ich kann davor, aber halt nicht während. Ich trinke mir hier nebenbei, ich hoffe, das stört euch nicht, meinen Kakao, den ich gestern Mittag irgendwann angefangen habe und einfach nicht, äh, fertig getrunken habe. Ohne jetzt Werbung zu machen, von Weilenstefan. So. Muss ich nochmal ein bisschen schütteln. Ja, jetzt sitzen wir hier und wir warten. Also, wir warten jetzt quasi entweder darauf, dass sich jemand meldet, oder wir warten, bis das Ding fertig ist. Hm. Gibt es wahrscheinlich noch nichts Neues. Nö. Ach, haben wir das eigentlich, äh, gedingst? Nee, können wir jetzt auch gar nicht. Schade. Hm. Vor allem, wie er auch noch fragt, wissen Sie, wie das preislich liegt mit dem Surfer? Das ist eine gute Frage. Es gab den ja nirgends. Ich habe den ja von dem Herrn Sommer abgekauft. Also, keine Ahnung, man kriegt den ja nirgends. Das ist ja, das ist ja das Problem. Kann man nur, dass er mich dann fragt. Weil, den gibt es ja nicht. Aber das ist trotzdem eine Frechheit. 314. Muss ich bezahlen für die kleinen Schrammer an der Seite und den kaputten Fenster. Und Miles fährt gegen den Blumentopf. Hat sich vorne das Licht kaputt gemacht. Also die Seite vom Auto vorne. Und muss dafür, was waren es, 200? Irgendwas? Musst du ja dafür zahlen. Das ist schon frech. Das ist schon frech. Naja. Stell dir vor. Wir haben noch ein Ohr. Gibt es hier irgendwas interessantes? Das Zombie-Casting haben wir gesehen. Captain E. Roomtour. Aha. Straight Outer Street. Wer macht hier eigentlich Öffentlichkeitsarbeit? Okay. Was gibt es hier noch? Gibt es da was Neues? Nö. ACLS hat wieder gepostet. Die sollen sich um mein Auto kümmern und nicht irgendwelche Sachen posten, ihr Vögel. Ach, das L selber hat offen. Oder zumindest erreichbar. Uno, dos, tres, quattro. Zwei Burritos. Zwei Pao de Queiro. Ein Vespuccino. Perfekt geeignet für den Single-Haushalt. Hm. Strob-Waffeln. Weltweit gegessen wird. Das Produkt besteht aus zwei runden, rautenförmigen Waffel-Teig-Hilften mit dazwischen gefüllten süßen Sirup. Mhm, mhm. Ja, ja, ja. Okay. Seid ihr bereit? Ah, guck mal, DJ in Edler. Na, 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 na. Na, 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 na. Tequila, tequila. Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tu-Nicht-Gut. Harry Potter-Quiz in die zweite Runde, wat? Deswegen der Golden Schnatz. Ich hab mich schon gewundert. Habe ich das richtig gesehen? Tatsache. Wir freuen uns, sie mitteilen zu können, dass wir uns der Fertigstellung unserer Linienneuerungen nähern. Im Rahmen dieser Aktualisierungen führen wir vermehrt Bewurzbindungsfahrten außerhalb unserer üblichen Linien durch. Wir können uns ja mal anmelden. Wir haben auch die Sly-Gedächtnispose. Tequila, 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 Tequila. Schönen guten Tag, Abend, Nacht oder Morgen. Ohne Kummer und ohne Sorgen. Manchmal ist zu viel denken auch nicht die richtige Art zu denken. Okay. Das Profil wurde 39 Mal aufgerufen. Seid ihr das Wahnsinns? Warum? Musik hören, Whisky trinken, nachdenken, witzig sein. Whisky, was satt macht. Ach ja. Na 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 na. Na 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 na. Können wir ja gerade mal... Sorry. Können wir ja gerade mal... Zum einen hier. Zum anderen... Äh... 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 Da. Mmhm... 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 Hier ist Pizza. Eckilala. Was genau ist das? Aha, okay. Würziges Hackfleisch, krosse Panade und weichgekochtes Ei. Ganz ehrlich... Stell ich mir echt geil vor. Das wäre... Das würde ich jetzt auch gerne mal ausprobieren, ne? Hm. Ob Halsschmerzen, Bauchweh oder wird ein Pflaster benötigt? Motive Spongebob, Batman, Hello Kitty. Kommt vorbei. Ah. Tja, Don't Don Cap ist natürlich unterwegs, ne? Hm, 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 hm. Hm, 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 hm lebt, als gäbe es kein morgen. Die Anmeldephase ist bereits beendet. Bis zum 7.4. erhältst du von uns eine Rückmeldung, wenn du eine Anmeldung abgeschickt hast. Habt ihr das gehört? Ok. Coco London. Dayred. DJ Ix. X-Ray, DJ Kayal, Kiki, die heißen Fritten, DJ Nissan, DJ Maus, Matthew Dunaham, Coming Soon, Coming Soon, Coming Soon und nochmal viermal. Bafi Lodge, Pacific Standard Bank, also PSB, dann Fire Department, McGill Olson, LS Taxi, Meriwether, der LS Observer, die Post. Weitere Sponsoren folgen in Kürze. Schon sehr cool. Ich finde auch cool, dass die Sachen wirklich so Logos haben. Naja, die Logos, die gefallen mir ja, die Logos sehen einfach gut aus. So, was hatten wir hier? Venture und ByteHunter IT. Das Gestrüppel da vorne, diese, ne. Finde ich halt cool. Gefällt mir. So, wir können ja mal bei News hingehen. Gibt's denn irgendwas Neues? Wiesel News. Vespucci Cultural. Wir schauen hier sehr selten rein, finde ich, ne. War es 30.000 Dollar, Geiselnahme auf San Andreas. Am Abend des 23. März forderten GeiselnehmerInnen 30.000 Dollar und bedrohten Mitarbeitende von Wiesel News. Aha. Okay, Wiespucci Cultural Association wahrscheinlich. April Eves und Amaya Sue Paris. Kultur- und Sozialverein. Mhm. Geleitet wird der junge Verein von Amaya Sue Paris, April Eves oder Eives und Clemencia Luz de la Quintana. Der Verein existierte seit dem 3. Februar und sei laut April noch im Aufbau. Mhm. Im Herzen von Vespucci in der Magellan Avenue 8-1, umgeben von Lolitas Bar, dem Vespucci-Supermarket, dem Café El Selva und Tattoo Land. Wir wollen Ansprechpartner für Menschen in Not sein. Uns ist wichtig, dass man gemeinsam was auf die Beine stellt, wo sich jeder einbringen kann. Mhm. Die haben sogar schon eine Leitstelle 777-7666. Oder eine 7 zu viel. Vielleicht ist es auch 777-7666. Mhm. Okay. Das soweit von denen. Was gibt's beim Observer? März-Einsatz-Statistik des Los Santos Fire Department. Ja, das muss ja richtig gestiegen sein, oder? Mhm. Okay. Also der verletzten Transport ist zumindest schon mal um 2 runtergegangen. Mehrere Verletzte ist geblieben. Die technischen Rettungseinsätze sind gesunken. Aber auch nur um 5. Ähm, Verkehrsunfall ist auch gesunken. Um 4. Kleinbrand ist gestiegen von 152 auf 172. Das sind 20 mehr. Okay. Großbrände ist 2 mehr. Brandschutzbegehungen waren jetzt nur noch wenige. Okay. Mhm. Krass. Was haben wir denn jetzt? Wir haben Freitag. Heute ist Shamrock Joggen. Ähm. Fair-Kreer-Fer-Fer-Fer-Fer-Fer-Fer-Theorie. Shamrock Box Kurs. Äh, Unicorn License to Strip. 3 Bond-Tastic Performances. 1 Dritt 40 Dollar. Abendkasse. Bis 22.30 Uhr frei. Ab 22 Uhr. Ganz ehrlich, ich würde mir das sogar tatsächlich mal antun. nochmal ins Unicorn zu gehen. Einfach wegen License to Strip. Ich bin, ich finde James Bond unfassbar cool. Und das passt halt auch so gut, weil, naja, James Bond ist britisch. Louis kommt aus England und da, naja, Whisky und so, ne, gab's ja auch, stand da ja auch mit dabei. Also von daher passt das tatsächlich ganz gut. Und da denkt sich auch sogar Louis, ja, da kann man doch mal hin. Got a license to strip. Ne, da hab ich Bock drauf. Da hab ich tatsächlich Bock drauf. Können wir mal ganz kurz lesen. Also hier stand ja, ich fand auch schön die ganzen Sachen, die sie hier reinschreiben, ne. Let the sky fall. Natürlich, ne. Die Bond-Nacht. Die Ladies sind nicht nur geschüttelt und nicht gerührt, sondern auch breit in den heißen Private Lounges für ultimative Whisky und Zigarrenstimmung. Gut, das brauche ich jetzt nicht zu sorgen. Erkundet in unserem Casino Royale die heiße Wirklichkeit unserer Bond-Girls. Wer weiß, was für Geschichten wir diesmal schreiben. Oh ja, und dann hier natürlich I've been here before Writings on the wall ist eins meiner absoluten Lieblings-Bond-Lieder. Ich liebe Writings on the wall. Cause the writings on the wall Und dann natürlich No Time to Die von Billie Eilish. Das neue Lied ist ja jetzt auch schon wieder etwas älter. There's just no time to die. Und Skyfall natürlich von Adair. Aus dem Film Skyfall. Und No Time to Die hieß auch der andere Film. Writings on the wall, so hieß nicht der Film. Aber Skyfall natürlich. Wobei Skyfall ist ein gutes Lied. Aber es gibt auch viele andere gute James-Bond-Lieder, muss ich sagen. Ich hab mir ja tatsächlich einige Bond-Lieder auch runtergeladen. Um zu hören, musiktechnisch, logischerweise. Zum Beispiel The Man With The Golden Gun. Ja, das ist auch, finde ich, ein cooles Lied. Oder The World Is Not Enough. Was gab's noch? Diamonds Are Forever natürlich. Goldfinger, ja. Oder Golden Eye. Ja, es gibt einfach echt gute James-Bond-Lieder. Das ist unfassbar. Ja, so viel dazu. So, jetzt sitzen wir hier. Jetzt warten wir so langsam, dass die dann doch noch Bescheid geben hier. Ja, jetzt ist es schon fertig, ne? Kannst du kommen. Weil, naja. Anna wollte sich gleich zurückmelden. Ich merk's. Da fährt das Pidi. Wir machen irgendeinem Transport. Ich bin hier bevor. Naja. And I feel my lifetime running And I always get away If I risk it all Could you blame my fault? Und so weiter So, ich muss noch was trinken Ich trinke irgendwie echt zu wenig in letzter Zeit Ich merke das immer wieder How do I live? How do I bleed? Na 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 Da 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 For you I have to risk it all Goes to write things on the wall The writing's on the wall The world is not enough Got a license to kill Mit Timothy Dalton war der Teil License to kill Mit Timothy Dalton Was ist euer Was ist euer Favorite Was ist euer Favorite Bond Also der Schauspieler Oder Der Favorite Bond Movie Oder welchen Bond Schauspieler Fandet ihr Nicht so gut Also Ich muss natürlich sagen George Lazenby Fand ich Jetzt nicht so Hervorragend Man muss auch Bedenken Der war Was war Der war glaube ich Nur ein Film da Ich glaube der hat nur Einen Film gemacht Ne Und den Film fand ich halt Auch eher so Joa Es war halt sehr viel Schnee Das war ja das Wo er auch wieder Mit Keine Ahnung Mit Skiern rumgefahren ist Diesen Hügel da runter Und was weiß ich alles Ne Also ganz viel Schneegedönse wieder Den Film fand ich teilweise Ein bisschen langweilig Deswegen George Lazenby Für mich einer der Jetzt nicht so Nicht so umgehauen hat Was ich sehr witzig fand War Jetzt lass mich überlegen Oh Na Sag niemals nie Glaube ich Der Naja Eigentlich der Feuerball In nochmal neu Quasi Irgendwie so war das doch Ne Was auch nicht offiziell Von den Bond Machern war Sondern halt Ne Auch nicht offiziell Dazu gezählt wird Aber es gab Vom Feuerball Eben dieses Remake Kann man das so sagen Keine Ahnung Sagt niemals nie War das glaube ich Never say never again Wo ja Sean Connery Nochmal Wieder gekommen ist In etwas älter Und Ich fand den Film Einfach so witzig Ich weiß nicht Ich fand den echt witzig Ich hab den gesehen Und ich muss Die ganze Zeit nur lachen Den fand ich echt gut Da natürlich die ganzen Filme mit Mit dem Beißer Ja der Beißer Ich kenne den Beißer Schon seit Ewigkeiten Damals Vor vielen Jahren Habe ich mit meinem Vater Die Filme geguckt Und Da war der Beißer Dabei Und seitdem Kenne ich den Und Ich finde den einfach cool Das ist ein ikonischer Gegner finde ich Ähm Abgesehen jetzt vom Blofeld Aber Der Beißer Für mich einer Der Sehr interessanten Gegner Der sogar tatsächlich In mehreren Filmen vorkam Was ich gar nicht wusste Damals Ähm Wie Ich glaube ich hatte nur Einen Film Ich Keine Ahnung Ich hab Früher Einige Bondfilme gesehen Aber das ist schon so lange her Keine Ahnung Ich kann mich nur halt An den Beißer erinnern Ähm Und damals hatte ich den Einen Film von Pierce Brosnan Glaub ich Gesehen Ich weiß nicht Oder war das schon Casino Royale Ich weiß es nicht Es ist schon so lange her Boah Absolut Keine Schimmer Keinen Schimmer Gut Ja Jetzt haben wir ewig Über Bond Geredet Reden wir doch mal über Austin Powers Ne Aber Austin Powers Fand ich auch sehr cool Ich hab ja alle drei Filme Auf DVD Ich hab ja tatsächlich Hab ich ja so ne So ne Sammlung hier Ich habe Hier links Ich hab so ein Regal ja Mit meinen ganzen DVDs Und ähm Da hab ich Mehrere Verschiedene Fächer Und in dem einen Fach Zum Beispiel Hab ich so Fantasy Sachen Was jetzt nicht so Weil halt so Ne Was halt nicht so Normal ist Wie Harry Potter Oder ähm Ghost Whisperer Hab ich da drin Ähm Ghostbusters Ne sowas Dann hab ich auf der rechten Seite Eher so Kinderfilme Da hab ich zum Beispiel drin Hexe Lily Das fliegende Klassenzimmer Äh Traumschiff Surprise Shoot is a money to Äh Die Schlümpfe Ne sowas hab ich da drin Äh Oben auf dem Regal drauf Habe ich Äh Disney Filme Und äh Dann hab ich unten noch ein Regal Das sind zwei frei Ich weiß nicht warum zwei Fächer frei sind Keine Ahnung Ich glaub das eine hatte ich Genau Ich hatte auf der einen Seite Ähm Noch so Krimi Ich guck ganz gerne so So Krimi Sachen Äh Da hab ich zum Beispiel Bro Church drin Ähm Ich habe Miss Merkel Ähm Ich hab die Pfarrer Braun DVDs Ich hab Poirot Ja Erkühl Poirot Hab ich hier Deswegen war ich sehr enttäuscht Das Miles den ich kannte Als Belgier Ja Also Sehr enttäuschend Also äh Poirot mit David Suches Oder Suches Oder wie auch immer man den ausspricht Ähm Da hab ich die Komplettbox Äh Dann darunter hab ich die Komplettbox von Columbo Ich hab noch die Komplettbox von Monk Dann hab ich noch ein Fach mit Ähm Batman Interessanterweise Weil Keine Ahnung Es gab irgendwie so viele Batman Sachen Und da hab ich einiges Batman Oder DC Gedönse drin Halt Batman die 1966er Jahre Ähm Serie als Komplettbox Ähm Dann verschiedene Batman Filme Joker Ähm Dann Batman gegen Superman Ähm Dann Suicide Squad ist da noch mit dabei Und halt so ähm Animierte Sachen Ne So Cartoon Gedönse Ähm Wie zum Beispiel The Killing Joke Ähm Dann hab ich unten drunter Eben das Fach mit James Bond Ja Da hab ich die James Bond Komplettbox Dann daneben natürlich Äh Ich glaub weil's da noch nicht mit dabei war Äh No Time To Die Also der neuere Film Und äh Eben sagt niemals nie Weil das eben auch nicht in die offizielle James Bond Collection gehört Deswegen hab ich das da mit dabei Ähm Ähm Was hab ich da noch mit dabei Dann hab ich daneben Ich kann das leider nicht so gut erkennen Es ist so dunkel Äh Ich muss mal kurz das Licht anmachen So So Habe ich mich verjagt Ihr Fahrzeug mit dem Kennzeichen Q88TL Ist nun abholbereit Bitte achten Sie darauf Ob wir geöffnet haben Und rufen Sie gegebenenfalls auf der Hotline Sieben Blablabla Okay Ich bin ja eh hier um die Ecke Ähm Ne was ich da noch habe Ist Agent Rajit Heißt der so Ich weiß es nicht Von Kaya Janar Ne Der Äh Und dabei hab ich noch Johnny English Alle Filme Ne Weil Ne Und Austin Powers Eben noch Und dann hätte ich theoretisch noch ein Fach Das hab ich aber umgelegt Nämlich in mein anderes Regal Wo ich eben die ganzen Star Trek Sachen drin habe Wo aber auch noch viel fehlt Ich hab die klassische Serie komplett Ähm Ich hab Star Trek Voyager komplett Ich hab Enterprise Äh Ja Und in dem großen Regal Hab ich dann eben auch noch meine Doctor Who Sammlung Also ja Mal kurzer Einblick quasi Total wichtig und interessant ne Ich weiß schon Ja Ich wollt's nur mal gesagt haben Also ich bin hier ausgesorgt Ausgesorgt Vorgesorgt Miss Marple hab ich auch noch Stimmt Bei den Krimi Sachen Miss Marple Hab ich jetzt nicht gesehen Weil die so ein bisschen Rechts an Columbo So reingedrückt wurde In den Das kleine Fach da Was da Also in den In den kleinen Schlitz Der noch frei war Aber ja Die hab ich auch noch ja genau von den groß passt das habe ich auch die komplett dvd quasi mit allen teilen genau und dann natürlich groß passt das legacy das war ja der neuere film und jetzt kommt ja demnächst ghostbusters wie kann man helfen ja ich wollte mein auto holen hätten sie da war ein ausweis für mich ja okay perfekt dann eine sekunde wir holen es eben ganz kurz hier warten jawohl super bis gleich na wie heißt denn der jetzt der neue ghostbusters film ach gucke mal wie neu gut klingt doch schneller als gedacht ja hallo machst du den rest oder wie hast du schon gemacht oder nö ich bis jetzt noch nicht okay dann mach mal wenn du dabei bist okay muss ich trotzdem einfach noch mal kurz den ausweis einfach aus ja 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 super genau wie sie sehen die scheibe wie er sitzt und die kritze sind entfernt ja sehr gut vielen dank kein problem und genau sind sie chemrock mitglied oder irgendwie nein okay dann wären das 297 dollar wenn das geht also wenn das ok ist ja ja das würde ich einmal per karte machen einmal das karten geht alles einschlinnen super leuchtet grün das passt ja sehr gut bekommen sie hier die schlüssel und ja dann würde ich mal sagen schönen tag noch und ja schönes wochenende also ja ebenso danke tschüss tschüss tschau tschau gut es war doch nicht ganz so teuer also So, ich würde sagen, wir fahren einfach mal ganz kurz drauf los, Richtung Stadtpark einfach mal. Ich bin mal so frei und fahre Richtung Stadtpark. Ja, wie hieß denn jetzt der neue Film? Ah, na, sag schon. Es liegt mir auf der Zunge, aber es fällt mir nicht ein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Es fällt mir nicht ein. Es tut mir leid. Ist auch egal. Ist auch egal. Nee, fahren wir gerade aus. Jetzt habe ich ein Ohrwurm. Na super. Naja. Aber wenn nicht von Bond, von was dann? Ja, von ganz viel anderem Scheiß. Das ist richtig, ja. If I risk it all. Das ist echt scheiße geparkt. Also, parken bin ich total gut drin, wie man merkt. So, mein Auto ist wieder da. Sehr schön. Wunderbar. Sollen wir einfach mal bei Bennys anrufen? Mal gucken, ob die da sind. Weil jetzt würde mich halt wirklich interessieren, was die bei einem Surfer vielleicht so machen können. Benni. Geschlossen. Das ist doch schon mal schön. Das ist eine gute Voraussetzung, um die zu erreichen. 200, 200. Markieren wir uns mal auch ganz kurz, ja. Bennys. 200, 200. Also, wenn die offen haben, dann versuchen wir da mal zu callen. I will try to call. Ich überlege gerade, ob wir jetzt mal doch nochmal nachschauen. Ganz kurz, wo sind eigentlich die ganzen Markierungen? Irgendwie nicht vorhanden, ne? Das finde ich eher so mittelmäßig gut. Um ehrlich zu sein. Ich glaube, wir fahren einfach mal ganz kurz nach Hause. So. Irgendwie irritiert mich das, dass auf der Karte nichts angezeigt wird. Hm. Und I always get away. War das vorher schon so, dass das Auto so schnurrt? Naja. Egal. So, jetzt bitte einmal ins Parkhaus, ohne das Auto zu schrotten. So, schon besser. Achso, warte mal. Huch. Das geht ja doch. Wieso kann man sich dann da nicht reinsetzen? So eine Frechheit. Guck mal, das kann man ja sogar. Wie süß, oder? Die Motorhaube. Kofferraum. Motorhaube. Neon. Assistenzsysteme, Speedlimiter, blablabla. Fahrzeugsteuerung ist auch nützlich. Die Informationen, naja, ne? Ich finde das sehr, sehr schade, dass man dann hier nicht einsteigen kann. Ich verstehe auch nicht, warum. Huch. Würdest du bitte... Ich finde das echt sehr, sehr schade, weil theoretisch könnte man das schon irgendwie... Zumal man ja auch hier das aufmachen kann, also... Ich meine ja nur, ne? Aber gut. Aber gut. Ähm. Hallo? 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 Ist auch egal. So, ich gehe mal ganz kurz nach Hause. Vielleicht kann ich die Karte irgendwie reparieren. Das irritiert mich nämlich etwas. Dass die nicht anzeigt. Ich weiß gar nicht, ob der das überhaupt singt. Ich weiß nicht, was der da singt. Aber egal. Jaguarin. Für You, warum wird das nicht angezeigt? Das irritiert mich voller Kanapfel. Ich mache mal kurz einen Relog. Und wir sehen uns gleich wieder. Tschüssi. So. Wunderbärchen. Gut, da sind wir wieder. Wenn wir schon hier sind. Schnabolieren wir nochmal schnell was. Croissant. Ja. Ist doch schön hier, oder? Ist eine schöne Wohnung. Ich bin gespannt, ob wir dann jetzt wieder nochmal. Ähm. So. Ob wir jetzt da wieder eine normale Card haben. Und ob wir jetzt in der Zeit, wo ich gereloggt bin, einen Anruf verpasst haben von Anna. Hat jetzt nicht so lange gedauert tatsächlich, aber... Nö. Nö. Okay. So. Geht's denn jetzt wieder? Ah. Schau mal. Das ist doch toll. Ich würde gerne hier nochmal hin. Und nachschauen, was da nochmal war. Das interessiert mich. Es liegt mir auf der Zunge. Aber ich weiß es einfach nicht mehr. Das macht mich wuschig. So. Einmal wieder unseren BAMS. Ne. Wir haben unseren BAMS gemacht. So. Auto haben wir reparieren lassen. Schnieke. Dann einmal nach oben gedackelt. Ach. Ich schaue auch ganz kurz nochmal hier rein. Okay. Dann mal los, wa? Sprich, das ist auch ganz cool mit der Windschutzscheibe, dass man da ja jetzt diese Zettel reinmachen kann. Weil wenn man jemanden dann vielleicht mal angefahren hat, also ein Fahrzeug, dann kann man da seine Nachricht hinterlassen von wegen, ey, ja, Pech gehabt, du Loser. Oder halt, ja, seine Daten hinterlassen, etc. Oder wenn da so ein creepy Typ ist wie ich, kann dann generell Nachrichten einfach bei irgendwelchen Fahrzeugen hinterlassen wie Liam. Das geht dann natürlich auch. So. Dann wollen wir mal Richtung Norden erneut. Wo er letztes Mal schon war, also gestern Abend, also heute Nacht. So. Das Gute ist, dass das Ding halt auch nicht so schnell ist. Das macht das dann alles ein bisschen besser. So. Wir folgen einfach mal der Straße. Hier haben wir das Transit. Dann mal los, ne? Let's go. Dingalingaling. Disco Pogo. Dingalingaling. Also ich find, wir sind schon sehr schnell unterwegs, ne? Ich mach's weiter grad aus. Dum-da-dum-da-dum. Dum-da-da-da-da-dum. So, wir tuckern. Solange wir irgendwie überhaupt irgendwo hinkommen, ist doch alles super. Also, von daher, ähm, mach ich mir da jetzt nicht so einen großen Kopf drum. Mal andern jetzt halt mal so eine kleine Tour nochmal nach Richtung Norden. Wir sind ja sowieso recht selten im Norden eigentlich, ne? Da kann man das mal machen. Wir haben ja eh grad nichts anderes zu tun. Also, jo. Was soll der Geiz? Okay. Wir sind sogar über 70. Bombastisch, oder? Sogar gleich bei 80. Oh. 79. Und jetzt geht's wieder runter. Ich höre akobische Geräusche. So, hier links ist das Yellow Jack. Genau. So, irgendwo hier vorne war doch noch irgendwas. Flywheels. Aber das war dann wohl wahrscheinlich so ein ehemaliges Flywheels, ne? Bei des Flywheels ist er eigentlich jetzt ein Palito. Deswegen, also keine Ahnung. So, jetzt sind wir wieder hier. Ich wollte mal kurz nachschauen. Einfach nochmal ein bisschen hier. Ich glaube, ich muss auch gleich nochmal auf Toilette. Das tut mir sehr leid. Aber ich werde mir gleich kurz eine Toilettenpause gönnen müssen. Warum haben die eigentlich so viele Autos hier oben? Das ist überhaupt nicht übertrieben, oder so, ne? Hier ist auch echt nichts los. Also, es tut mir leid, aber ich werde mir eine Toilette suchen müssen. Also, ne, was heißt suchen müssen? Ich werde mich gleich einfach irgendwo hinstellen. Und doch mal ganz kurz eine Toilettenpause machen müssen. Da hinten ist das Alien-Gedönse. Diese amerikanischen Flaggen vorne dran, ne? Sind das amerikanische Flaggen? Jo, das ist schon witzig. Liegt da... Ist da ein Polizeiboot? Ist das... Mit Absicht da, oder, ähm... Ich bin mir da hier, ehrlich gesagt, im Norden nicht so sicher, ob irgendwas mit Absicht hier rumliegt oder nicht. Ich weiß es nicht, aber da ist ein ATM, gut zu wissen. Siehst du? Wieder was Neues erfahren. Ein ATM. Die... Die haben hier eigentlich keinen Hintereingang, ne? Wie es aussieht. Da steht unser Gelber Surfer. Ah, ich muss auf Toilette. Restaurant. Chinese Restaurant. Ja, das sieht ja richtig einladend aus, ne? Ist das, wo wir in den Mülltonnel geguckt haben. Na ja, der Norden halt, ne? Ich schau mal ganz kurz. Hier werden übrigens auch Parkplätze. Ich... Vogel. Wir gehen mal da vorne ans Wasser. Wir stellen uns da mal hin. Und da machen wir mal eine kurze, ähm, Pause. Also, ihr hattet ja eben... Naja, keine richtige Pause, ihr hattet nur einen Cut. Äh, für mich, äh, ging's weiter. Aber, ähm, ich muss jetzt tatsächlich doch mal auf Toilette. Das tut mir sehr leid. Aber, was muss das muss, ne? Deswegen, wir fahren mal ganz schnell, schnieke, futzi, futzi, da rüber. Okay, auch interessant hier. Oh, da wollte ich nicht hin. Okay.. Ich habe mehr beverage, die gigs, die und ihr hast es nicht ... Oh, das geht nicht hin. Vökkendappe liê noise. señor Haussisch assim gew spicy, in sección. Oh, das muss ich nicht hin. Um, das muss machen lassen. Da war es nicht. Ja, und hier haben wir das Gewinnspiel da eingelöst gedingsens, das Oster-Rätsel gelöst, so kann man es sagen. Da haben wir uns ja darüber aufgeregt, dass das da hinten ja kein Bagger ist. Aber seht ihr hier einen anderen Bagger? Nee, ne? Wenn, dann seh' ich ihn zumindest nicht. Hm. Ja, ist schon schön hier. Aber ich werd' jetzt mal ganz kurz auf Toilette gehen müssen. Deswegen, ähm... Bis gleich. Ja, und zwar. Amen. 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 Sooo what... Okay. ich habe nichts verpasst das ist doch schon mal schön kennt ihr das wenn man dann wartet dass doch was passiert auf toilette man eigentlich weiß eigentlich müsste was passieren aber es will nichts passieren ganz komisch oder naja so haben wir uns genug hier dahin gehockt und ungesehen da hinten ist Pia ich möchte zu diesem Pia ja der ist bei schulmärsch safe zone hat offen oh sorry Kanzlei Kapitale Sean McKnight Kaizaki das Klingelschild von McKnight haben wir gesehen ja hmm 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 okay gibt es sonst irgendwas neues was keine ahnung der reds ab zu geschlossen ab 19 uhr für jeden sneaker hat ja mir fehlt ja immer noch so ein richtiges outfit irgendwie für louis also klar wir haben bunte sachen aber ich hätte irgendwie schon gerne so ein outfit in richtung clown hätte ich schon ganz gerne tatsächlich hat das afro auf 20 uhr brodinger gar nicht heute hmm so 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 ach genau ich wollte an den pier da dreifen wir mal ein bisschen näher ran ach hier gibt es auch so flüge ja 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 das das auch das 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 du 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 ist aber auch schick die Bänke sind echt hässlich so, aber das hier hat doch auch was, oder? ich finde das irgendwie recht schön hier kann man bestimmt angeln ganz gut vor allem auf diesen wunderschönen kleinen Steg ja, sieht alles ganz normal aus schon irgendwie ich finde das hat schon was schönes, oder? was sehr ruhiges so, wo könnten wir denn nochmal hin? im Graveseed war ich so gut wie gar nicht bisher das ist halt diese Farmen oder so Palito brauchen wir was in Palito? und 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 da ist ja Dingsens was ist hier eigentlich? also die Kirche ist die Kirche die Kirche ne, hier war die Kirche ne, da das wüsste ich auch gern wo ist denn diese Vinary? hier Was ist das? Es gibt halt einfach super viele Orte, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Wein. Perzerossa. Pascal war eins. Okay, keine Ahnung, wo die ist. Wir müssen es herausfinden. Das wäre auch so ein Ort. Wir können ja mal hier gucken, was da ist. Wir fahren jetzt einfach mal so ein paar Orte ab. Einfach mal ein bisschen schauen, was da so abgeht. Ich meine, wir haben nichts zu tun. Wir warten eigentlich nur, dass Anna uns endlich zurückruft. Wir warten jetzt. Aber hier in dem Gebäude wohnt ja wohl keiner, oder? Was auch immer das hier mal war. Fahren wir mal. Mm-hmm. Mm-hmm. Das ist toll. Das ist toll. fred Okay. Ich stehe im Kaffee und habe Hunger. Hier waren wir schon mit Miles auf dem Platz. Mh, 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 mh. Okay. Hat keiner gesehen. Ja, hallo. Hallo, äh, ist heute etwas schwierig, weil ich eine Schnitzeljagd mache, deswegen, ähm, wenn dann heute Abend wahrscheinlich eher. Entschuldige für gleich, weil gleich ist kein definierter Zeitraum. Ähm, wir machen eine Schnitzeljagd und verstecken uns gerade. Okay. Was machst du? Ich, ähm, fahre hier gerade rum. Mit dem Taxi? Nee. Mit deinem Auto? Ja. So? Einfach so? Oder hast du ein Ziel? Naja, einfach so. Ich schaue mal, was für Orte so sind. Überall. Oh, cool. Ja, nachdem ich es vorhin beim RCLS abgeholt habe. War es kaputt? Also, es kann sein, dass ich eventuell heute Nacht damit gegen eine Wand gefahren bin. Hast du dir wehgetan? Nein. Okay. Hat sich jemand anders wehgetan? Nein, außer vielleicht die Wand. Hast du sie gefragt? Nö, die war mir jetzt nicht so wichtig. Oh, ich glaube ich komme hier nicht hoch. Das könnte aber sein, dass das ihre Gefühle verletzt. Ja. Versteck dich, Poppy, schnell! Ja, ich versuch's. Äh, äh, keine Ahnung von unten. Wie bitte? Entschuldigung, ich muss gerade mit Poppy ganz kurz erklären. Äh, 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 versteck dich schon mal. Entschuldigung, du siehst, wir sind hier gerade, also du hörst, wir sind hier gerade, ähm, ja, wir müssen uns verstecken und ich erkläre dir alles später, ja. Ja, naja, ich bin doch noch hochgekommen. Sehr gut. Ja. Was ist sie überhaupt? Ich, äh, rufe dann irgendwann heute Abend an und dann bringe ich dir dein Geschenk mit, okay? Ja, was heißt irgendwann heute Abend? Also willst du heute, willst du ins Bett gehen früh? Nö, aber heute Abend ist ja auch dieses, naja, dieses, äh, dieses Bond-Dingens im Unicorn. Ach so. Äh, wann ist denn das? Irgendwann ab 22 Uhr. Ich denke schon, dass ich da vorher anrufe. Also, ich kann dir das nicht genau sagen, weil ich nicht weiß, wie lange das heute geht, weil da Schnitzjagen und Rätsel lösen und derjenige, der Rätsel löst, ich weiß nicht, wie schlau der ist. Äh, ja, okay. Deswegen kann ich dir das nicht ganz genau sagen, aber ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, ich bin ja noch da. Okay. Dann, äh, viel Spaß euch. Danke, tschüss. Tschö. Toll, danke, Anna. Haha. Okay, jetzt sind wir irgendwo hier angekommen. Hier ist einfach nur so eine Art Farm. Okay. Wissen wir das auch. Da ist das Observatorium. Was ist denn da? Das zum Beispiel wäre auch noch eine Sache. Eine andere Sache wäre das hier drüben. Das ist halt alles so ein bisschen kreuz und quer jetzt, ne? Aber es interessiert mich halt. Aber gut, hier ist einfach irgend so eine Farm. Wir haben ja eh gerade keine Ziele, ja? Deswegen, wir gucken uns jetzt einfach mal um. Ich hab mich ein bisschen erschrocken, das war echt laut. Ich muss mal meinen Sound ein bisschen leiser machen. So, wir cruisen jetzt hier irgendwo rum. Ich weiß, irgendwo muss noch, ähm, 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 die Armee sein. Hier, die Army. Ähm, ich weiß, so, äh, Fort St. Kudo, meine ich. Ich weiß noch nicht genau, wo das ist. Also, das Ding ist, hier werden wahrscheinlich jetzt nicht wirkliche Polizeiautos oder sonst was rumfahren. Weil, naja, das ist ja schon ein bisschen so abgelegenere Straße hier. Das ist natürlich auch doof, wenn wir hier irgendwie einen Unfall bauen. Ja, ich weiß nicht, wo ich bin. Wir fahren einfach mal. Ich mein... Da hab ich ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Ah, doch, hier nach links geht's zum Fort St. Kudo. Dann ist das, glaube ich, das, was, äh, ich da gerade anfahre. Das wäre natürlich dann nicht so praktisch. Das müsste das tatsächlich sein. Ähm, was wir noch hätten, wäre das da. Ich weiß nicht, ob ich da einfach so hinkomme oder ob das auch zum Fort gehört. Hm. Finden wir's raus. Huch. Wir finden's einfach mal raus. Hm, 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 hm. Ja, also da rechts seht ihr... Da rechts ist Fort St. Kudo. ach dann ist es hier hinten irgendwo nicht hier ich habe keine ahnung wir fahren da jetzt dran vorbei was ich ursprünglich markiert hatte wir finden es heraus also wir werden es merken schon schön hier oder das ist ja auch voll schön da müssen nur auf den tank achten der tank geht leider recht schnell leer bei dem ding hier relativ schnell leer ach guck mal hier ist doch hier sind weinrebe das ist gut das sind gute das ist gut das ist ein gutes zeichen also könnten wir hier relativ richtig sein da oben da ist was müssen wir irgendwie da hochkommen ja dann fahren wir doch mal irgendwie da hoch ne bestimmt easy peasy mit dem ding hier ach du scheiße ja dann warten wir jetzt eigentlich nur bis anna da fertig ist wie auch immer das zeitlich dauert ist natürlich echt super mit dem surfer irgendwo bergauf zu fahren aber hier ist das was ich tatsächlich meinte also ist doch richtig markiert das ein jahr die grafik ist ja hier auch richtig schön mit dieser textur da ich könnte uns auch jetzt sind wir auch noch dreckig das ist also dieses wein ding ja okay auch diese bodentextur mit diesem das ist ja furchtbar okay was haben die jetzt hier was ist das was ist das genau sekt weinen und vieles mehr infos unter 390 390 los santos horthaus ich habe mich abgeschlossen das ist jetzt ein gärtner verein dieser boden so schlimm einfach mal ein bisschen rum gucken hier gibt es auch ein atm Ok. Haben die offen oder so? Würde mich ja jetzt schon mal interessieren so, ne? Aber dann weiß ich zumindest, falls jemand fragt, fahrt mich mal zum Wein-Dings, dann weiß ich, dass das hier ist. Mal gucken, was da ist. Und da. Da bin ich auch so gespannt. Gespannt wie in Flitzebögen. Und wenn wir schon dabei sind, dann können wir mal zu diesen Arenen fahren. Mit den Bühnen-Dingern da. Wow. Ja, das hat ja mal Stil. Ich finde, das sieht einfach echt schön aus hier. Vor allem, du hast dann hier hinten diesen echt tollen Ausblick auch noch. Auf die ganzen Weinreben, da hinten mit dem Vor. Es wird auf der Karte nicht gezeigt, ne? Auf der Karte ist das nicht markiert. Das müsste aber irgendwo hier sein. Hm. Das sieht echt toll aus. Mit ganzen Typen, die hier debben. Schön. Debbende Statuen. Klavier gibt's auch. Da steht auch Alkohol. Schön. Und da hinten gibt's noch so'n kleines. Uh, ist aber auch schick. Mhm, mhm. Da machen die jetzt also die Schnitzeljagd und verstecken sich. Okay. Ich hab' ein bisschen Angst davor, was das geschenkt ist. Bekomm' ich dann noch einen Wurm? Oder sie hat ne Leine. Oder ein Halsband. Müssen wir ihr auch noch erzählen, dass wir beim Steakpark und beim Unicorn angerufen haben. Hm. Ich bin sehr gespannt, was das für ein Geschenk sein wird. Okay, dann haben wir uns das ja auch mal angesehen. Schön. Jetzt wissen wir, wo das ist. Wunder Bärchen. Schnell weg von diesem komischen Textur-Gedöse auf dem Boden. Das ekelhafte Gekrissel. Das ist ja furchtbar. Das tut echt ein bisschen in den Augen weh. Sekunde, meine Haare fliegen wieder vors Gesicht. So. Dann fahren wir mal weiter dahin, wo wir markiert haben. Was haben wir denn dort? Let's go and let's find out. I'm very gespannt. I'm so excited to find out. What there is. What could it be? Oh, what's that? Okay. Auch interessant. Da würde mich ja interessieren, ob da jemand wohnt. Ich gehe stark davon aus, nein. Aber wäre schon sehr witzig. Der Gutsherr vielleicht. Der Gutsherr. Bisschen aufpassen hier mit dem Fahren. Das sind halt auch so Orte, da will man eigentlich nicht unbedingt so rumfahren. Mit einer hohen Geschwindigkeit schon gar nicht. Und ich habe sowieso ein bisschen Angst vor dem Fahren in GTA, weil, Steuerung und so was haben wir hier. Was ist das? Ist das so ein Privat? Okay, da scheint so ein Privathaus zu sein. Okay. Okay. Was haben wir dann hier? Schauen wir da auch nochmal. Was ist dann das da hinten? Schauen wir doch mal nach, was haben wir denn da? Wir schauen mal dort nach, was wir haben dort. Überhaupt nicht gefährlich hier. So, hier ist eigentlich ein Stopp-Ding. Wurde auch zu spät erst angezeigt, aber, ja. Okay, aber das sieht auch aus wie so ein Privat-Ding ist tatsächlich. Okay. Dann können wir das ja so festhalten. Hier gibt es so Privat-Gedönse. Das sind Privat-Villen oder Häuser, je nachdem. Hier ist das Weingut. Ähm, was ist da? Auch mal rausfinden. Bisschen schade, dass hier keine Polizei so random herumfährt, aber ganz ehrlich, ich glaube, das sind wirklich hier so Gegenden. Da fährt die Polizei so selten, glaube ich, rum, oder? Also, warum auch? Hier ist eigentlich nichts los. Hier ist nie irgendjemand zu erwarten. Äh, warum sollten die da jetzt hier rumfahren? Ich meine, das ist schon kurios, dass wir hier rumfahren. Wir machen da so einen kleinen Roadtrip, ne? Wir müssen dann demnächst mal tanken. Ich muss tanken. Demnächst, weil der Sprit geht, der Sprit geht, der Sprit geht recht schnell weg. sind auch wirklich so Gegenden, da fährt man im normalen GTA auch nicht rum, ne? Okay. Ach, guck mal, eine Tankstelle. Ach, wie schön. Die kommt ja wie gerufen. Kann man die sogar... Haben die sogar Sachen? Das ist wirklich hier so eine Gegend, die kommt man doch nie hin. Ähm, erst mal tanken. Ja, das geht zum Glück noch von den Kosten. So, weißt du? Könnte schlimmer sein. Das könnte schlimmer sein. Ganz kurz, das ist wirklich so eine Gegend, hier kommt man nie vorbei. Deswegen schaue ich mal in dieser Mülltonne nach. Für die beste M-Dealerin und Freundin in diesem Staat. Ganz viele Verbandskästen vom letzten Jahr. Für die beste M-Dealerin und Freundin in diesem Staat. Warum schmeißt man sowas hier weg? Einfach mal mitnehmen. Wie ehrlich? Warum schmeißt man das hier so weg? Das ist schon sehr schade. Na, 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 na. Das interessiert mich jetzt aber mal, ob man hier tatsächlich auch was kaufen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, dieser Laden ist, wenn dann, potenziell für Überfälle. Ist mir kurz die Luft weggeblieben. Ja, ja, das ist hier eher für Überfälle gedacht. Falls jemand so verrückt ist, kann der hier halt hinkommen und versuchen, da sich Geld zu beschaffen. Ich weiß gar nicht. Ist halt ein bisschen, na ja, easy peasy zu erreichen. Die fahren einfach nur hier schnurstracks nach oben. Ist ein recht schnell da. Also, na ja. Das lohnt sich jetzt nicht unbedingt so easy mal hier zu überfallen. Finde ich. Aber wer bin ich schon, das zu beurteilen? So. Weiter dahin, wo wir markiert haben. bin ich hier nicht schon mal mit Malz runtergekommen? Ich weiß es nicht. Ich bin so viel schon jetzt mit Malz auch unterwegs gewesen, etc. Das ist halt wirklich so eine Gegend, von der ich einfach nicht so viel Ahnung habe. Man ist hier nicht allzu oft unterwegs. Das interessiert mich jetzt. was steht denn da eigentlich? Liberty City Tales. Toll. Pharaos Ridges. Ist das ein Museum hier? Ich bin ja darum, Sachen herauszufinden. Also los. Machen wir doch mal Luki, Luki. Ohne gegen die Wand zu fahren. Kurz. Okay. Kurz. Wenn jetzt hier ein Auto steht, dann bin ich sehr überrascht. Ach du Heiliger, was ist das denn hier? Ich stelle mich jetzt mal hier hin. Was haben wir denn hier? Ich weiß absolut nicht, was das hier ist. Also es scheint mir so eine Art Museum zu sein oder irgendwas wissenschaftliches. Ich bin mir da nicht so sicher. Rotunda. Ist das hier die Wyatt Family oder was? Low Rotunda. Queuing Dynasty Love. Low Rotunda. Vehicle Parking. Moseley Building. Bell Building. Miranda Building. Ha. Was genau bist du jetzt? Mit ATMs kann man die benutzen? Tatsache. Okay. Das interessiert mich. Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt. Ach so, das ist quasi so der Eingang hier rein. Aber zu was genau? Was wird hier gemacht? Was läuft hier? Äh. Was genau ist das hier? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Okay. Die Stühle hier sind locker flockig, also wird hier wahrscheinlich nicht aktiv irgendwas gemacht. Okay. Bell Building. Ich bin etwas irritiert. Da gibt es einen Irrgarten. Ich werde nicht... Wo bin ich hier gelandet? Haha. Was es nicht doch immer wieder für interessante Sachen gibt hier, ne? Moseley Building. Obbei ich hier auch... Also ich glaube, das würde aber ein bisschen einen Rahmen sprengen, hier irgendwie ein Mapping oder ein MLO zu machen. Äh. Wäre schon echt krass. Ich weiß, dass man hier in der Hauptstory irgendwie eine Mission hatte, ne? Ich erinnere mich, dass man da irgendwie die Treppen gelaufen ist und hier rumgeballert hat. Irgendwas war da. Aber ich glaube, wirklich hier ein Mapping zu machen, das würde... Das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Und vor allem die... ähm... die Technik. Also, es wäre bestimmt machbar, aber ob dann alles noch so gut läuft, ist dann die andere Frage. Boah, ich bin so gespannt, wenn wir jetzt hier reingehen. Stell dir vor, wir finden jetzt hier tatsächlich nicht mehr raus. Und dann muss ich einfach die Polizei rufen oder so. Wie dumm. Also irgendwie findet man immer raus. Ist auch Gott sei Dank jetzt nicht allzu groß. Ne? Da sind wir auch schon wieder raus. Man könnte jetzt hier theoretisch hochklettern. ja, so. Pa, 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 pa. Hm, hm, hm. Oh. Expelliarmus. Ja. Interessant. Interessant. Russian Literature. Russische Literatur. Biranda Building. Okay. Also ich bin, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, was das genau hier ist. Bin ich ehrlich. Ich hab keinen Schimmer. Schimmer. Ich bin aber fasziniert. Ich hatte ja auch schon mal die Idee, dass ich vielleicht einen Charakter habe, der irgendwie so ein Museum eröffnet. Das fände ich auch sehr interessant. Das gibt es ja auch noch nicht. Es gibt noch kein Freibad oder so ein Schwimmbad. Das gibt es auch nicht. Hm. Und es gibt auch noch kein Museum. So, glaube ich. So richtig. Das wäre nämlich noch so eine Sache gewesen, die ich als Idee gehabt hätte. Ich meine, muss man ja auch nicht ausschließen. kann man ja noch im Hinterkopf behalten, dass wir uns irgendwann ein Museum, ich finde es cool, dass die Kamera von alleine hier umführt, dass wir uns irgendwann ein Museum eröffnen. so, jetzt sind wir hier oben. Geht aber tatsächlich noch weiter hoch. Hier ist aber abgesperrt. Das ist ja frech. Kommt man tatsächlich nicht hoch. Aber wir sehen unser Auto von hier. Das ist schön. Hallo. Also hier oben würde uns auch niemand finden, ne? Oder vermuten. Finde ich gut. Hat irgendwie was. Was hat was? Kurz. Schauen wir mal kurz hier drüben. Auf jeden Fall sehr interessant. Wurde hier bisher schon mal irgendwas gemacht? Ich weiß es nicht. Es kommt mir sehr unbe... Also ich meine jetzt, ob hier jemals irgendwie während des Lucky V-RPs mal was gemacht wurde. Das kann sein natürlich. Ich glaube jetzt nicht, dass das völlig unbekannt ist hier. Aber es bietet sich eigentlich sehr gut an für irgendwelche großen Feiern oder so, oder? Finde ich. Also gerade dieser Hof hier. Ich finde, das bietet sich schon krass an. Hier was Großes zu machen. Ein Fest oder so. Ist das noch nie considered worden? Ich finde das schon sehr interessant. Und vor allem hier ist auch... Hier kommt auch nie irgendjemand hin. Man kann hier so viele Dinge tun, ohne dass davon jemand mitbekommt. Okay. Jetzt wissen wir auch, was hier ist. Schön. Und weil die ATMs hier sind ja auch benutzbar, also gehe ich schon davon aus, dass hier mal irgendwie was geplant war oder irgendwas gemacht wurde. Wenn da jetzt noch irgendwie was drin ist, das wäre natürlich auch noch krass. Nee. Hier? Nee. Nee. Schade. Aber es ist halt auch einfach offen. Ich meine gut, man kann auch von der anderen Seite irgendwie rein, aber schon sehr interessant. Nun ja. Das war unser kleiner Ausflug hier zu kurz. Ist ein bisschen kurz geraten, aber macht ja nichts, ne? Dann gucken wir nochmal, was wir noch so anschauen können. So, das wäre das gewesen. Dann haben wir noch genau, ich wollte zu den Stadien da wäre einmal hier. Jetzt muss ich erstmal wieder drehen. Wir fahren mal hier kurz runter, so. Können wir das auch nochmal so erleben. Okay, da fahre ich nicht runter. Da erlebe ich nicht allzu viel. So, einmal wieder raus hier. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass die Polizei hier auch keine Streifen macht, weil hier eigentlich ein potenzielles Örtchen ist, um halt eben Dinge zu tun, ne? Das ist, naja gut. Schön. Na gut, unten ist auch eigentlich so eine Pforte mit Einlass, die wir aber ignoriert haben. so, ich fahre hier auch ein bisschen schnell, aber hier ist ja eh nix. Raus kommt man einfach so. Aber das ist ja immer so. Raus kommt man immer. Außer Knast. Wobei auch selbst da kommt man irgendwie raus. Was ist das hier? Hier links ist Shamrock. Okay. Mhm. Na, 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 na. Na, 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 na. Also ich will mal so sagen, wir haben jetzt nicht so viel AP heute, aber wir schauen uns einfach mal ein bisschen mehr um. Das Gute ist, dass wir jetzt ein eigenes Auto haben und das machen können. Das ist halt das Tolle. Vorher ging das ja nicht so. Aber mit einem eigenen Auto ist das schon mal ganz gut. Ja, nur leider Geld haben wir jetzt so gut wie gar keinen Plus gemacht, weil wir die ganze Zeit nur irgendwelche Rechnungen bezahlen. Wir haben viele Ausgaben wieder, ja. Das ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt wird es auch wieder interessant, weil wir hier in den Weinwohnbergen quasi wieder sind, wo es ein bisschen schwieriger ist, hochzukommen. Das Navi schickt uns auch schon wieder sonst wo lang, ja. Ich sag ja, das schickt uns wieder sonst wo lang. Habe ich so nicht kommen sehen. Nun ja. So, jetzt sind wir da links hoch. da hoch, okay. Komm schon, komm schon. Vor allem Speedlimit 25, wie soll man mit 25 hier hochkommen? Wir fahren unter 25. Ah, schön. So, haben wir es doch noch geschafft. Wunder Bärchen. ist hier oben nicht der Ententeich. Ja. Hier links geht es jetzt zu Slice Aussichtsplattform. Ich wollte eigentlich einen Zettel hinterlegen für Sly, aber Sly ist ja jetzt eh erst mal länger nicht da, deswegen macht es auch keinen Sinn, das zu tun. So, aber da vorne wollte ich hin. So. Abgeschlossen. Fuck, ich würde die diese Schnitzeljagd machen. Wer wird sich mit denen so begegnen? The Forum. So, das hier ist das eine Stadion quasi, also Stadion, die eine Arena, wo viele Auftritte gemacht werden. Hier wurde es, glaube ich, zum Beispiel auch dieses was die hier neulich gemacht haben. Das wurde hier zum Beispiel aufgeführt. Hier gibt es auch Hocker. Hier gibt es sogar mittlerweile eine Bar, das kenne ich sogar noch nicht. Jerenkov Premium Vodka. Also hier hat das habe ich auch schon länger nicht mehr so gesehen. Und dann habe ich hier oben quasi die Bühne. Ich bin jetzt mal so frech. Dahinter gucke ich jetzt nicht, weil da hinten ist halt Maske, Umkleidung gedünst. Aber hier wäre jetzt quasi die Bühne. Und hier würde jetzt Louis stehen und seine Tricks machen. Und damit fliegt Konfetti. Konfetti. Ja. Also das wäre hier die eine Bühne. Und dann gibt es noch eine andere kleinere, die wir schon von Weitem gesehen haben auf dem Berg. Berg. Ist auch schon ewig her. Und hier steht eigentlich sonst immer Security natürlich. Aber hier ist jetzt halt natürlich nichts los. Warum auch? Wie wird das Fahrzeug eigentlich wieder sauber? Es stört mich, dass es dreckig ist. Naja. Was will man machen? So, das wäre das hier. Ähm. Ich weiß auch nicht, was das da ist. Das würde mich auch interessieren. also das da. Dann haben wir da noch irgendwas. Das würde mich auch mal interessieren. Und dann haben wir das da noch. Ich weiß nicht, ob es sonst noch was gibt. Ich weiß tatsächlich auch nicht, was hier hinten ist. Wobei, da sind wir glaube ich sogar schon vorbeigefahren mal. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch nicht, was da ist. Und irgendwo ist auch der Leuchtturm. Ich glaube hier? Ich bin mir keine Ahnung. Ich weiß das doch nicht, du. Fahren wir erstmal da hin und schauen, was da abgeht. Okay. Wir wollen eine Reise machen, die geht nach Madrid. Nicht gewartet, schnell gestartet, wer will mit? Du und du, ihr beide, ihr könnt mit mir gehen. Die anderen hol ich auch noch ab, doch einer, der bleibt stehen. Nicht, dass das jetzt diese Funkstation ist, oben bei dem Weinwurtschild. Nicht der Hollywoodschild, sondern Weinwurtschild. Das könnte natürlich sein, ne? Doch, das ist das. Ja, mal gucken, ob wir da noch irgendwann ankommen. Ja, doch, das ist das, ja. Okay. Auch gut zu wissen. Aber auch ein bisschen unnötig zu wissen, weil hier will halt eh niemand hin, weil... Wozu? Hier ist ja dicht. So, you know. Das müsste ich zumindest, wenn hier irgendwas am Laufen wäre. Das müsste ja zu sein. Aber ich glaube, hier ist halt nichts. Hier wäre halt, glaube ich, auch so eine ganz gute Funkstation gewesen für World of Music zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist dann doch wieder ein bisschen zu weit abgelegen und zu weit oben, hier blöd hinzukommen. So, you know. Aber gut. Dann haben wir... Wie ist der Weg dahin? Okay, und da ist der Weg so. Dann können wir dahin und dann fahren wir dahin. Ach ja. Das ist schön, oder? Heute mal ein bisschen... ...auf Tournee. Könnte man das nennen. So ein bisschen vorsichtig fahren hier. Für Thomas und den anderen sind wir mal kurz hier hochgefahren. Vor langer, langer Zeit. Boah, ist das lang her mittlerweile. Stimmt, wir könnten auch noch mal ins MD und Anna eintragen lassen. Wir haben ja nur Liam und Sly eintragen lassen. Aber Anna wäre jetzt natürlich auch schon die nächste Möglichkeit noch. Das könnten wir noch machen. Wir wollen eine Reise machen. Die geht nach Madrid. Komische Ortschaften hier, oder? Wo ich hier so rumcruise, ey. Das ist ja... Stell dir vor, mir kommt jetzt hier irgendeiner entgegen. Okay, mir folgt auch niemand. Das ist schon mal gut. Was ist denn da unten eigentlich? Ich überlege gerade, wo wir hier genau sind. Ist das irgendein Stadion? Ah, wir sind hier... Da hinten ist der Lohner Market. Da vorne ist Meriwether. Ja, 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 ja. Okay. Auf dem Parkplatz, da stand mal ein richtig cooles Auto. Ist auch schon wieder lange her, wo wir da waren. Da ist diese Tankstelle. Boah, Schlaglöcher. Malz würde sich wieder aufregen. Genau, und hier links geht es zu diesem... ...Stadion. Das kenne ich tatsächlich aber auch gar nicht so gut. Ach, nee. Das ist das, was ich eigentlich im Kopf hatte, oder? Ach, ich habe keine Ahnung. Hier war da damals... Hier... Ach, ja. Hier war damals das... Gott, ist das lange her. Hier wurde Venture damals vorgestellt. Boah. Heilige ist das lange her. Das war hier. Hier war damals die Vorstellung von Venture. Wenn ich mich nicht irre. Da hat Dennis, also Heidel Draut, einen Event-Charakter gespielt... ...der quasi Venture vorgestellt hat. Boah. Ist das lange her. Ja, 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 ja. Und da stand damals Knussi... ...da vorne mit seinem Foodtruck hier quer. Und da hinten an dieser Ecke war da ein Krankenwagen und so. Heilige. Boah. Ist das ewig her, ne? Da wurde Venture vorgestellt. Kommt da mal drauf klar, ey. Ha, 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 ha. Ja. Also, das wäre die andere Bühne. So, was ist da? Das würde ich gerne noch wissen. Dann würde mich interessieren, was das hier hinten ist. Das sieht ja aus wie so ein Kraftwerk. Oder was das da ist. Irgendwo muss da auch dieser, ähm... Leuchtturm sein. Oder was ist das da? Was ist das da? Irgendwo muss da auch dieser Leuchtturm sein. Wo ist das denn? Ist das das hier? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Mann, Mann, Mann. Ist das krass hier. Ich weiß, man kann das auch im normalen GTA so, äh, sich anschauen. Aber es ist einfach immer noch ein bisschen intensiver, wenn man im RP selbst hierher kommt. Ich find's krass. So lange her, äh. Venture wurde da vorgestellt, ey. Boah. Das musst du dir mal vorstellen. Damals gab's Venture noch gar nicht. Mittlerweile ist das ja wirklich so ganggebe Venture zu nutzen. So. So, jetzt muss ich natürlich gucken. Äh. Gehst du auf? Dann mach ich das jetzt mal frech, wie ich bin. Weinwood Hills ist links. Schauen wir doch mal. Was das markiert ist. Bin heute auf Entdecker-Modus. Ah, ich glaub, ich weiß sogar, was das ist. Da war, glaub ich, ne GTA-Mission, ne? Ja, 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 ich weiß. La Fuente Blanca. Das war hier so ein... Privatgedönse. Ja, 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 ja. Ich erinnere mich. An die Mission. Die war echt scheiße. Okay, das wäre das gewesen. Das würde mich interessieren. Schauen wir mal. Hier ist halt auch so eine Gegend. Hier fährt halt keine Sau rum. Ja. Nur die Verrückten, die sich alles anschauen wollen, wo was genau ist. Dazu gehöre zum Beispiel ich. Hallo. Das macht man halt, wenn man nichts zu tun hat. Dann cruist man hier so umher, schaut sich die Gegend an. Jetzt bekomme ich Hunger. Das ist aber kein Problem. Ich habe ja noch was zu essen da. Äh. Hm, hm. So, fahren wir da gerade mal hin. Dann essen wir was. So, hier ist das, ähm, der Ort, wo manchmal so eine Straßensperre gemacht wird. Oder Kontrolle, sagen wir es so. So, und hier sollen wir jetzt abfahren. Ich bin ja sehr gespannt, wie das mit GTA 6 dann sein wird, bezüglich RP. Also ich sage so, GTA, äh, GTA 6 an sich. Also klar, ich finde es interessant, aber es haut mich jetzt nicht von den Socken, sage ich jetzt mal so. Ja. Der RP-Aspekt ist für mich da doch eher interessanter. Ist das jetzt auch so eine Gegend, die sagt mir überhaupt nichts, ne? Ich, ich bin ehrlich, es sagt mir gar nichts hier. Als ob ich das noch nie gesehen hätte. Das ist unfassbar. Okay, hier ist irgendeine Fabrik. Schon mal interessant. Green Power. Okay. Hier ist Green Power. Aha. So, mit Sicherheit nicht wirklich so ein Ort, der so betrieben wird, ne? Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Hier gibt es hier viele Parkplätze. Also wenn ich jetzt hier irgendjemandem begegne, dann habe ich Angst. Bin ich ehrlich. Okay. Elektrizität gibt es hier. Aber ansonsten... ...ist hier halt wirklich auch nichts los. Okay. Weiß man ja nicht. Deswegen schauen wir ja. So, wir parken mal ganz kurz. Opsa. Genau hier wollte ich hin. Damit wir was essen. Ach, ja. Mal was trinken nebenbei. Aber hier fährt halt auch keine Polizei rum, weißt du? Das sind eigentlich alles so... Das ist interessant. Das sind alles so Gegenden, wo man absolut so viele Dinge tun könnte. Und keiner würde es merken, weil hier einfach ansonsten echt tote Hose ist und nichts abgeht. Was haben wir denn da? Weiter geht's mit der Erkundung. Das kommt mir auch so komisch vor, als ob ich wirklich GTA Online... Ne, als ob ich einfach nur GTA spielen würde und hier rumfahren würde, weißt du? Also, einfach nichts los. Aber gut, ich glaube, es ist sowieso generell jetzt nicht so viel los aktuell. Wobei, ich weiß es nicht. Ich merke es ja nicht. Ich fahre ja irgendwo durch... ...durch sonst irgendwelche Gegenden, wo halt tote Hose ist, ne? Naja... Kann man ja auch mal machen. Wenn hier sonst keiner rumfährt, mache ich das halt. Ach, gucke mal. Da ist der Dino. Hier ist der. Hier ist ein Dino. So, jetzt bin ich gespannt, ob hier irgendwas abgeht. Also, garantiert nicht, ne? Das Dino wird nicht betrieben. Aber die Mülltonnen, die interessieren mich und ob da jemand in diesem Wohnwagen wohnt. Kommt man da rein? Nein! Da wird jetzt keiner drin wohnen. Ähm... Hier gibt es sogar eine Zapfsäule. Ich frag mich, ob man die benutzen kann. Aha, guck mal, Diclofenac-Gel. Diclofenac. Aber wohl benutzt. Kann ich hier tanken? Guck mal, man kann hier tanken. Das ist doch schon mal interessant. Wer wohnt hier? Wohnt hier jemand? Nein. Mhm. Weißt du, das ist halt das, was ich jetzt hier nicht erwartet hätte, dass in dieser Mülltonne irgendwas Interessantes drin ist. Aber da war einfach Diclofenac-Nippel nutzte. Und hier steht auch ein ATM, interessanterweise. Rex is Diner. Ist wohl... ...sehr oft... ...ja, besucht worden. Hat gut Umsatz gemacht wohl. Ins Negative. Weiter geht's. Hier sind irgendwelche... ...Bergarbeiter-Lager. Ich glaub, die werden sogar benutzt. Für LS-Resources, glaube ich. Aber jetzt interessiert uns ja erst mal das, was wir markiert haben. Da haben wir U-Tool. Da links. Da könnten wir eigentlich auch mal ganz kurz nachschauen, ja. U-Tool. Da haben wir das auch mal gesehen. Da gibt's auch ein ATM. ...Bretter. Weiß gar nicht, gibt's hier irgendwas? Ups. Entschuldigung. Da ist auf jeden Fall sehr viel am Start. Haben die offen? Mit Sicherheit nicht. So ein komischer Ort eigentlich für so einen Laden, oder? Aber gut. Schade. Das wär' jetzt mal interessant gewesen, ne? U-Tool. Gibt's hier Mülltonnen? Das ist mir jetzt zu doof, da hinten hinzurennen, ey. Da fahr' ich doch lieber hin. Also ist halt so ein Baumarkt, ne? Ein typischer Baumarkt. Ups, das ist vor allem nicht so geplant, auf dem Sand zu fahren. Keine Mülltonnen, tatsächlich. Das ist ja schade. Na gut. So, jetzt müssen wir aber schauen, naja. Das ist schon gefährlich. Okay. Das war U-Tool. Leider zu. Ich weiß gar nicht, ob die auch noch aktiv betreten, betreten, betrieben werden. Hm, also ich hoffe schon. Weil, soweit ich weiß, konnte man da früher immer so Brecheisen, was weiß ich, holen. Hm. Ich weiß es nicht, ob die noch betrieben werden, oder ob das alles jetzt so auf das Pfandhaus und so ausgelegt wurde. Hm. Kann ich nicht sagen. So, das hier, das rechts hier, das gehört zur Union Crain. Das hier werden halt auch so interessante Mülltonnen, um irgendwie was wegzuschmeißen, weil das auch halt ein bisschen abseits ist, ist da nix. Nein. Das, das. Huch. Hä? Junge, was genau ist deine Mission? So, dann sagt er, dass ich soll hier lang. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar hier ist irgendwie was von der Mafia, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich, keine Ahnung. Es gibt so viele verrückte Orte, wo was sein kann. Da ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie wo was. Und von der Mafia habe ich tatsächlich sowieso sehr wenig Ahnung. Dafür habe ich zu wenig Napier gesehen bisher. Naja. Napier ist doch so tatsächlich der einzige richtige Crime-Char, den ich gucke. Also, oder gucken würde. Übrigens sehr gespannt, wo wir gerade hinfahren. Okay. Humane. Ja, wenn das mal nicht zu aussieht hier, ne? Oh, da stehen sogar Fahrzeuge. Ich bin schockiert. Da stehen Fahrzeuge. Ich fasse es nicht. Okay, hier wird tatsächlich was betrieben. Das interessiert mich jetzt. Mal kurz aus. Humane Labs. Ist das das hier? Tatsache. Das ist das hier. Ist ein seit 2001 gegründetes Unternehmen der Pharmaindustrie. Nach mehreren Vorwürfen, die 2018 in dem Konzern aufgetaucht sind, wurde das Unternehmen geschlossen seit 2020, wenn sich das Unternehmen neu besetzt und konzentriert sich darauf, nachhaltige Medikamente für die lokale Pharmaindustrie herzustellen. Aha. Interessant. Alles klar. Man lernt nie aus. Das hier ist Human Labs. Dann fallen wir doch mal dahin. Ich habe Durst. Dann trinken wir erst bei den Kaffee to go. Ich war gerade ein bisschen überrascht, dass sie tatsächlich Leute sind. Also ich wusste, es gibt Human Labs. Ich wusste nur nicht, dass das halt hier ist. Damit rechnet man halt hier draußen so nicht. Aber da stehen tatsächlich einige Fahrzeuge. Ich bin überrascht. Die Erkundungstour. Jetzt wissen wir auch, wo Human Labs ist. Also wenn hier mal jemand hin will, wissen wir das auch. Aber das ist ja keine öffentliche Einrichtung. Das heißt, wir können da halt nicht rein, logischerweise. Und wenn wir schon dabei sind. Jetzt dachte ich mir schon, dass Noah da sein wird. Irgendwie habe ich das erwartet. Matthew ist angeblich auch noch da. Okay. Also Noah ist am Start. Ist schön für ihn. Das ist schön. Ich mag ihn trotzdem nicht. Oder sagen wir Louis mag ihn nicht. Wobei, naja. Boah. Ha 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 ha. Uh. Ich habe es schon fast kommen sehen. Oh. Das ist auch wieder hier so abgelegen. Das ist unfassbar. Hab ich mich verjagt gerade. Oh. Oh. Ich will mein Auto nicht schon wieder kaputt machen. So. So. Gleise. Stopp voraus. Und jetzt sollen wir auch hier rechts lang. Was steht denn da? Meine Neugier wieder mal. Okay. Sehr gut. Also das ist ja halt die Union Grain Farm. Die wird ja, soweit ich weiß, auch betrieben. Seitdem hat sich was geändert. Keine Ahnung. Und das wird nur noch die Wilzenfarm benutzt. Das kann natürlich auch sein. Ich stecke da ja nicht drin. Schon wieder ein Stoff voraus. Karpel Catfish. Ach guck mal da. Leuchtturm. Das sieht doch gut aus. Leuchtturm ist doch da drüben. Da drüben hätte ich hingemusst. Da fahren wir dann gleich hin. Wo fahren wir denn jetzt hin? Wir werden es da rausfinden. Schübidubidu. Der Tank wird auch langsam wieder leerer. Ich habe nicht mal studiert. Eieiei. Ach du Heilige. Wo bin ich hier gelandet? Ach, das war glaube ich hier, ähm, hier war glaube ich die frühere, oder? Ne, weiß ich nicht. Ne, keine Ahnung. Ne, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, ich geb's zu. Irgendwas war hier vielleicht mal. Aber ich weiß nicht was. Ich weiß, dass Knussi hier mal war. Mit Walter und, also nicht mit Walter Weiß, sondern mit Zebrawurst Walter. Hier steht auf jeden Fall Boote. Also auch welche, die funktionieren. Die sind halt im Wasser. Mhm. Ist aber schick. Und was genau das jetzt hier ist, weiß ich nicht. Also die Polizei hat hier ihr Boot. Mehrere. Hm. Auf jeden Fall kann man hier bestimmt gut angeln. Wohnt hier jemand? Das wär jetzt sehr witzig. Ich glaube aber nicht. Schade eigentlich, ne. Wär schon ein ganz cooler Ort zum Wohnen. Na gut. Dann einmal zum Leuchtturm rüber. Dann wissen wir das auch, was hier bei diesem Kreisel ist. Oder Kringel. Und da vorne auf der anderen Seite ist der Leuchtturm, wo ich eigentlich hinwollte. Hm. 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 Ach. Straße. Fühlt man sich direkt viel besser. Hm. So. Und da vorne dann rechts. Dann kommen wir zum Leuchtturm. Lighthouse. So. Gar nicht kompliziert. Und. 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 aufmachen. Ja. Jetzt noch mal. Ja. 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 rein aus Gartenschere abgenutzt reine Interesse wohnt hier jemand? das würde mich jetzt wirklich mal interessieren wohnt hier tatsächlich auch jemand? das ist doch hier die ist das nicht hier auch die Ursa-Group? müsste doch hier sein, oder nicht? das ist der Herbal Witcher Büro Natural Medicine und Ursa-Group Labor aber es ist halt natürlich keiner da in dem Leuchtturm zu wohnen wäre natürlich auch ganz cool aber leider ein bisschen schwierig hinzukommen da bräuchte man schon hier unten so ein Boot am Steg mit dem man dann immer hin und her scheppert aber selbst dann ist es ein bisschen schwierig okay, hier liegt Zeug juckt mich nicht ach ja Louis kommt heute rum das ist schön aber so langsam gehen mir auch die Ideen aus wo wir noch hin könnten sind jetzt ja oben bei Grape Seed wieder in der Nähe da sind ja die Ranger hier hinten ja können wir da nochmal hinfahren ansonsten war es das eigentlich auch schon wieder so mit den Sachen ach nee hier unten wollten wir auch nochmal gucken ja wir fahren erstmal da rüber muss ich erstmal wieder hier hochkommen auch weil wir in Grape Seed halt so gut wie noch gar nicht so wirklich waren aber gut jetzt wissen wir auch wo hier der Leuchtturm ist und das hier Ursa ist Schnieker ja fahren wir mal ist jetzt nicht allzu weit da können wir auch mal tanken also bei der nächsten Tankstelle die ich sehe ich weiß noch nicht wo es hier eine Tankstelle gibt irgendwo wird es eine geben ob man da tanken kann das wäre natürlich praktisch nein das ist natürlich doof aber hier ist auch keiner da hier ist halt ein Flugfeld ne ja Tankstelle irgendwo wird eine Tankstelle sein bestimmt wir fahren mal hier so in die Richtung irgendwas klackert das gefällt mir nicht ich weiß auch nicht ob ich hier überhaupt fahren darf warum klackert denn da irgendwas das gefällt mir nicht da guck mal da guck mal grapeseed grapeseed erst mal tanken heute wird sehr viel getankt das ist doof immer wenn ich den Kakao schüttel dann ist oben im Deckel immer was drin deswegen muss ich dann da immer so ein bisschen schlürfen so das haben wir und das war auch wieder so ein Laden wo halt nichts drinnen ist kannst hier reingehen hast du aber hier ein ATM ach nee du kannst hier nicht mehr reingehen genau der war zu waren ja schon mal hier und haben mal rum geguckt aber der ist halt einfach zu warum auch immer das verstehe ich auch nicht so ganz warum der dann zu ist ähm ich weiß nicht ob das hier schon die Wilzenfarm ist ich kenne mich hier nicht so aus mit den Farmen oder in dieser Gegend wirklich diese Gegend das sind so Gegenden mit denen habe ich nichts am Hut ne wenn wir schon mal hier sind und zu Fuß gerade laufen mich interessiert auch mal hier komm wir parken mal da vorne so solange nicht der Haupt der Anzeigen Hauptmeister vorbeikommt ist alles in Ordnung also das hier ist wirklich so eine Gegend wo ich mir denke was ist das für ein Drecksloch Grape Seed ist wirklich so ein Drecksloch ich habe noch nie was mit Grape Seed zu tun gehabt und jetzt bin ich mal hier und jetzt schauen wir mal hier rum und es ist ein Drecksloch wir haben hier ein Sheriff Department tatsächlich von Grape Seed wobei ich nicht weiß ob das tatsächlich auch aktiv benutzt wird weiß ich nicht ich glaube nicht ich habe davon noch nie gehört dass das benutzt wird also es gibt auf jeden Fall eins ich denke mal das kann man auch einfach mal benutzen wenn man es braucht aber ganz ehrlich hier Grape Seed ist hier ist ja nichts los so hier geht ja nichts ab das ist ja hier alles tot quasi das ist wie so eine verlassene Stadt da vorne steht ein Fahrzeug warum ist doch noch interessant hier aber hier gibt es Mülltonnen und da kann man ja mal schauen da kann man ja mal schauen auch wenn hier wahrscheinlich nichts sein wird ganz ehrlich wenn ich was entsorgen wollen würde dann doch hier oder ich meine hier guckt doch keiner okay 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 Okay, es sind auf jeden Fall Leute hier unterwegs, das ist interessant, ein bisschen beängstigend, warum fahren hier Leute durch? Gibt es einen Grund dazu, hier durchzufahren? Weiß ich nicht. Ich meine, ich hatte einen Grund jetzt hierher zu kommen wegen dem Mülltonnen, äh, wegen dem Mülltonnen, wegen dem Tanken, das wollte ich sagen. Nicht wegen dem Mülltonnen. Die Mülltonnen sind ja nur so ein Beigeschmack. Deswegen interessiert mich das auch gerade mal, ob man hier in diesen Laden rein kann. Ja, Tatsache. Aber hat dieser Laden noch irgendwas? Das weiß ich nicht. Das, keine Ahnung, finden wir mal ganz schnell heraus, indem wir hier hinten hin dackeln. Und, Tatsache, es gibt hier Hosen. Okay, also das ist tatsächlich ein benutzbarer Kleiderladen. Schön. Gut zu wissen. Mit ATM. Was ist das da drüben? Irgendein Supermarkt. Also wirklich, ich habe schon ein bisschen erwartet, dass hier was sein könnte in den Mülltonnen, einfach weil das so ein abgelegener Ort ist. Und dann würde ich sagen, boah, geil, hier kann man so gut Sachen verschwinden lassen. Hier guckt doch keine Sau nach. Vielleicht decken das aber auch sehr viele und deswegen ist ja auch schon nichts mehr, weil alles immer mitgenommen wurde schon. Hm. Keine Ahnung. So, dann haben wir hier links noch diesen Supermarkt. Das interessiert mich jetzt auch noch. Wir dackeln da jetzt einfach mal hin. Da steht ein Fahrzeug, also muss da ja irgendwas sein, oder? Ich meine, warum sollte sonst da einfach so ein Fahrzeug rumstehen? Oder gibt es hier irgendwas? Wohnen hier Leute? Bitte. Aber wenn, dann würde ich hier doch hier in der Einfahrt parken. Was ist das für eine riesige Tür, Alter? So wird ja voll die gigantische Tür. Aber da gibt es tatsächlich Wohnungen. Warum parkt man dann da drüben? Also wenn ich hier wohnen würde, dann würde ich natürlich in der Einfahrt parken. Da besteht sogar ein Motorrad. Und jetzt... Och. Ne. Guck dir das an. Ein grüner Käfer. Also ich sag ehrlich, ich finde, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin eigentlich kein so großer Grün-Fan. Aber ich finde, so sieht der Käfer gar nicht so schlimm aus. Den anderen vor dem PD, den fand ich echt hässlich. Der dann da immer stand, dieser beige-grüne. Den fand ich hässlich. Aber so, finde ich, geht das voll in Ordnung. Ich hätte den eigentlich ganz gerne so in beige. Komplett so. Mit hier vorne so einer Zahl drauf. Gibt es da drüben irgendwas? Nö. Jetzt laufe ich hier irgendwo durch Grape-Seed, durch das letzte Drecksloch, weißt du? Und durchsuche irgendwelche Mülltonnen. So weit ist es schon. Aber ich meine, man könnte hier theoretisch auch wohnen. Es ist recht abgelegen. Hier ist halt nicht so viel los, glaube ich. McBride wohnt hier, okay. Ich glaube, das ist halt auch schwierig, hier was zu kriegen, weil einfach schon alles auch weg ist. Vergeben. Hier zum Beispiel. Wohnt. Okay, keine Ahnung, ob da jemand wohnt. Auf jeden Fall. Gedingst. Wäre jetzt noch hier interessant. Da steht ein Motorrad. Da wohnt also jemand. Da gehen wir mal nicht hin. Und hier links steht auch so ein blaues Auto. Aber das Haus gefällt mir ganz gut, ne? Es hat was. Das sieht doch am besten aus von allen hier. Haha. Ach, hier ist auch, ähm... ...m... 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 Ist hier irgendwas Größeres? Wann hier mehrere Fahrzeuge stehen? Muss ich doch direkt mal nachschauen. Bin ich ja nicht so, ne? Brand. Oh. Oh. Okay. Dann verstehe ich das. Die Frau Brand wohnt hier. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Also ich geh jetzt mal davon aus, dass das die Frau Brand ist, ne? Rebecca Brand, die eine Chief ist, äh... ...die ein Chief ist, glaub ich, irgend so was. Äh... Die wohnt natürlich in dem schicken Ding da hinten. Hier vorne ist auch die Ecke, wo wir die eine Person abgeholt haben, mit Matthew. Mh... Je. Je, 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 je. Das wäre Grape Seed, ne? Ist halt nicht so groß. Grape Seed hat halt meistens... Äh... ...eher hier die Farm mit dran. Ansonsten ist es halt nur diese eine Straße. Ähm... Deswegen... Ja. Ne? So. Eieieiei. Trotzdem frage ich mich, wem das Auto da gehört. Was geht denn so auf Ventura? Ihr wollt lose für das Just Ride X Vanilla Unicorn Event am 12. April ab 21 Uhr. Wir haben sie. Sichert euch für je 50 Dollar, maximal drei Lose. Mh, 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 mh. Dass wir ab heute unsere neue Filiale am Vespucci Boulevard Downtown Los Santos direkt gegenüber von Dynasty 8 eröffnen. Aha. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit der Pacific Standard Bank ihrem zuverlässigen Partner im Bereich Finanzierungsangelegenheiten unseren Räumlichkeiten begrüßen zu dürfen. Montags, Mittwochs, Freitags und Sonntags von 19 bis 22 Uhr. Pff, 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 pff. 190, 190 oder per Venture-Mail. Hm, hm, hm. Ja, Versicherung, da wollte ich mich eigentlich auch immer drum kümmern, aber das ist ein bisschen... Hm, hm, hm. Ah ja, okay. Und auch die haben wir jetzt dann ab heute dort offen. Ach, das ist deswegen... Ach, ja. Deswegen war da auch die Baustelle. Okay, ich verstehe. Hm, hm, hm. Hier ist das rote Parkhaus. Ich verstehe. Rufe uns an, wenn ihr ein Taxi braucht. Zack. Ach, ich bin ja gar nicht mehr... ...angemeldet. Wer das wohl gepostet hat? Kommt ja nur einer in Frage, oder? 1 2 3. 1 2 3, wir rust an, wir kommen vorbei. Da wollte ich nicht hin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, los, dann, wir kommen vorbei. Ich komme zurück nach San Andreas. Coco London. Hey Family, ich freue mich, euch mitzuteilen, dass ich Ende April meine Asiantour unterbrechen werde, um einen ganz speziellen Gegen-San Andreas zu spielen. Ihr findet mich bei den Veranstaltern von Project Omega auf ihrer Stage auf dem Alamonia-Festival. Okay, Coco war anscheinend gar nicht da, aber kommt wieder her. Kriminalstatistik, Merz. Die dritte Episode meines Podcasts ist ab sofort verfügbar. Ich spreche über eine ehemalige Polizistin, die sie selbst verlor, und hier muss man sich die Frage stellen, ist die Kündigung gerechtfertigt, was meinen sie? Oha, um wen geht's da? Es könnte um Collins gehen, es könnte aber auch um Sorkin gehen. Hm, das würde mich interessieren. Aber ich habe keine Kopfhörer. Das Pfandhaus. Das interessiert mich auch. Aha. Rauschgiftdelikte, 45 Prozent, Davis. Wo ist denn das? Vespu-Cipiti, hä? Warte, Mission Road, Davis, Delpero, La Mesa, Blaine County, alle Sektoren, hä? Ehrverletzungsdelikte. Verkehrsdelikte, Vermögensdelikte, Waffendelikte, 30 Prozent. Delikte gegen Leib und Leben, Minus 13 Prozent. Sonstige Delikte. Okay. Okay. Achso, es geht um die Gebiete. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Okay. Tatsache. Walter weiß. Müsste ich eigentlich mal nach Hause und mir die Kopfhörer holen, um das anzuhören, ne? Hm. Wie der Matthews sich auch nicht ausstempelt, ne? Das macht mich kirre. Ja. Wahnsinnig macht mich das. So. Gehen wir erst mal zum Auto. Da ist dieses Drecksloch hier weg. Das ist halt wirklich furchtbar, ja. Wo wir auch noch nicht so wirklich waren, ist Chumash, ne? Oder Chumash. Da waren wir auch noch nicht. Da müssten wir eigentlich auch noch mal vorbeischauen. Aber jetzt möchte ich gerne erstmal nach Hause und mir die Kopfhörer holen. Ich möchte mir diese dritte Episode anhören. Geht's um Collins oder geht's um Sorkins oder jemand ganz anderen? Wobei Sorkins eigentlich nie gekündigt, äh, ge, hier, Collins wurde eigentlich nie gekündigt. Die hat immer selber Wind dann gekündigt, ne? Sorkins war ja schon immer so ein Problemfall. Ich mach mal hier Rest in Peace an Frau Sorkins, ja. Ich hab das tatsächlich gar nicht so richtig mitbekommen. Ich hab nur irgendwann mal ne Folge gelesen, dass da wohl Frau Sorkins tot aufgefunden wurde in ihrer Wohnung. Irgend so was war da. Ist aber schon wieder lange her. Ja, aber aktuell, wo ich ja bei Dennis Walter Weiss Geschichte gucke, ist sie noch in vollem Gange und macht Quatsch. Aber weil sie nicht mehr so aktiv zu sehen ist aktuell. Also aktuell, ne? Zu dem Zeitpunkt. So, jetzt sind wir hier irgendwo da oben. Wollen wir nochmal hier kurz nach Chumash rüber und einfach mal schauen. Machen wir das doch noch schnell. So, da rechts geht's zum State Park. Das hier ist der ehemalige Ranger-Park. Sö. Sö. Ich frag mich echt, wo die die Schnitzeljagd machen. Ich hätte ja irgendwie gedacht, vielleicht hier bei der Farm. Aber vielleicht auch nicht, ne? Hell sehen kann ich ja leider nicht. Der hat von irgendeiner Poppy geredet. Und die Poppy... Äh... Beim Steg da waren wir auch schon mal. Glaube ich. Wo wir aber dann doch nicht so unbedingt hinwollten, weil das sehr scheiße aussah. Also kaputt oder so. Ja, also hier ist ja auch irgendwas, ne? Da hinten ist der Alien... Berg. Ach, gucken wir mal. Die Nord 1. Haben wir mal anderes Leben gesehen. So, hier haben wir wieder Sandy. Rechts sind die... ...Police-Leute. 1, 2, 3, 1, 2, 3... Ich bin so froh, dass das Autofahren selbst... ...nicht so schlimm ist, wie wenn ich... ...mit irgendjemand anderem mitfahre. Aber das hat sich zum Glück auch gebessert, ne? Manchmal ist es noch ein bisschen... ...schwierig. Aber ich finde, es ist um einiges besser geworden. Das war ja wirklich furchtbar. Teilweise. Ich hab echt gedacht, wenn ich selber Autofahrt... ...dass es dann genauso schlimm wird. Aber Gott sei Dank ja nicht. Gott sei Dank nicht. 1, 2, 3, 1, 2, 3... ...dass es dann, wir kommen vorbei. Ach ja. Cooles Ding. Peter hat's nicht gekriegt. Aber Noah. Das finde ich auch schon wieder, weißt du? Noah bekommt's, aber Peter nicht. Ich weiß nicht. Ich halte von Noah einfach nicht wirklich viel. Bin ich ehrlich. Also Louis schon gar nicht. Aber auch ich persönlich finde Noah jetzt nicht so... ...hat keiner gesehen. Hier links ist die Kirche. Nee, also ich selbst finde jetzt Noah auch nicht so... ...gerade den... ...coolsten. Naja. Da sind Louis und ich uns einer... ...meinung... ...einig. Gedingst. Und ja. Man muss ja nicht jeden mögen, ne? ...befahrende Sonne entgegen. Ah, mein Bein juckt. Ah, mein Knie. Ah. Ah, scheiße. So, diesmal kommen wir von hier unten und nicht von links. Da oben. Bestimmt noch meine Reifenspuren da. Ja, da waren wir heute ja doch wirklich ein bisschen unterwegs hier, ne? Eben. Starte. So, jetzt kommt hier diese... ...nei, hier ist die Tankstelle. Jetzt komme ich ja doch wieder von hier. Guck mal, da hinten fährt ein Hase. Ich fass es nicht. Oh, da kommt ein Auto. Das ist ein Vollhonk. Hier ist halt auch nur eine Spur, ne? Das rechts ist ja keine... ...richtige Spur. Also eigentlich gibt es hier nur diese eine. Der hätte mich eigentlich nicht überholen dürfen, ne? Ah, gut. Will ich mal nicht so sein, ne? Wo ist er hin? Ach, da vorne irgendwo. Ich bin halt einfach mal nicht so schnell, ne? Muss man ja auch nicht. Wir werden mit der Ruhe. So, hier wären wir in Chumash. Hier wohnen halt auch Leute. Gar nicht mal so wenige. Und hier gibt es aber tatsächlich auch gar nicht so viel. Es gibt nur ein 24-7 irgendwo. Und hier gibt es halt einen richtig coolen Pier. Zack. So. Also hier ist der 24-7. Oder Fast Food Express, glaube ich, hieß der. Huch, wer ist das denn? Magisches Möhrchen. Warum? Notizblöcke haben sie, Zettel, Haushaltsschere. Ich weiß nicht, was man damit macht. Aromakärtchen. Erdbeersahnelollis. Schokolade. Ja, ich hätte gerne so Kirschlollis geholt, aber haben die hier leider auch nicht. Chips. Kaffee to go. Polito to go. Wassermelone noch mehr. Wann ist bei Hause? Granatapfel. Nehmen wir mal was. Rainy Energy. Hasty. Spaghetti Eis. Kratzeis. Wassermelone. Was ist denn Kratzeis? Ich weiß es nicht. Was ist das? Pure Dark. Pure Smoke. Okay, alkoholisches. Hier haben wir normales Trinken. Ace. Okay. Ich bin ja schon fast versucht, irgendwie so ein Kirschlutscher Lolli zu finden. Für, ähm, für, ja, für, Anna, meine Herren. 1, 2, 3, 1, 2, 3, du rufst an, wir kommen vorbei. 4. Ne, sag nicht, man kann den ATM hier nicht benutzen. Das ist ja unfassbar. Aber den hier. Also ihr seht, unser Geld wird jetzt nicht gerade wirklich so mehr. Das liegt aber halt auch wirklich daran, dass wir die ganze Zeit Ausgaben haben. Das ist richtig ärgerlich. Ach, ja. Naja, wird schon irgendwie, ne? Das wird schon irgendwie. So, haben wir wieder 50 dabei. Dabei, 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 dabei. So, jetzt möchte ich mal ganz kurz an den Pier da. Da waren wir nämlich auch noch nicht. Aber eigentlich ist er richtig schön. History. Family Pier. Ne, Family. Ne, Family. Fishing and Boat Hire. The Barracuda Café. Gehen wir da auch einfach mal hin. Mal so zum Abchecken. Noch müssen wir nirgends hin. Wir sind noch frei. Und dann holen wir uns gleich die Kopfhörer. Und dann hören wir Wallis dritter Geschichte zu. Das sieht doch schon krass aus mit den Lichtverhältnissen gerade, ne? Die Bildtonnen sind jetzt nicht gerade schön. Allein, allein. Allein, allein. Ja, heute wird mal wieder eine längere Folge. Habe ich das Gefühl. Aber ich war jetzt auch wieder ein paar Tage nicht da. Von daher... Nehme ich das gerne an. Aber es macht auch Spaß. Ganz ehrlich. Ich meine, wir haben jetzt heute wirklich... Ja, mit Sicherheit einiges übersprungen. Aber, ähm... Auch wenn wir nicht so viel jetzt RP gehabt haben. Es ist nicht viel passiert. Aber ich fand es trotzdem irgendwie schön. Einfach mal herumgefahren zu sein. Einfach mal ein paar Orte besuchen und gucken, was da ist. Fand ich einfach sehr interessant. Es hat einfach Spaß gemacht. Und davon, finde ich, lebt ja RP. Dass man einfach auch sowas mal macht. So eine Erkundungstour. Finde ich cool. Boah, das sieht so gut aus. Mit den Augen tun weh, weil es so hell ist. So, hier können wir noch hoch. Wäre natürlich doof, wenn jetzt hier irgendein Pärchen wäre. Ja, hallo, lass dich nicht stören. Das wäre jetzt natürlich ziemlich peinlich. Aber guck dir das an. Das sieht einfach echt schön aus. Wenn man jetzt hier wirklich noch so ein Café eröffnen würde. So ein MLO hier irgendwie noch reinkriegen. Ist bestimmt schwierig. Aber es wäre einfach echt cool. Dann könntest du hier... Ich meine, es ist wahrscheinlich jetzt auch nicht allzu oft Besuch. Aber schon ein bisschen öfter. Weil es einfach echt schön hier ist. Dann könntest du hier in das Café rein. Und dann hättest du... Hm. Naja. Ach ja. Dann könnte man das Tor hier... Wobei, das würde ich vielleicht sogar offen lassen. Einfach weil das hier ein sehr schöner Ort ist. Für Pärchen, die hier einfach mal hingehen wollen. Aber ja. Finde ich toll. Ich finde es schön hier. Nun ja. Jetzt gehen wir nach Hause und holen uns die Kopfhörer. Oh. Da-dum, da-dum. Da-da-dum. Ba-da-da-dum. Eigentlich kann ich auch erst mal die andere Maus benutzen. Hebe ich die jetzt erst mal wieder ein bisschen auf. Weil wäre eh... Hätte ich schon viel früher machen sollen, nicht dödeln. Naja. Wohnen hier eigentlich Leute? Das wäre witzig, wenn hier jemand wohnen würde. Nein. Das wäre schon krass. Oh, ich finde es schön hier. Ich habe das Gefühl, man könnte hier noch Eier finden. Aber das wäre jetzt schon wild. So, wollen wir mal weg hier. Uff, nach Hause. Genau, und dann geht es hier halt auch noch mal durch Schuhmash. Und da ist dann das After Hours. Da war die Tankstelle, wo wir waren. Und hier ist das Korz. War da die Tankstelle? Ja, ich glaube schon. Irgendwo ist, glaube ich, auch noch irgendein 24-7. Aber... Absolut kein Schuhmash. Wo? Na, 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 na. Na, 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 na. Ich finde es zu lustig, leider. Ich finde es einfach zu lustig, wenn er sich dann auch so denkt, Junge, geh doch da weg. Warum bist du... Was willst du hier? Du langsames Arschloch. Ha, ha, ha. Ja, ich finde es schön, wenn man die Leute ausbremsen kann. Ah, schön. Da lasse ich mich gar nicht von beeindrucken. Bei meiner Schwester geht OBS nicht, hat sie mir gerade geschrieben. Okay. Hau ruck. Na los. Aber es klappert auch nichts mehr, Gott sei Dank. Jetzt muss ich ja wieder auf die Geschwindigkeit achten. Die ganze Zeit habe ich es nicht gemusst. Und jetzt schon. Naja. Ups, na, na. Na, na komm, dann fahren wir hier lang. Wenn die da gerade oben einen Einsatz haben, am PD, dann fahren wir halt hier lang. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Da saunter. Ah, ha, 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 ha. Na, es ruckelt ein bisschen, tatsächlich, aber das liegt halt daran, dass wir jetzt mal wieder in die Stadt kommen. Wir sind jetzt die ganze Zeit im Norden, irgendwo unterwegs in der Pampa, wo halt nichts los ist. Und deswegen ruckelt das jetzt einfach mal ein bisschen, weil wir wieder in die Stadt kommen. So, hier liegt es Bennys. Fällt mir gerade ein, dass man bei denen auch nochmal nachfragen könnte. Gleich. So, wenn ich hier irgendwas anfahre, dann bin ich echt gearscht. A line, a line. So. So. So, haben wir das. Jetzt gehen wir erst mal zu uns nach Hause. So. Zack. Na, einmal rein. Uff. Ich brauche unbedingt noch irgendwo so ein Kirschlolly her. Aber werden wir dann noch suchen für Anna. So, dann brauche ich ganz kurz die hier. Um Dinge sind es zu hören. Dann hier nochmal ganz kurz reinschauen. Das brauche ich nämlich noch für die Playlist. So. Aber jetzt einmal hier rein. Mein Name ist Walter Weiß und das ist die dritte Folge des Podcasts von mir, der sich meiner Meinung nach zu einem kleinen True Crime Podcast entwickelt. Und heute spreche ich mit Ihnen über eine sehr interessante Geschichte. Ein Phänomen, aber auch ein trauriges Schicksal. Es geht um eine ehemalige Polizistin, die es sich im Leben vorgenommen hat, Sargent zu werden, die einer Person am Sterbebett vermittelt hat, dass sie ein Ziel hat. Aber dieser Polizistin wurde ihr Traum beraubt. Ist sie daran selber schuld? Ist die Kündigung gerechtfertigt? Entscheiden Sie das für sich doch einfach am Ende der Folge selbst. Zunächst bedanke ich mich für das ganz großartige Feedback zu den ersten beiden Folgen. Die Aufrufzahlen sprechen Wände und ich bin froh, dass Sie mir die Möglichkeit geben, die Sichtweise aus der Sicht eines Polizisten zu erzählen und eventuell auch die Ansicht anzunehmen, dass eine Medaille immer zwei Seiten hat. Okay, beginnen wir mit der Geschichte. Es war vor einigen Wochen an einem Abend, da entschloss sich ein ehemaliger Polizist, das Büro des Commissioners aufzusuchen. Er äußerte, dass er sich in seinen Handlungen und auch in seiner Art und Weise als Rekrut nicht gewertschätzt fühlt und dass hochrangige Polizisten ihn nicht sonderlich respektabel behandeln würden. Das ist bei uns natürlich manchmal so ein Thema. Wir müssen manchmal festlegen, wo ist der Platz eines Rekruten, welche Sinnhaftigkeit hat seine Position und macht sich ein Rekrut. Stellen Sie sich das vor, das ist wie eine Art Probezeit bei einem neuen Job. In dieser Zeit wird der Rekrut geprüft und auch auf seine politische Polizeilaufbahn vorbereitet. So weit, so gut. Dieser Rekrut eckte allerdings an allem an, was es eigentlich gab. Er kam nicht mit Vorgesetzten klar. Er denunzierte seine Kollegen. Er war ein Besserwisser. Und es wurde hinterher festgestellt, er hatte auch ziemlich viele Probleme in seinem Privatleben, weshalb er überhaupt gar nicht dienstauglich war. Und Gott sei Dank haben wir das rechtzeitig schnell erkannt. Dieser Polizist war wiederum mit einer anderen Polizistin in einer WG wohnhaft. Beide bandelten miteinander an und haben sich dazu entschlossen, eine Beziehung zu führen. Es ist auch vollkommen in Ordnung. Menschen sollen sich verlieben und sollen auch glücklich miteinander sein. Bei uns bei der State Police gibt es allerdings einen Parsus in der Dienstanweisung, dass Beziehungen bei uns angemeldet werden müssen, alleine aus der sicherheitsrelevanten Perspektive. Die Polizistin und der Polizist, in dem Fall die Polizistin und der Rekrut, entschlossen sich aber dies zu verheimlichen. Nach einem mehrmaligen Supervisor-Gespräch stellte sich heraus, dass Vorgesetzte meldeten, und zwar meiner Person, dass es Diskrepanzen gibt und dass es vielleicht doch eine Beziehung gäbe und man die Dienstanweisung umgehen möchte. Jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, ja gut, da muss man vielleicht keinen Hehl draus machen. Wenn Sie sich aber ein bisschen hinterfragen, warum wir diese Eigenschaft oder diesen Parsus bei uns in der Dienstanweisung verankert haben, dann wissen Sie, dass es eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, warum das denn der Fall ist und dass es natürlich auch mit lebensbedrohlichen Maßnahmen zusammenhängt. Und der Streifenpartner von der Person, die es nicht meldet, jederzeit in Gefahr sein kann. Und unser oberstes Credo ist es immer, dass wir unseren Streifenpartner beschützen, genau wie wir die Zivilbevölkerung beschützen. Eigenschutz geht immer vor, ganz klar. Kommen wir zurück zu der Geschichte. Die Polizistin und der Rekrut standen in meinem Büro und haderten mit sich, ob sie es mitteilen sollen, dass es eine Beziehung gab. Wir wussten schon längst, dass es diese Beziehung gab und boten den beiden die Möglichkeit, einfach einen Tisch zu machen, damit wir alle Klarheiten haben. Uns ist immer wichtig, dass unser Personal zu uns auch ehrlich ist. Sie können jetzt auch wieder definieren, muss man denn eine Beziehung wirklich thematisieren? Wenn diese Beziehung außerhalb der Polizei stattfindet, also sagen wir zum Beispiel, ein Polizist ist mit einem Firefighter alliiert oder mit einem Mitarbeiter im MD oder im Flowershop oder bei Brunos Pitstop, ist uns das völlig egal. Innerhalb der Behörde muss das einfach gemeldet werden. Aber diese beiden Polizisten haben eine vierfache Möglichkeit bekommen, klaren Tisch zu machen. Man hat viermal die Möglichkeit gehabt, mit dem Vorgesetzten, mit den Chiefs und mit mir das Gespräch zu führen. Es hätte nie Konsequenzen gegeben, denn Ehrlichkeit ist in diesem Beruf äußerst wichtig, auch in den eigenen internen Reihen. Diese Polizistin wollte eines Tages Sergeant werden. Das hat sie jemand versprochen am Sterbebett. Allerdings ist es so, dass diese Polizistin selber über ihr eigenen Prinzipien gesprungen hat. Die Polizistin wurde durch den Freundeskreis, dieser Polizistin, weil sie da einen Teil von war, und sie ist dann komplett durch die Bike manipuliert. Sodass sie inzwischen alleine ist. Er hat sie hängen lassen. Er hat das Land verlassen. Und sie hat alles verloren für das, was sie sich vorgenommen hat. Und die Geschichte nimmt allerdings eine tragische Wendung. Es gibt eine dritte Instanz in dieser Geschichte. Eine weitere Rekrutin. Diese Rekrutin wurde durch den Freundeskreis dieser Polizistin, weil sie da ein Teil von war, etwas zu heiß. Sie hat mitbekommen, dass dort sich etwas anbahnt und hat für die beiden gelogen. Aufrichtig. Als Freundin. Kann man wertschätzen. Kann man aber nicht. Man hat seine eigene Polizeikarriere hinten angestellt, um selber eben seine Freundin zu schützen. Ja, dann werde ich halt gekündigt. Aber Hauptsache meiner Freundin passiert nichts. Eines Tages wurde ihr es allerdings zu heiß. Ihr Job wurde ihr wichtiger, weil die Freundin veränderte sich. Der Freund veränderte sich. Also der Rekrut. Er wurde immer seltsamer. Abstruse Äußerungen wurden getätigt. Er verstrickte sich in seltsame Gefilde mit anderen Leuten, mit Freunden, die er so bezeichnete. Und dann passiert es. Die Rekrutin bot der Polizistin an, die Wahrheit zu erzählen. Sagte aber, pass mal auf. Geh lieber zum Commissioner oder zum Chief of Department und teile ihm das mit. Sonst muss ich das tun, weil ich kann nicht mehr weiterhin für dich lügen. Ich fühle mich schlecht gegenüber meinen Kollegen. Ich fühle mich gegenüber schlecht den Leuten, für die ich arbeite. Und ich fühle mich schlecht auch gegenüber den Leuten, die mir mein Leben beschützen. Und ich möchte nicht, dass ich meinen Job verliere. Denn ich habe auch ein eigenes Leben. Die Rekrutin bat ihrer Freundin an, dass sie sich innerhalb von einer bestimmten Zeit doch bei ihrem Vorgesetzten melden könnte, um die Geschichte zu erzählen, um klaren Tisch zu machen. Nun, die Polizistin nahm es nicht an und sagte zu der Rekrutin, solltest du erzählen, dass ich in einer Beziehung bin, was ja faktisch schon bewiesen war, dann werde ich dich als Lügnerin darstellen lassen. Das bedeutet also, dass die Rekrutin ihren Job verloren hätte von einer Person, die gerne Sergeant geworden wäre. Was ist eigentlich ein Sergeant? Bei uns ist ein Sergeant eine Vertrauensperson. Jemand, der viel Macht hat. Jemand, der mit einem guten Beispiel vorausschauen sollte. Der mit einem Step nach vorne geht. Der die Polizisten anleitet. Eine Vorbildfunktion. Nun, ist das dann ein guter Sergeant, wenn man seine Freunde ermutigt zu lügen, ihre eigene Karriere infrage stellen wollen und dafür sorgt, dass die Person möglicherweise ihren Job verliert, damit man selber nicht auffliegt und dieser Person auch noch eine Drohung ausspricht. Ich persönlich war von dem Vorfall so schockiert, dass menschliche Abgründe sich so auftun können, dass ich dann mich dazu entschlossen habe, mit der Polizistin nochmal ein Gespräch zu suchen, nachdem inzwischen alles rausgekommen ist. Es war alles klar. Der Rekrut, also ihr Freund, machte sich zu dem Zeitpunkt schon auf den Weg Richtung Flughafen und verließ das Land. Während die Polizistin auch in diesem Gespräch, im allerletzten entscheidenden Gespräch, die Möglichkeit bekam, die Wahrheit zu erzählen. Und dann tat sie es, weil sie keinen weiteren Ausblick mehr wusste. Nach fünffachen Möglichkeiten, einfach klaren Tisch ohne Konsequenzen zu machen, schloss die Polizistin sich weiterhin zu lügen, zu lügen, anderen Polizisten das Leben schwer zu machen und anderen Leuten den Job zu nehmen, weil sie manipuliert wurde. Was ist die Moral der Geschichte? Die Polizistin wurde gekündigt. Wieso wurde die Polizistin gekündigt? Weil die Polizistin entschloss sich dazu, ihrem Freund, also dem Rekruten, der das Land verlassen hat, nachdem er gekündigt wurde, interner herauszugeben. Und das flog nun mal auf. Man hat das Leben einer anderen Rekrutin bewusst aufs Spiel gesetzt und einem Menschen, der ein psychologisches Gutachten erhalten hat, welches nicht gut ausgefallen ist, diese Information zu droppen, dass die andere Rekrutin in einer Beziehung ist. Und das müssen sie sich vorstellen. Lebensbedrohlich. Denn manche Menschen, manche Police Officer haben sehr viele Feinde. Was ist die Moral der Geschichte, wenn sie sich jetzt in diesem Podcast bis zum Ende angehört haben? Ehrlichkeit bei der Polizei ist immer das oberste Credo, was wir benötigen, um sie zu beschützen. Und es gibt einen Mythos, der besagt, dass Walter Weiß einen nach den anderen kündigt, wenn er schon ein kleines Vergehen an den Tag legt. Aber, wie Sie gerade feststellen, gab es fünfmal die Möglichkeiten, bei fünf Vorgesetzten in unterschiedlichen Zeiträumen eine Aussage zu tätigen und dafür zu sorgen, dass man klaren Schiff macht, ohne eine Konsequenz zu erhalten. Für Sie mag das jetzt wahrscheinlich gar nicht zu groß sein und Sie werden sich jetzt die Frage stellen, die ich Ihnen am Anfang gestellt habe, deswegen die Kündigung. Daher schließe ich diesen Podcast mit einer Frage ab. Würden Sie jemanden bei sich in Ihrer Arbeitsstelle lassen, die für das Leben anderer Menschen verantwortlich ist, die bewusst dafür sorgt, dass Ihre Kollegen als Lügner dargestellt werden, die ihren Job verlieren können und die sich durch die Bank wegmanipulieren lassen, die böse Absichten haben. Würden Sie so eine Person weiterhin bei der Polizei angestellt lassen, wäre Ihr Vertrauen nicht gebrochen? Entscheiden Sie das selbst. Und wenn Sie möchten, können Sie mir eine E-Mail schreiben und mir Ihre Antwort mal mitteilen. Das ist ein sehr spannendes Thema. Das war's für heute. Ich danke und in der nächsten Folge wird es richtig dramatisch. Ich erzähle über den schlimmsten Einsatz, den wir jemals bei der State Police hatten. Mit mehreren Toten und Verletzten. Vielen Dank. Aha. Okay. Das wäre das gewesen. Lalalalalala. Da, 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 da. Versuchen wir mal Kirsch-Loddies zu finden. Ist doch so doof, oder? Das ist schon ziemlich dämlich. Naja. Wir schauen mal. ólalala. La, 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 la. Lallalalala. Lalalalalala. Lahlalala. Lalalalalala. Wir sind am Ende, wir sind am Ende, oh, 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 oh. Ich würde sagen, wir gehen mal zur South-LTD-Tankstelle zuerst. Oder Lohnermarkt? Ich bin mir nicht sicher, fahren wir erstmal da hin. Versuchen wir unser Glück, meine Schulter tut gerade ein bisschen weh. Frech. Lohnermarkt wäre auch eine Möglichkeit, da nochmal vorbeizuschauen. Naja, gehen wir erstmal da rüber. Lohnermarkt wäre auch einfach, dass wir einen Lohnermarkt haben. Oh, ne Hase. So, ich fahr auch extra so hier hin. Die haben tatsächlich sowas gar nicht. Dog Tags haben sie. Keine Lollis. Butter. Ah, Guck mal. Passt nicht!? Oh nein! Oh nein! Um, 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 um. Wir sind am Ende, wir sind am Ende, zack, so, wunderbärchen. Ist das jetzt dein Ernst? Wie gesagt. Gott, aus Willen. La 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 Ich würde trotzdem gerne nochmal in den Lohnermarket, da wollte ich nicht hin, ich wollte hier mal kurz reinschauen, ob ich die hier reinstopfen kann, ne tatsächlich nicht, naja gut, hätte ja sein können. Lohnermarket, gehen wir da mal ganz kurz hin. Ach warte, Meriwether guckt hier vorbei. Interessant. Da hin. Da hin. Da hin. Da hin. Ach, Bennys wollte ich auch noch nachschauen. Ja, 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 machen wir dann gleich. Na, 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 na. Um, 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 um. Gut, wir werden nicht verfolgt. Das ist schon mal gut. So, mit Schwung. Wir sind am Ende. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Genau, Meteor Street. Das ist das hier. Spanish Avenue ist das Ding hier. Genau. Das hier müsste Weinwood Gardens gewesen sein. Oder das hier. Und. 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 Okay. Mm, 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 mm. Lalalalalalalala Nananananananana Ich warte mal kurz, bis die wieder weg sind. Ja, so ein hässliches Gau. Oh! Ja, so ein hässliches Gau. Was haben die eigentlich hier vorne? Blümchen. Die haben auch noch mal Kirschlollis. Cola-Lollis. Hier sind die Marshmallows. Da würde ich mir ja gerne welche mitnehmen. So. Eine Haushaltsschere. Könnte man eigentlich auch mal gebrauchen, oder? Hören wir einfach mal mit. Man weiß ja nie. So, wenn wir 12 Dollar. Toll. Ich würde eigentlich ein bisschen einkaufen. Die ist gar nichts. Warum ist denn nichts? Gib mir doch Dinge. So. Milchbutter haben wir hier. Butterkäse. 12 Dollar haben wir. Möchte ich noch mal festhalten. Hier haben wir eine Tüte Aufbackbrötchen. Oh, guck mal. Zwei Säcke Pommes. Äh, Farm Pommes. Zwei Sack Farm Pommes. Für 12 Dollar. Das können wir uns noch leisten. Haha. Jetzt habe ich nüscht mehr. Wirklich genau nichts. Ähm. 40. 9. 1. Gut. Dann halt erstmal nur das Gedönse. Kann man ja schon mal mitnehmen, die Farm Pommes. Irgendwann werde ich die schon gebrauchen. Wir sind am Ende. So, das bringen wir jetzt erst mal wieder nach Hause. Da steht ja ein Auto. Ja. Okay. ineure Untertitelung. Okay! Pum four Schmerz. Let's see. Oh. ich habe wieder Bennys vergessen naja gleich kann doch nicht sein ich vergesse Andor und Bennys naja schön dass er mir die Vorfahrt gegeben hat ich bin ja nett so ne wir schauen dann gleich nochmal wegen Bennys ob wir das auch geklärt haben und dann und dann und dann Vielen Dank. Dann bringe ich die Sache mal ganz kurz nach Hause. Ach ja. Ich bin sehr gespannt, wann Anna sich melden wird. Das ist ja jetzt auch schon wieder... Wie lange ist denn das her? Wann hat die sich gemeldet? 16.53. Schon wieder fast drei Stunden her. So... Das ist immer noch nicht in Vermietung. Interessant. Hier will einfach keiner hin. Ich randaliere hier wieder. Einmal bitte die Sachen dann hier rein. Die Pommes. Die Marshmallows tue ich jetzt auch mal hier runter. Jetzt nehme ich das Kakaopulver. Wobei man die eigentlich gar nicht kühlen muss, aber... Haushaltsschere. Ja... Was genau macht man mit dir? Trinken jetzt das erste Mal eine Walli-Brause. Du kommst hier hin. Eigentlich sollte ich das Kakaopulver auch mal hier rüber packen. Sekündchen. Kakaopulver. So... Komm, dann packe ich die Marshmallows auch drüber. Mhm. 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 Genau, wir brauchen auch noch das Konto von Anna. Aua, aua, aua. Meine... Aufgeschlossen. Jetzt muss ich eh wieder rüber zum Auto dackeln. Mhm. 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 Ja, schade. Ich habe ein bisschen gehofft, mehr mit Anna heute wieder zu tun zu haben. Aber sie ist ja leider beschäftigt. Ach, ins MD wollte ich noch. Ja. Genau. Gut, dass mir das gerade wieder einfällt. Stimmt, ich wollte noch Anna anmelden. Als Notfallkontakt. Mhm. Mhm. Also einmal zum MD. Einmal zum MD. Gott, das Willen. Meine Fahrkünste lassen nach. Ich hatte nie welche, aber sie lassen nach. Warte, ich nehme mal ganz kurz. Die Sachen wieder hier zu mir. Na, 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 na. Ich habe schon wieder Bennys vergessen, ne? Es tut mir leid, ich vergesse Bennys andauernd. Ich habe zu viele Gedanken. Mhm. Mhm. Nee, ich möchte geradeaus. Bitte. Mhm. 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 So, und hier rechts ist jetzt diese PSB-Bank drinnen. Da steht Meriwether. Mhm. 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 Ja, ja. Mhm. 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 genau, alter die polter ja, ist manchmal nicht ganz so leicht irgendwo hochzukommen mit dem Ding, ne, aber naja gut so, bevor ich es schon wieder vergesse, Bennys haben die auf, mittlerweile geöffnet ja, hallo ja, ich würde nur noch mal fragen, wie es dir geht mittlerweile ja, es klingt auf jeden Fall besser, ja ja, ich höre mich richtig gut an wie geht's dir, du hast dich genauso toll an wie sonst auch ja, ja, soweit alles in Ordnung mhm ja was machst du? ähm also, ich habe jetzt einige Sachen so besorgt fürs Einkaufen also, zum Einkaufen ne, also ich habe Sachen eingekauft beim Einkaufen hast du dort einige Sachen besorgt ja, genau, sag ich doch wie geht's deinem Würmern? oh, den geht's soweit ganz gut, danke schön ja, und jetzt gehe ich ins MD was machst du da? ja, wegen Notfallkontakten oh, und wen lässt du eintragen? ähm eine bekannte schön ja ja am besten mehrere Leute eintragen ja, zwei habe ich ja schon drin ach ja, dann ist ja super ja, aber sie ist mir noch eingefallen und dann dachte ich, oh, das mache ich mal stimmt, ich könnte auch noch jemanden eintragen aber ne, ist eigentlich voll dumm warum? er hat schon direkt wenn die den anrufen und der angeht der kann nichts sagen der ist stumm das wäre ein bisschen komisch ich glaube die würden sich wundern ist das dieser Wade? ja ja, habe ich gelesen, ja musst du dir eintragen die Nummer von ja, habe ich natürlich schon hallo ja, hi ne, ich habe nicht dir hallo gesagt zu dem anderen aber die Person hat mich ignoriert ist aber gemein ist der Typ, den ich zuletzt gekauft habe oh ja, dann ja ja ja, und was machst du? laufen ok im Kreis oh, ja, das klingt auch schön, ja weiß nicht, was ich tun soll aber ich kann heute auch noch nicht so lange oh hab noch nen Videocall gleich oh, mit wem? ähm, Menschen ist er eklig? ja, meiner besten Freundin aus der Heimat, Evie das ist die Schwester von Wade oh, ok ja, ich verstehe ja ja, ich wollte dich jetzt auch nicht so lange aufhalten alles, ich habe dich doch angerufen ach ja, stimmt nachdem du mich angerufen hast ja, schon ein bisschen her ja, warst du so lange jetzt schon unterwegs? ja, ich bin heute den ganzen Tag eigentlich nur im ganzen Staat rumgefahren und habe mir Sachen angeschaut well läuft bei dir ja, und dann ist mir aufgefallen, dass Grape Seed echt ein abgefuckter Ort ist warum? das ist echt dreckig ich arbeite da ja, aber auf der Farm ja und nicht da an dieser Straße ich war noch nie in der Straße da ja, ist auch nicht so aufregend ok hat irgendwas offen? also ja, bestimmt ich fahre grad, ich kann nicht gucken ja, Sekunde danke willst du was bestimmtes? essen essen hab Hunger ok es gibt ja, das Café El Salva ja was noch? ja, ich schaue doch schneller ja, ich schaue doch schon schnell Sprit bezahlt sich nicht von alleine ja, schade eigentlich ja äh, Pattys Eis meh, da arbeite ich die Safe Zone mhm sie sind Sizzle mhm arbeitest du da nicht? nein, warum sollte ich? also, keine Ahnung, hab ich das verwechselt ach, Peter arbeitet da, sorry habe ich mich mit dem Ritter verwechselt tut mir leid ja, also das sind so die Orte, die auf jeden Fall gerade geöffnet haben ok, dann geh ich zum El Salva ja, dann mach das mal gut viel spaß beim MD ja, dir dann guten Hunger danke tschöö dir auch heute irgendwann, wenn du irgendwann mal was isst ja, ciao ciao gut, machs gut, bye bye Wenn du irgendwann was isst, ja, schön, oh, warte ich jetzt, Sekunde. So, ist das Herr Newland? Hey, super. Hi. Hola. Was können wir für dich tun? Ja, ich wollte nochmal jemanden auf die Notfallkontaktliste setzen. Mhm. Nora, magst du das einmal tun? Kann man nicht machen. Dann gehen wir gerade mal zum PC einmal weiter. Die Seite. Genau, da bräuchte ich einmal für ihn den Personalausweis. Ja. So, dann bin ich soweit ready. Wen wollen Sie noch hinzufügen? Das ist eine Frau Anna Varga. Okay, auf welche, also auf die letzte Position oder zwischendrin? Was ist der Unterschied? Es ist die Reihenfolge, in der wir die versuchen zu erreichen. Also, ich habe ja zwei andere bisher, ne? Genau, zwei bisher. Ja, dann sie an der zweite Position. Okay, Anna mit Doppel-N? Jawohl. Anna Varga, dann bräuchte ich noch die Telefonnummer von der Dame. Ja, das ist... Äh, jetzt muss ich selbst mal schauen. Vier mal die fünf. Vier mal die fünf, okay. 3-8-9 3-8-9 3-9 3-9 Soll die Dame auch von der ärztlichen Schweigepflicht entbunden werden? Jawohl. Okay, dann... Anna Varga... Am fünften haben wir heute, wo sie dann entbunden. Okay, dann schaue ich noch einmal kurz drüber, ob sie übernommen wurde in der Akte. Äh, ja, das wurde übernommen. Genau, das ist dann eingetragen, die Dame. Ja, super, vielen Dank. Immer doch. Dann, äh, schönen Abend noch. Ebenso. Adios. Tschüssi. Nö, Herr Newland. Geht nicht an unsere Telefonate. Also unsere Anrufe. Nö, nö, nö. Der kann mich mal... Was? Ach, wir können gerade mal noch mal kurz hochgehen. Ich würde gerne ein bisschen mehr, ähm, an unsere Mitarbeiter geben. Einfach so einen kleinen Bonus im Monat. Entschuldigung. Aber, ähm, das ist uns leider, ja, nicht genehmigt. Unangenehm. Warum stehen die auch direkt vor der Treppe? Haben die offen? Ich weiß es gar nicht. Wir gehen einfach mal kurz rüber und schauen mal nach. Ankerlos, Ankerlos. Haben die offen? Bitte habt ihr offen. Ja. Ich wollte hier nochmal nachschauen, was die hier so haben. Elastische Binde. Desinfektionsmittel. Wäre vielleicht auch eine ganz interessante Sache, ne? So, Kühlkompresse. Eine Milliliter Ampulle mit Schraubverschluss. Vaseline. Kirschkernkissen. Kirschkernkissen. Massageöl Rose. Massageöl Lavendel. Und Minze. Ätherisches Rosenöl. Traubenzucker. Bunte Tüte. Schokolade. Cherry Bomb. Hm. 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 Hallo. 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 brauche ich sonst noch was mit binden ich habe halt kein geld mehr noch heute ist viel geld ausgeben tag der herr ich weiß gar nicht ob der herr eben der auch streamt warum stehen die da oben vor der treppe so blöde rum weißt du geht doch mal von der treppe da weg so was wollte ich jetzt machen durch überlegen bennys wollte ich anrufen was wollte ich jetzt noch also wir haben so gut die zwei sachen möchte ich an sie geben desinfektionsmittel hätte ich gern kann ich das zufällig hier rüber packt das ist ja doof das hätte ich gerne darüber gepackt um ehrlich zu sein ach mein geld schwindet ich bin ein bisschen erschreckt vor dem gerade erschrocken nicht erschreckt so okilidokili das bitte einmal wieder rüber so Da wär's putschi Supermarket. Ja, hallo, Stitches mein Name. Ich habe meine Frage. Gibt es Möglichkeiten, bei einem Surfer was zu verändern? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Musst du am besten mit dem Surfer bei uns vorbeikommen, dann können wir uns das anschauen. Okay, ja, aber das wär ganz cool. Also ich weiß, dass man Farben ändern kann, aber ja, mich würde mal interessieren, was man sonst so machen kann. Ja, den Rest. Einfach kommst du mit dem Wagen vorbei und dann können wir uns das anschauen. Ja, also das mache ich dann, wenn eine Freundin mit dabei ist, weil sie wollte da unbedingt mit dabei sein. Und ich wollte nur grundsätzlich nochmal fragen. Also heißt, ich kann dann einfach mal vorbeikommen, wenn sie dann offen haben. Genau. Okay. Kommen Sie einfach rum, dann haben wir das Fahrzeug in die Werkstatt und dann schauen wir mal, was so möglich ist. Ja gut, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Kommen Sie doch nix. Ja, dann freue ich mich. Super. Na, bis die Tage. Jawoll, ciao, ciao. Ciao, ciao. So, dann haben wir das auch erstmal grundsätzlich geklärt. Wir steigen mal kurz hier rüber ein. Dann muss ich nicht auf der Straße da rumstehen. Dann mal rüber. Vielleicht machen wir es ja heute noch, keine Ahnung. Handschuhfach, da würde ich jetzt einfach mal hier kurz das Zeug reinpacken. Also Desinfektionsmittel finde ich sowieso ganz gut im Handschuhfach, aber irgendwie sitze ich nicht gut. So, das will ich eigentlich behalten. Ach, ich weiß nicht. Ne, ich lass das mal da drin. Bis ich genaueres weiß von Anna. Ich kann ja mal schreiben, ob sie zufällig gerade mal ihr Konto... Wie ist denn deine Kontonummer? Gar nicht komisch. Dann schauen wir hier nochmal ganz kurz, ob es was Neues gibt. Ob Anzug für das nächste Bewerbungsgespräch oder Kleid für die nächste Party. Wir haben das passende Auto, jede Gelegenheit. Wir haben bis 22 geöffnet. Ich glaube, wir fahren mal ganz kurz dort vorbei. Und fragen, ob die was Ausgefallenes haben quasi. Lass uns da hinfahren. Da habe ich Bock drauf. Ups. Ups. Da ich ja noch nicht hundertprozentig zufrieden bin mit unserer Klamotten-Auswahl. Also ich bin schon zufrieden, aber man kann ja immer noch ein bisschen was machen, ne? Deswegen... Schauen wir doch mal da vorbei, ob die vielleicht was haben. Oder vielleicht auch fliegen. Vielleicht haben die ja auch Fliegen. Brodinger weiß ich ja. Habe ich schon gehört, dass die welche haben. Aber vielleicht gibt es die auch bei Aphrodonis. Einfach weil die auch gerade offen haben. Also rüber da. Ne, da muss ich hin. So, da reicht das alles Taxi. Und dann geht's. 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 Hm. Ja, beißen. Ich wüsste ja ganz gern, wie lange Anna noch braucht, ne, das wäre recht hilfreich. Warum tanzt sie? Irgendwas wollte ich hier schreiben, ich habe es aber vergessen, hm, keine Ahnung, ich habe es vergessen. Was wollte ich denn jetzt? Männerschuhe, Chelsea Boots. Lackschuhe schwarz. Ich glaube, das meiste ist hier wirklich eher so, naja. Also schwarz. Nee, das ist nicht dein Ziel. Wireframe, Goldblower, Octagon, Aviatus. Also Brillen sehe ich tatsächlich aber auch gar nicht. Fedora, Flathead. Schiebermütze. Mehr Farben bestellbar. Schwarze Fliege, weiße Fliege, rote Fliege. Krawatten. Warte, ich werde hier so viel Geld lassen. Schwarzer Seidenpyjama, klar. Schwarze Seidenrobe. Schwarz-Grün. Schwarz-Grün-Alien-Boxer-Shorts. Was? Weiße Boxer-Shorts. Graue. Rote Herzen. Rote Karo. Blaue Punkte-Boxer-Shorts. Schwarze Leoparden-Boxer-Shorts. Schwarze Leoparden-Boxer-Shorts. Herzen-Boxer-Shorts. So, das sind die für die weiblichen Geschlechter. Rote Fliege. Ich möchte die rote Fliege anprobieren, tatsächlich. Ja, mach's nicht. Oh mein Gott. Oh, mein Gott. Ich krieg doch grade die Grippe. Oh, war die tolle Sache, wir haben. Ich geh jetzt probieren. Ah, da sind tatsächlich die Melonen, die 220 Dollar Melonen von Miles. Warte, das klingt komisch. Miles, deine 220 Dollar Melonen. Ja, Fliege ist halt, wie gesagt, nicht so... Die rote Fliege, äh, die Fliege, die Brillen, meine ich. Hallo. Hallo. Kann man Ihnen weiterhelfen oder gucken Sie nur? Ich gucke aber grundsätzlich, suche ich, wenn dann eher sowas Buntes. Was Buntes? Bei was denn genau? Also, was suchen Sie denn genau? Eigentlich alles Mögliche. Alles Mögliche. Gerade habe ich mir mal eine rote Fliege rausgesucht. Okay. Also Bunt haben wir tatsächlich... Das meiste Bunte, was wir haben, müssten wir bestellen, weil das ist natürlich... Das geht nicht so oft, äh... Also werden wir nicht so oft verkauft, dass wir das standardmäßig im Sortiment hier hätten. Aber wir könnten natürlich, wenn Sie sagen, ja, das gefällt Ihnen so, ob wir das in einer anderen Farbe haben, das können wir dann natürlich bestellen. Haben Sie bunte Anzüge? Ja, wir haben... Also nicht nur einfarbig, sondern wirklich bunt. Ja, so gemustert, meinen Sie? Ja. Und wenn mein Telefon klingelt. Okay. Ja, mache ich. Hallo? Ah, ich bin bei Afrodonus arbeitend. Kein Ding, tschau, tschau. Entschuldigung. Nochmal, also bunte Anzüge. Wir haben so Sackos, die so gemustert sind. Aber komplett bunte Anzüge haben wir jetzt nicht. Schade. Müssten Sie hinten mal ganz... Also ganz neben der Eingangstür ist das Regal für die Anzüge. Ja. Müssen Sie mal ganz unten gucken, da sind die gemusterten Sackos. Okay, dann gucke ich da gleich mal. Alles klar. Danke. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Ganz ehrlich. Die rote Fliege. Kostet 50. Die Pan ist auch wieder hier. Schön, ne? Das sieht ganz komisch aus. Ach, du Heilige. Ich will nicht wissen, wie das hier aussieht. Doch ich will's wissen, deswegen nehme ich sie mir. Wo dürfen sie... Wo darf ich sie hinkriegen? Ja, ist schon genau. Das hier wäre die schwarze Melone, ne? Die probieren wir auch mal ganz kurz auf, aber... Ja. Also die rote Fliege merken wir uns mal. 50 wäre das bei denen. Rote Fliege 50. 50. Naja, eben. So, was haben wir hier so? Ganz unten, blauer Zwei-Reihe. Enge graue opulente Jacke. Enge graue gemusterte Jacke. Klassische Jacke. Klassische Hose. Klassische... 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 Betrugte Jacke. 250. Ich schnappe die beiden mal ganz kurz. Ich schaue mir die ganz kurz mal an. Aber ich habe eh ja... Ich kann gerne... Können gerne zum E-Kommen. Ja. Geben wir die Dread. Ah, Spiegel. Das ist ja widerlich. Furchtbar. Ach, herrje. Ok. Also ich sag mal so, grundsätzlich würde ich die hier sogar ganz gut fühlen. Schließen. Gut, wenn die geschlossen ist, sieht die natürlich echt scheiße aus. Ok, also die Graue finde ich echt scheiße. Yes. Gott, so viele Menschen. So, Phil Dias hat mir mal sein komplettes Ausbildung. Blauer Zweireiher, der würde mich auch noch mal interessieren. Diese ganzen wilden Hühner hier. Jura, jetzt hör mir mal zu. Also, sorry, Mafia fühle ich jetzt nicht so. Ja, aktuell Mafia. Entschuldigung. Was ist hier los? Den hab ich komplett gefressen. Oh, Gottes Willen, was ist hier denn los? Ach du heilige. Beige, klassische Jacke. Was ist das? KL Jacke? Sind das kleine Jacke? Ne, klassische Jacke. Oh, was ist hier los? Normale Anzughose. Normale Jacke. Was versteht man denn unter normal? Saku mit Tasche. Schwarz-Weiß. Enge Anzughose. Lila Saku mit Tasche. Moosgrünes Saku mit Tasche. Petrolfarbenes. Was ist denn Petrolfarben? Das hier würde man vielleicht nochmal anprobieren. Boah, ist halt auch 250, ne? Probieren wir das nochmal an. So, jetzt lauft mir nicht schon wieder in den Weg, ey. Sonst krieg ich echt... Ja, bisschen mehr worden, ne? Die Kretze. Automat. Okay, ja, das ist dann halt so... Ja, ich versteh schon. Hm. Hm. Fühl ich nicht. So. Mhm. Huch. Mh. Das bin ich verwarrt. Das Moosgrüne würde mich noch interessieren oder das Lila, ne? Ich muss es anprobieren. Also grundsätzlich wäre das Lila jetzt auch nicht verkehrt. Das ist nur leider, das klippt nur leider, ne? Das ist halt das Doofe. Ich brauche dann halt irgendwas passendes, was nicht klippt. Ja, ich gucke nochmal. Das ist so. Hm. 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 Hose wäre natürlich auch noch. Marineblau. Ich probiere mir die mal an. Wenn ich das jetzt anhätte und diese Hose. Naja. Die Marineblau hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Also das Oberteil, diese Jacke, das gefällt mir schon. Eine Hose wäre jetzt noch ganz cool dazu, ne? Ich glaube, ich hätte jetzt irgendwas mitgehen lassen. Hm, 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 hm. Das möchte ich nochmal anprobieren, türkis. Des ersten Kontakts. Oh mein Gott, wir müssen heute ganz viele Leute anquatschen. Ich dachte schon, warum verfolgt er mich? Das türkis muss ich nochmal anprobieren, ja. Es ist leider nicht so. Hm. Hm. Das macht mir echt, äh, das macht es nicht einfach hier. Das ist echt nicht so einfach. so du warst hier ich glaube mit anzug hosen in dieser farbe wird schwierig alles gut ich schau grad rum aber danke ja richtig gut gelaunt anzug westen das wäre vielleicht trenchcoat schokobraune feldjacke beiger überzieher marineblauer überzieher was habe ich mir darunter vorzustellen okay der ist halt echt hässlich ich finde doch das was ich suchen irgendwann früher oder später mit sicherheit aber du wirst es nicht sein hallo ich habe gesehen dass du hier bist warum hast du denn warum hast du denn deine bunten sachen an weil weil ich sag mal so also die an die anfahrt wollte ich schon sagen der anflug gestern war ja scheiße und das ist auch scheiße weil es gibt ja gründe warum ich früher wieder da bin ich fühle mich so klein neben dir ja das ich bin aber ehrlich gesagt super klein ich bin nur 1,60 m und die schuhe machen das gerade auf 1,65 m eine optische täuschung ja das kann gut sein ja ja so besser nicht hier bitte wenn du Lust hast ich bin jetzt noch ein bisschen Frust shoppen wollen wir ja im Anschluss noch mal irgendwie was zusammen machen wenn du magst ja gerne warum Frust shoppen erzähle ich dir später okay dir das geschenk das ist für kardinal und phantom ja vielen dank ich hoffe du freust dich ja jetzt habe ich nur keine keinen platz mehr soll ich es für dich auch sagen warte dann gebe ich dir gerade mal was was hast du mir gegeben kirschlollis hab ich dir gesagt dass ich kirschlollis mag ja du hast es so nebenbei erwähnt in deiner wohnung und dann dachte ich heute ich guck mal nach denen wohl cool das sind die besten von allen jetzt habe ich wieder einen platz okay meinst du meinst du die Würmer freuen sich ja bestimmt okay cool ich brauche immer noch deine kontonummer ich will immer noch wissen warum ich will immer noch wissen warum sag sie dir und du musst sie dir merken okay 1 war das 3 oder 2 2 also 2 ja 2 4 5 6 ja aber eine kontonummer besteht aus 8 zahlen 7 7 7 8 anna ja willst du glaubst du mir etwa nicht allein schon weil du zwei zahlen vergessen hast nein vergesst du viel ich bin vergesslich also wenn das deine kontonummer ist dann bin ich echt platt okay ich gebe dir meine kontonummer 1 9 8 3 1 9 1 0 und du bist sicher ja ich bin sicher also wirklich wirklich ich bin sicher sicher ich gucke noch mal aber ich bin eigentlich sicher warte 1 9 8 3 1 9 1 0 okay gut versprochen die ist wirklich meine ja vielen dank aber es wäre auch ein bisschen lustig wenn die jetzt irgendwie im Garten ja es kommt drauf an stell dir mal vor ich hätte dir deine gesagt dann hätte ich ein bisschen Angst warum weil weißt du die ich habe Kontakte in die Unterwelt weißt du ja ja ich verstehe ja okay ich bin höchst kriminell ja das kaufe ich dir jetzt eher weniger ab die Algen habe ich auch vom Schwarzmarkt aber niemanden weiter sagen okay ja so wie mit dem Labor unter dem Observatorium ja auch pst niemanden sagen das weiß niemand ja okay suchst du hier was bestimmtes suchst du nach einer Fliege die habe ich schon hast du schon was denn für eine also das ist leider jetzt nicht so besonders wie ich es wollte aber immerhin hast du dir gerade in der Hand willst du mal zeigen ja warte ach so Sekunde du hast so eine ähnliche ach so oder das ist das nicht deine ähm ist aber hübsch ähm Anna heiß ich nein also wo ist die hin hast du die hast du den Knoten zu locker gemacht und die ist dir ins Oberteil reingefallen das ist ja jetzt doof scheiße das ist natürlich ärgerlich du musst jetzt erstmal die Hosenträger und alles da abmachen bis du die wieder findest das dauert ja Sekunde ok nein wo ist die hin nein willst du mich flachsen gib mir meine scheiß Fliege nein wo ist die hin hallo Die ist wieder hier hinten hingeflogen, sehe ich das richtig? Hast du sie verloren? Nee, ich habe die wohl wieder zurückgelegt. Oh. Aber die sieht doch gut aus. Ja, also ist leider nicht so bunt, aber wenigstens rot. Mhm. Aber die muss nicht immer rot sein, oder doch? Nö, deswegen wollte ich ja eigentlich eine bunte. Aber jetzt hätte ich ja dann zwei. Okay, das ist schon mal etwas. Und sonst gibt es keine, aber die ist cool auf jeden Fall. Ja, doch, schwarze gäbe es noch, aber das ist mir zu schwarz. Das ist zu traurig. Ja, die, wir haben was Kosten, die... 50. Das geht ja noch. Ja, aber ich habe noch was anderem, ja. Ich habe so einen Shamrock-Ausweis-Gedings, da kriegt man, glaube ich, Rabatt. Also wenn du möchtest, dann kann ich die einfach gleich vorzeigen. Und dann hast du das weniger. Ja, aber ist der nicht auf dich? Ja, aber ist egal. Dann gibst du mir das Geld und ich gebe denen das. Dann habe ich es gekauft. Ja, das bin ich. Jetzt muss ich erst mal überlegen. Das ist anstrengend, überlegen, ne? Also, irgendwas wollte ich noch. Suchst du noch Anziehsachen? Ja, ich habe mir auch eine Jacke geholt. Also, ausgesucht. Äh, enge, blaue, opulente Jacke. Okay. Ja, ich habe gefragt, ob die irgendwelche Sachen mit Muster haben. Willst du die überziehen, oder? Äh, jetzt nicht. Okay. Ich suche noch irgendwas anderes Buntes. Buntes? Oh, ich kenne mich so wenig aus. Hast du... Weißt du eigentlich, dass da hinten versteckt auch noch so ein Regal ist? Hast du das schon gesehen? Wo genau? Das übersehe ich immer. Komm mit. Also, hä? Ich hatte erst gemacht. Ähm... Das übersehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob das nur Frauen sind, aber hier ist auf jeden Fall noch ein Regal. Ja, ich glaube, das sind nur Frauensachen. Okay. Ja, ich glaube auch. Ja. Na gut. Also, von den... Hast du denn auch... Hast du Brillen? Nee, aber mag ich nicht so. Magst du nicht so? Und Westen? Ja, da bin ich ja gerade am gucken. Achso. Die Sachen sind ziemlich teuer hier, ne? Ja, ich weiß. Aber ich habe heute sowieso schon so viel Geld ausgegeben. Was hast du denn noch gekauft? Ja, das siehst du dann. Also, abgesehen... Also, das meiste ging natürlich für den Natsil ist drauf. Aber hier gibt es, glaube ich, keine Westen. Gibt es hier welche? Ja. 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 Oder habe ich das übersehen? Ach doch, hier gibt es Westen. Wow. Ich bin blind. Direkt am... Ja, ich schaue mir gerade mal was an. Mhm. Guck mal eben, was meine Freunde noch... Äh, äh, ob die schon was gefunden haben. Okay. Willst du mitkommen? Kann ich dir eben vorstellen. Ja, fliegen hier. Hallo. Hallo. Das ist übrigens Louis. Hallo. Das ist Poppy und das ist Liam. Ohne S. Was? Ja, hallo Louis. Ja, hi. Habt ihr schon was gefunden? Nee, leider nicht. Bin ich fündig geworden. Nein? Nee, irgendwie nicht. Das ist aber schade. Ja. Hab nicht geguckt. Hast du denn was gefunden? Äh, ich? Ja. Nee, ich hab nicht wirklich geguckt. Ich hab mich gerade noch unterhalten. Ach so, okay. Aber... Weißt du, ob es Neues gibt, irgendwie? Irgendwas Neues, so? Was? Weißt du, ob es irgendwas Neues gibt? Weißt du, mich jetzt? Ja, dich. Nee, nee. Also... Was ich gesehen hab, das kannte ich eigentlich schon. Okay. Ich hab mal überlegt, ob ich mir so ein Halstuch holen soll, aber ich bin mir irgendwie unsicher, ob das so meins ist. Na ja, wenn du eins haben willst, dann kaufst du ja. Ich weiß nicht. Ich guck mal kurz durch, ob die was sind oder nicht. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich damit nicht aussehe wie eine Stewardess. Das glaub ich nicht. Entschuldigung. Okay. Lass mich raten, ihr wollt ins Bett. Weiß ich nicht. Es ist ja eigentlich noch relativ früh, aber mein Kopf sagt gerade so, ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen. Ja, wir haben aber heute auch echt einiges gemacht. Wir haben schon einiges gemacht, ja. Das irgendwie, ja. Ja, also ich wär echt nicht böse, wenn ihr jetzt nicht geht oder so, ne? Was ist mit dir, Neem, so? Bist du müde? Kickt schon gerade mich rein, aber es geht noch. Und dann ist die Frage, wenn wir nicht müde sind, was würden wir noch machen? Gute Frage. Ja. Nackt ausziehen und im Kreis drehen. Okay. Schon wieder, ne? Haben wir doch gestern erst gemacht. Äh, ja, ich geh mal anprobieren, ne? Äh, ja. Ja, ja, bis gleich. Äh, Spiegel. Furchtbar. Okay, das sieht halt sehr... Hm. Ich bin halt nicht so sicher, wie das genau zu machen ist, etc. Ich kenn mich ja nicht so aus mit sowas, ne? Äh, pff. Wo harte ich das jetzt her? Ja. Oh, ne? Burgunderrot. Hm. Schwarz-Gelb. Schwarz-Gelb. Mein Gott, ist shoppen anstrengend. Und ich wusste, das Geschenk von dir wird wieder super. Algen, yeah. So, ich muss mal ganz kurz dich hier wieder... Ah, hier gibt's also... Also ganz ehrlich, ich würde diese Hose... Würde ich fühlen. Vor allem mit dem Oberteil. Würde ich schon tatsächlich fühlen. Äh... Ich hab halt... ...glaub ich nichts, was ich irgendwie... Ich weiß nicht. Ich bräuchte, wenn dann eigentlich noch irgendein Hemd oder so, was ich unter... ...dem Dingensens anziehen kann. Aber die Hose würde ich fühlen. Okay, dann kann ich mir auch vorstellen, was das hier für Oberteile sind. Dann ist da aber tatsächlich nichts dabei, was ich gerne hätte. Ich glaube, dann hab ich so... ...so die drei Sachen, die ich gerne haben möchte. Das sind dann 50. So, eine schwarze Beste, sagten sie. Ja. Ähm... ...gebe ich Ihnen schon mal direkt eine... ...die Hand. So, und dann sagten sie jetzt ein langärmliches Hemd. Da gibt es jetzt unterschiedliche... ...ein schwarzes Hemd, sagten sie, ja? Äh, nö, kann auch ein weißes sein. Weiß wär mir sogar lieber. Okay, dann gebe ich Ihnen mal ein weißes. Ich gebe Ihnen mal zwei verschiedene Weiße. Ich gebe Ihnen einmal das. Das ist auf jeden Fall langärmlich. Ja. Und ich gebe Ihnen... ...das ist auch langärmlich. Ich würde das einmal anprobieren, ja? Ja, gerne. Ich komme mal mit. Genau. Ich komme mal mit. Ah. Okay. Und ich gehe kurz... Hallo? Ja, also ich glaube, ich hätte jetzt was. Ja, dann können Sie mir das gerne einmal rübergeben. Das wären drei Sachen. Mhm. Äh, haben Sie eine, äh, Chemrock, äh, Mitgliedschaft oder Kundenkarte? Nee. Nicht. Sind Sie bereit? Ja. Können Sie gerne rübergeben. Eins. Zwei. Und... Drei. Hallo. Dann sind wir bei 450 Dollar. Äh, ich habe eine Chemrock-Karte. Ähm... Für den Herrn, meinst du? Ja. Also, das ist jetzt meine, aber ich würde die Ihnen einmal, ähm, zeigen. Kann ich Ihnen ja mal eben zeigen, ne? Mhm. Dann sind wir bei 395. Ja, die hole ich ganz kurz am ATM. Alles klar. Weg. 395. 395. 395. 395. so ich hoffe sie rechnen mit also das sind schon mal 300 50 90 und 5 395 und die fliege ja dann vielen dank und einen schönen abend ebenso sind jetzt schon gegangen frust shoppen kann man heute auch so sagen bei uns frust shoppen zu mir nach oben gelockt so damit die wir sind am ende m und m Schau mal ganz kurz, wer noch eingestempelt ist um die Zeit. Niemand, das ist ja schön, er ist Taxi nicht erreichbar, gut dann gehen wir ganz kurz mal ATM und überweisen ihr das Geld, weil ich so crazy bin, Überweisung, bitte, also einmal 31 an die 183, 1910. Okay, es war tatsächlich ihr Konto. Direkt mal eintragen. Oha. Oha. Konto. Kann das aber nicht. 1,9, 3, 1,9, 1,0. Dann kann ich den Zettel zack, 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 zack. Weg. Der Zettel kann weg. Und dann ist mir zu spät eingefallen, man kann auch die Rückseite benutzen. Naja. Eigentlich ist es komplett das Gegenteil, aber ich suche mir eben auch die andere Reifield-Beschäftigung, weil ich denke, das ist dumm. Fache sagt. Ich hab mich Californisch medicine ollut wird bis dahin. Fache. Fache. Miller raised. Fache. 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 Bis zum nächsten Mal. Bananane. Aua. So. Schön. Die Algen tu ich auch mal hier rein. Hallo. Sollts zumachen. Bist jetzt zu? Kurz mal hier rüber. Und zwar. Das da. Oh. Oh. Stress bei Anna. Oh. 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 das hätte irgendwie schulter schmerzen würde deswegen schief stehen da kann es nur besser werden sieht scheiße aus dass das probleme mit ihrer schwester das ist nicht aber wir haben eigen geschenkt bekommen das ist auch schon mal was das ist unfassbar weißt wir haben nicht mal 21 uhr und es ist kein ls-taxi unterwegs das ist unfassbar käse essen wenn man ein ding mit einer käsefüllung isst dann isst man das ding mit einer käsefüllung was für ein besseres ne für eine bessere mobilität bin ich auf der suche nach einem fahrrad neu oder gebraucht hauptsache zuverlässig und funktionsfähig fix da und scorch bevorzugt aber gerne alles anbieten freue mich auf angebote per venture mail paul ich hätte ein scorcher abzugeben melde ich gerne per vmail uptown farm frei Freispruch zur Strafvereitelung Achso, Quatsch Achso, Quatsch Achso, Quatsch L.S. Taxi L.S. Taxi L.S. Taxi L.S. Taxi 1-2-3, 1-2-3, du rufst an, wir kommen vorbei 1-2-3, du rufst an, wir kommen vorbei L.S. Taxi 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 L.S. RS3 L.S. Taxi Okay, sie steht da noch. Hmm? Da-da-da dum-da-da dum... Pe-":Juggh... Ba-ba-ba-tam- intro Sooo-ääu-pho-woop! Da-da-da dum-da-dum... Da-da-da-da dum-da-da dum... Do-do-do um-de-do-do dum-de-do-dum, worm ________________... Pah. Elle ist Toxie. Elle ist Toxie. Elle ist Toxie. Entschuldige. Ja, alles gut. Das ist eigentlich auch noch nicht durch. Aber, ja. Ich muss mal kurz was bezahlen. Ja, aber ich stehe doch hier. Ich nehme gerne Geld. Eieiei, was ist denn da schon wieder los? Was ist denn nun schon wieder los? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Dass man so total den Halt verliert. Ich glaube, es geht schon wieder los. Und wird doch nie vorbei sein. Wenn man so die Lust nach Leben spürt. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Dann bin ich fertig. Komm, wir gehen mal raus. Ich wollte dir jetzt eigentlich was Lustiges zeigen. Vielleicht zeige ich dir das jetzt einfach, weil... Dann ist meine Laune auch besser. Guck mal, was ich mir gekauft habe. Ja, sehr gut. Ich habe keine Fliege und ich habe... Das ist voll witzig. Vielleicht brauche ich ja mal irgendeinen. Jetzt habe ich auch... Ja, gefällt mir. Cool, oder? Ja. Okay. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja. Ich muss Dinge mit meiner Schwester klären. Eigentlich hätte ich jetzt Bock gehabt, was mit ihr zu unternehmen, aber gleichzeitig ist das was Wichtiges. Und ich weiß jetzt gerade nicht, also ich würde jetzt einmal mit ihr sprechen wollen und wenn du dann nachher noch unterwegs bist, dann noch Lust hast, was zu machen, dann können wir uns ja treffen. Und wenn nicht, dann machen wir das die Tage. Ja, also ich bin ja noch da. Ich würde ja, also ich würde schon gerne auch wissen, warum was passiert ist, weißt du? Ja, klar. Aber klar, du erst mal mit deiner Schwester. Ja, das ist ganz wichtig gerade. Das ist blöd. Okay, ich würde sagen, ich würde vielleicht gleich einfach dich anrufen, wenn es nicht allzu spät wird. Und dann... Ja. Ja. Machen wir das so. Wo steht dein Auto? Da vorne. Ach so. Wo steht deins? Naja. Ach so. Da. Okay, nee, dann... Ja. Dann gehe ich jetzt mal kurz zum Auto und ruf meine Schwester nochmal an. Alles klar. Ich sage bis später okay. Entschuldigen, dass ich dich jetzt so irgendwie... Ja. Heute war ja auch noch die Schnitzeljagd und deswegen irgendwie ein voller Tag gewesen. Ja, hast du noch einen Platz frei? Ähm, ja. Uh. Das ist ja cool. Und das riecht nach Rosen. Ja. Cool. Danke. Weißt du, dass Rose die bestriechendste Blume ist, wie ich finde? Ja, das dachte ich mir schon. Mhm. Ist auch so. Ich habe immer in Rosen ein paar Filme. Ja. Und von den drei, die zur Auswahl waren, naja, war das das Beste? Ja, das war eine gute Auswahl. Vielen Dank, das ist sehr lieb von dir. Ja, gerne. Ich glaube, nach dem heutigen Tag kann ich das... Hüpft mir das einfach über den Kopf. Nein, das werde ich nicht tun, aber... Ich hasse so Tage, an denen die Laune so scheiße ist, weil ich bin eigentlich ein fröhlicher Mensch und das ist so blöd. Ja, wem erzählst du das? Hm. Meinst du, ich soll mir auch normale Sachen anziehen? Ist das nicht normal? Eigentlich schon. Oder soll ich mir extra bunte Sachen anziehen? Weil ich so was nicht so gut rumlaufen? Na ja, das muss ja schon zu dir passen. Ja, aber dann ja eben nicht. Ich denke mal drüber nach. Ich melde mich nachher bei dir, okay? Ja, alles klar. Okay, bis nachher. Jo, pass auf dich auf. Danke. Danke schön. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü So. Nee. Geh da drüben bitte rein. So. Okay. Dann haben wir das auch. Da haben wir unser Desinfektionsmittel drin. So, und hinten haben wir die gekauften Sachen. Ich würde jetzt einfach mal nach Hause fahren. 1, 2, 3, 1, 2, 3, du bist an, wir kommen vorbei. Das ist ja jetzt scheiße. Ich würde da jetzt nicht drehen. Das wäre ein bisschen doof gewesen mit dem Ding hier. Deswegen fahren wir einmal drum rum. Nee, also heute war wirklich ein sehr geldlastiger Tag, finde ich. Einmal natürlich die Kosten beim ACLS, die knapp 300. Dann haben wir einige Sachen gekauft. Jetzt natürlich hier nochmal, was ja auch jetzt nicht so billig war. Und dann haben wir auch noch Sprit sehr viel gehabt heute, weil wir viel unterwegs gewesen sind, ja. Das kommt auch noch dazu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ach, gucken wir, was da vorne ist. Ach, wir können auch gerade mal nachgucken, ob der Peter uns vielleicht schon was hinterlassen hat. Der hat gemeint, der wollte was uns ja anlegen. Können wir ja gerade noch nachschauen. Oh, Matthews Auto steht noch hier. Können wir ja gerade mal nachgucken, ob das Peter schon geschafft hat. Ich gehe ja stark von Nein aus. Also schauen wir mal nach. 1, 2, 3, 1, 2, 3, da, 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 da. 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10. Ja, das mit Anna ist heute ein bisschen schwierig, ne. Was hat sie denn da nur wieder für Probleme? So, hier war das, glaube ich, was er meinte. Luke. Ich glaube, er meinte, hier wollte er mir einen Zettel mal anlegen. aber es ist wie ich sehe noch nichts da ls-taxi 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 1-2-3 1-2-3 das ist zu? ok also er hat leider noch nichts da ls-taxi ls-taxi eieieiei ist aber ganz schön dezimiert worden Nja. So ein Ohrwurm ist unfassbar. So simpel und doch so ein Ohrwurm. Es ist Tuxi. 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 Genau jetzt habe ich Durst. Dann muss ich erst mal warten. Bis wir zuhause sind. Boah, schlimm. Jetzt sitzt mir das so im Kopf, ne? An der Polizei rase ich hier so durch. Ich bin ja auch lebensmüde. Da fährt Meriwether. Vielleicht geradezu LS Taxi. Could be. Could be. Hier. So in dem Haus ist wieder Party. Zack. Halt. So, mach mal auf hier. Zum einen. Trinken. Und dann einmal die Alge. Hose. Oberteil. Fliege. Verbandskasten haben wir ja. Der bleibt da drin. Was ist jetzt abgeschlossen? Mal überprüfen. Schön. Eins, zwei, drei, eins, drei. Ich glaube, ich muss auch gleich erst nochmal pinkeln. Es ist soweit, Freunde. Jetzt dackeln wir erstmal nach Hause. Springen. Springen. Wir bringen die Sachen weg. Sind die schon mal safe? Ja, die sind schon mal safe. Ja, die sind schon mal safe. Hat die sich auch eine rote Fliege gekauft. Ich werd nicht mehr. Ha, 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 ha. Ah, ha, ha. Ah. Ah. Ah, diese Frau. Ah. Algen Alge 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 So einmal direkt darüber und die Alge wegstecken. Bitte sehr. Was macht man denn mit Alge? Alice Taxi. Alice Taxi. Ich tue das mal kurz hier rüber. Ich tue das mal kurz. Um Gottes Willen. Jetzt bin ich gespannt. Ach, ich habe die Fliege noch drin. Oh, das klingt leider. Das ist natürlich sehr schade. Ansonsten wäre das echt cool. Kann ich die eigentlich? Ja, das geht bei der auch. Schön. Also das geht leider nicht mit. Ach du meine Güte. Ja, das ist halt natürlich doof. Ich bräuchte jetzt irgendwie noch ein Oberteil, was da... Achso, warte mal. Ich stecke auch noch dich ganz kurz wieder mit hier rein. Ich habe halt leider nicht so viele Oberteile. Das ist das Doofe. Achso. Achso. Achso, warte. Ich utilisate trump. Achso, wir haben mir tatsächlich 1986 einitor. Aber hinterfroyst über alles, ich denke schon grad zu lösen. hmm ta-da-dam ta-da-dam ta-da-da-dam dann gehen wir doch gerade mal noch mal rüber zu Suburban vielleicht finden wir da noch was passendes aber ich würde sagen ich mache mal ganz kurz eine Pinkelpause also bis gleich so 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 da bin ich ja auch schon wieder so jo dann gehen wir jetzt äh stopp nein doch wir gehen jetzt rüber zum Suburban drinnen und ich sag mal so wenn wir ähm jetzt erstmal dann keine Nachricht mehr von ihr bekommen dann gehen wir trotzdem erstmal ins ähm ne du weißt schon denn na nicht zum es will mir nicht einfallen Vanilla so einmal noch mal schnell hier rüber Und dann fahren wir mal ganz kurz zum Suburban. Beim VPD. Die könnten sowas haben. Ansonsten schauen wir in den Binko. Ich will nach einem Hemd gucken. Also heute ist wirklich der Tag der Ausgaben. Wo man mein Bankkonto blutet. Ich verstehe dieses Stopp-Shield hier auch nicht, aber na gut. Ich verstehe dieses Stopp-Shield. Du, deine Freundin und ich. Tja, das mit Bennys wird wohl heute dann nix, ne? Wenn das mit Anna jetzt sogar noch ein bisschen offen ist, ob sie heute überhaupt dann noch Zeit hat. Wäre schon sehr schade, wenn nicht, ne? Ich, die ganze Tag habe ich mich auf Anna gefreut. Und dann sowas. Super, ne? Gucken, ob wir da vorne wieder lang können. Oder ob da immer noch dieser Einsatz ist. Also wenn der immer noch ist, dann, wow. Bin ich ein bisschen schockiert. Ruckel, ruckel, ruckel. Keine Ahnung, was da rumfliegt. Zack. Zack. Also die Hose, die fühle ich auf jeden Fall. Ich habe ja schon länger gesucht oder gedacht, wo gibt es denn diese karierten Dinger, wie der Tanaka zum Beispiel trägt. Jetzt weiß ich es. Jetzt haben wir auch diese blaue Hose kariert. Finde ich gut, finde ich gut. Hallöchen. So, und zwar brauche ich... Das ist eine gute Frage. Was brauche ich denn? Ich würde nach einem Hemd gucken. Nach einem Hemdchen. Es gab bestimmt hier dann die Hasenohren, oder? Mit Sicherheit. So, haben wir hier die Hemden. Ich werde auf jeden Fall mal ganz kurz die hier wegmachen. Und die hier anziehen. Okay, sehe ich das richtig, dass das alles nicht unter... die Haut geht? Hier gibt es die Hosen. Gibt es hier echt nur... Sohn-Gedöns? Ich dachte, hier gäbe es auch Hemden. Hemden, Hemden, Hemden. Scheiben wir hier tatsächlich... Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Es sind tatsächlich keine Hemden. Also das hier ist das, was ich ja habe. In Gelb, oder? Ja, das ist halt... Man sieht es nicht. Das ist halt das Doofe. Dann müssen wir doch noch mal in Binkos. Binko ohne S. Na gut. Ein Versuch war es wert. In welchen gehen wir denn? Meine eine ist ja nicht so weit weg. Ja, das ist ja nicht so weit weg. Ich glaube, es ist wirklich... So. 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 also wir könnten noch zu dem hier weil der halt nah dran ist so weißt du aber Mhm, mhm, mhm Ach ja so dann haben wir einmal hier dann schauen wir hier doch mal ganz kurz gebe es hier hier auf jeden fall schon mal nicht dann schauen wir hier mal ganz kurz ich will keine hosen ich will oberteile freunde was sind denn die oberteile muss ich doch zu dem binko beim dingensens gehen ja das sind ja pullis das ist ja jetzt nicht so was ich will gibt es ja auch irgendwas hosen ich will keine hosen mensch kines gut dann fahren wir doch zum binko rüber im mission row junge mach nicht diesen macht nicht diesen so dann einmal hier zu dem binko so irgendwo da ist er zumindest gerade ich weiß nicht wo lang du deine freundin und ich machen was zusammen und alle stehen in flammen und 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 Lass uns Freunde sein. Ruckel, ruckel. Habe ich kurz Angst gehabt bei dem Ruckeln. So, hier waren wir schon länger nicht mehr drin tatsächlich. Was gibt's eigentlich hier? Lüscht. Okay. Interessant. Da müsste es hier nicht eigentlich was geben. Ja. Hier gibt's die Rucksäcke. Risch discht du. Ketten. Okay. Achja. Sollte ja nicht so schwer sein, ein Hemd zu finden, oder? Das ist das Crew Shirt. Ich weiß, dass es sowas gab, aber wo? Okay. Hm. Das ist ja das gleiche eigentlich wie das Crew Shirt. Ich weiß, es gab irgendwo Hemden. Wo war das denn, Alter? Wo gab's diese beschissenen Hemden? Hier sind die Hosen. Hier sind die Hosen. Das sind halt Unterhemden. Das ist dann schon wieder zu wenig. Ach, guck mal. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, wir ziehen das mal aus, wir ziehen das mal an und dann schaue ich mal hier, wird mir so nicht angezeigt, ne? Ja. Mhm. 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 Oh, Yellow. Ach, nee. Jetzt geht das schon wieder los. Geld. Das Geldproblem. Nein. Das scheiß Geldproblem hier mit dem ATM, weil keiner da ist. Boah, ist das nervig. Dieses dämliche ATM-Problem, ne? Das geht mir so auf den Zeiger. Da. Oh, Yellow. Unfassbar. So, und es gibt noch mal Geldflöten. 75. Und wenn das dann nicht funktioniert, ne, dann ticke ich aus. Meine Herren, so, dann einmal bitte. Äh, äh, was war's das da? In den Warenkorb. Zack. Jetzt bräuchte ich nochmal die Umkleide ganz kurz. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann bin ich echt enttäuscht. Dann weiß ich nicht, was ich noch machen soll. Ähm. Ähm. Hm. Okay. Ja, man sieht das dann halt da nicht drunter, ne? Ich verstehe. Das ist natürlich jetzt enttäuschend, ne? Was mach ich denn da? Ich mein, das Oberteil, das wollte ich mir sowieso mal holen. Aber was genau mach ich wegen diesem Blazer? Was mach ich da? Hm, 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 hm. Na, 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 na. Hat Faith ein Social offen? Hm. Was mach ich da? Ich will dieses Blazer, diese Jacke anziehen. Unbedingt. Was mach ich? Boah, Jungens. Scheiße. Scheiße. Da ist der andere Sub, ähm, ne, da. Wollen wir da nochmal nachschauen. Ich weiß ja auch nicht. Mann, na, Mann. Das ist echt nicht so einfach. Was passendes dafür zu finden. Ich bin viel zu schnell. Das ist echt nicht so einfach. Ich packe das doch da rein. Ist das anstrengend. Mann, Mann, Mann. Ich werde doch wohl irgendwie mal was finden, was ich brauche, oder? Was passt. Also, irgendwie, ich gebe es gar nichts. Willst du mich flaxen? Hallo. Wer ist denn mal mit Sachen hier? Okay. Das sind halt hässliche Pullis. Tut mir leid, aber die sind halt einfach hässlich. Was denn damit? Ach, das ist genau so eins auch. Das wird wahrscheinlich dann auch nicht passen, wa? Ich zieh mir mal das drüber. Ja, hallo. Hallo. So, jetzt habe ich Zeit. Also wirklich Zeit. Ja, schön. Was machst du? Ich, ähm, ja, ich stehe hier in einem Suburban. In einem Suburban? Willst du mir einen, äh, Standort schicken, dann fahre ich da hin. Warum? Also, ja, kann ich machen. Also, ja, dann können wir reden, wenn du willst. Ja, ich schicke dir einen Standort. Also, ansonsten, äh, einfach bei der Haltestelle, Alter. Äh, ah, da, ja, okay, dann weiß ich das. Wo war das denn nochmal hier? Da, da. Oder möchtest du alleine sein? Nö, ich suche nur etwas Passendes für meine Jacke, aber ist ein bisschen schwierig. Okay, dann komme ich mit und helfe dir beim Suchen. Okay. Okay. Bis gleich. Ciao. Ja, also, es gestaltet sich leider echt schwierig, irgendwie was zu finden, was ich darunter anziehen kann. Da müssen wir nochmal intensiv, weil hier sind auch nur Hosen, Spiegel ist nicht so schön, hier sind Schuhe, die brauche ich aber ja nicht. Ich habe ja schöne Schuhe. Das ist echt, echt nicht leicht, ne? Was ist das? Keine Ahnung. Mhm. Das ist nicht so einfach. Das sind halt Jacken, ne? Damit kann ich auch nichts anfangen. Broke! Das ist echt nicht so einfach. Schubidu und Schubida. Warum fällt es mir so schwer, etwas zu finden, was damit passt? Das ist echt nicht so einfach. Ja, das ist echt nicht leicht. Was machen wir? Ich brauche irgendwas Passendes. Ich weiß nur nicht, was. Was mache ich da? Es muss irgendwas geben, was man damit gut anziehen kann. Ich weiß nur nicht, was. Irgendwas muss es aber geben. Da ist sie ja. Oh. Hast du wieder neue Sachen gefunden schon? Nee, also die Hose habe ich mir ja vorhin geholt. Ach so. Ja, das war auch cool. Ja, und das Oberteil habe ich im Binko geholt eben. Ah, okay. Und jetzt willst du ja nochmal in den Suburban gehen? Ja, aber es ist irgendwie schwierig, irgendwas zu finden, was, na, passt. Warte, ich muss aber, weißt du einfach für, für den Vibe. Ja. Okay. Für die Inspiration ist das, weißt du? Ja, natürlich. Hast du hier auch den, hier, hier auch geguckt bei diesen, bei diesen Hüten und so? Oder, ich weiß nicht, ob, haben die da nicht noch andere Sachen außer Hüte? Ich glaube, ach nee, da gibt es gar keine Hüte. Das, oder war das woanders? Ich glaube, das war ein Binko vielleicht sogar. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre hier gewesen. Ja, weiß ich nicht. Nee, ist falsch. Okay. Nee, dann habe ich nichts gesagt. Ja, ich weiß nicht, was ich da am besten mache. Was suchst du denn noch? Naja, sagen wir mal so, ich brauche irgendwas, was ich unter dieser Jacke anziehen kann. Hast du die Jacke denn bei? Ja, klar. Ich glaube, also, trägst du T-Shirts? Also, abgesehen von dem gelben Shirt, was ich sonst habe. Hast du ein gelbes Shirt? Ja, warte. Ach nee, Sekunde. Ich hole es kurz. Okay. Okay. Das habe ich ja hier drin. Zack. Wechseln wir das mal ganz kurz. Zack, zack. Guck mal kurz was essen. Weißt du, was ich lustig finde? Was du auch andauernd rennst. Ich renne mich auch andauernd. Ja, das, ja, doch, okay, das habe ich schon mal gesehen. Ja, genau. Weil, also sonst gibt es halt, hier gibt es sehr viele, sehr bunte Oberteile und ich weiß halt nicht, wie das mit der, mit der Jacke, also, weißt du? Also, da gibt es auch nicht schöne Sachen, aber da gibt es auch ziemlich verrückte, bunte Sachen. Ja, es ist ja schwierig, wenn man nicht weiß, ob das bei der Jacke passt. Nimm doch die Jacke mit. Also, zieh die doch über, dann siehst du das. Ja, das habe ich ja schon probiert. Okay, aber das konntest du nicht sehen, weil hier kein Spiegel ist, meinst du? Ähm, ja, so in etwa. So in etwa, okay. Hm. Hm. Im Zwift-Store wäre sonst, könnte man mal gucken, aber, weiß nicht, ob, ich glaube, der hat nicht auf. Ja, weil so sieht das ein bisschen, also es passt nicht so ganz. Hm, ja gut, nee, das stimmt. Ja, das meine ich ja. Und guck mal sonst durch, was, also, aber, kann man nicht so, ah, ja, ja, okay. Ja. Hm. Ähm. Bei Bedders, das ist so ein, so ein Laden, die haben auch viel Buntes, aber ich weiß nicht, ob die, wir könnten zu Bedders. Die haben, äh, sie haben Sportbekleidung, aber auch bei Sport hast du ja Oberteile, also Sportlichung. Oberteile, das wäre eine Möglichkeit. Oder? Guck mal, was noch. Hm, hm. Hm. Ich glaube, so Geschäfte haben um die Uhrzeit nicht mehr so wirklich auf. Hm. Nee, sieht schlecht aus. Also Bedders, uh, da gibt's aber bunte Schuhe. Okay. Aber ich, ich weiß, also, ja. Ich glaube, du musst wahrscheinlich wirklich zum, so, so, nicht in diese Ketten so gehen, sondern vielleicht so im Thrift-Store gucken. Ja. Ja, 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 ja. Oder du riskierst es halt, ne? Wenn's dann hinterher nicht richtig passt, weißt du, weil... Ja, also, das, das eine, was ich mir eben geholt habe... Mhm. Ja, da kann ich das auch nicht drüber werfen. Okay. Und das war auch so ein T-Shirt wie hier? Nee, das war was anderes. Wenn, dann dachte ich eher an irgendeinem Hemd, was sehr kurz ist, wie das hier zum Beispiel. Hm, ja, aber das gibt's nicht in anderen Farben. Hm, wow. Ja, oder? Warte mal, gab's da drüben nicht noch was? Warte mal. Ich weiß nicht, ob's hier irgendwie was gibt. Ja, sehr viel Auswahl. Mhm. Und hier auf der Seite... ... ... ... ... ... ... ... Ah, ich glaub, die sind ausverkauft hier. Okay, ne. Hm. Das ist belastend. Nee, hier ist auch nichts mehr. Ja. Das ist keine bunten Hemden, äh, keine bunten Hemden gibt es auch, traurig. Aber gab's nicht ein paar mehr Hemden? Aber ich weiß halt nicht, ob man die so unter so ein Ding ziehen kann. Ja, solche würden wahrscheinlich noch passen, aber sind nicht sehr bunt. Also, vom Stil her nicht so. Ja, ja. Oder was denkst du? Also, an sich würde es gehen. Die Frage ist nur, ob's dann funktioniert. Hm. Wie teuer sind die? 115. Ja, zum mal ausprobieren ist halt... ...ehr schwierig. Die Frage ist, wenn du es sonst auch so tragen würdest, dann wär's ja okay, aber... ...aber wenn es jetzt nur... Ich kann's auch ohne Shirt tragen, aber das wär ein bisschen seltsam. Jeder, wie er will. Wir haben heute jemanden gezwungen, in ziemlich interessanten Kombinationen rumzulaufen. Okay. Er hatte so... Kennst du Crocs? Ja. Die zusammen... Also, ich mag ja so wilde Sachen, aber ich weiß, dass die Person das nicht mag. Und deswegen haben wir extra was Verrücktes, Wildes uns ausgesucht. Und er hatte Crocs an, also in Pink, mit so ganz vielen bunten Flecken drauf. Ähm, dann, äh, so eine Hose, die so Zebra, so eine Leggings fast schon, so Zebra, äh, Streifen hatte. Ja. Und ein Oberteil, ein langes mit, äh, einer Banane drauf. Und das Oberteil war selber so pink-magenta-strahlend. Und ein Hut, wo ein Burger drauf ist. Ja. Und die Person trägt normalerweise schlechte, einfache Sachen. Ja, ich finde, das klingt auch nicht so schlecht. Ich finde auch nicht. Ich habe auch eine Bananenhose und ich mag die und ich ziehe die andauernd an. Und ich glaube, die Hose gab es sogar hier. Warte mal. Kannst du ja mal durchgucken. Ja, so eine enge Hose war das. Guck mal so die engen Hosen durch. Irgendwas, irgendwas Enges. Ja, genau die. Mhm. Die. Und, und für jemanden, der eher schlecht gekleidet ist, ist das halt schon sehr wild, ne? Aber ich finde das, äh, gut. Ja, also mir wäre das jetzt zu viel schwarz-weiß. Ja, guck mal, siehst du? Haben wir, meinst du, das war zu schlecht? Du hättest eine andere Farbe. Ja, genau. Übrigens soll ich dir was von meiner Schwester geben? Eine Bargpfeife? Achso. Nein. Und ich habe auch nicht heute aus Versehen, weil ich gestolpert habe, bin jemandem eine Bargpfeife gegeben. Wirklich nicht. Ich fühle mich auch jetzt noch schlecht. Okay. Ich bin gestolpert, wirklich. Ja, 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 kann ja passieren. Ich hatte halt die Schuhe an, wie ich sie jetzt auch anhatte und, und, ähm, da waren Steine und ich bin dann so, bin dann da so draufgetreten und dann, weißt du, und dann wollte ich so aus Scherz, weil er was Freches gesagt hat, wollte ich so machen und dann habe ich, aber war ich so, durch diese Bewegung, weißt du, war ich, war ich dann so, weiß ich nicht, dann habe ich ihm auch eine gepfeffert. Und eigentlich finde ich das voll schlimm, weil ich das total schlimm finde, wenn jemand irgendwie jemanden haut. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt, dann habe ich mich tausendmal entschuldigt und habe mich immer noch schlecht gefühlt. Ja, aber kann ja passieren. Ja, ich weiß, aber ich habe mich trotzdem schlecht gefühlt. Ich esse jetzt Käsekuchen. Ja, guten Hunger. Dann fühle ich mich nicht mehr schlecht, wenn ich Süßes esse. Möchtest du auch Käsekuchen? Also, das sind diese Honeypuffs. Ja, wenn du noch was hast. Mhm. Bitteschön. Danke. Hast du gesehen? Ich habe dir da was rübergegeben. Ja, ich habe es gesehen. Mhm. Aber warum? Ja, gut. Weil ich gesagt habe, dass du nicht gut drauf warst und dass ich deswegen jetzt zu dir fahre. Und dann hat sie gesagt, dann gib ihm das von mir. Okay, aber habt ihr das geklärt? Ja, wir haben geredet. Ich denke manchmal nicht nach, bevor ich Sachen mache. Und dann... Und ich sage ungern Menschen irgendwie, wenn ich was doof finde, weil ich denke, dass ich ihre Gefühle verletze. Und dann versuche ich das eher auf so eine lustige Art und Weise. Und manchmal kommt das dann nicht so rüber, wie ich das möchte. Und dann war sie sauer auf mich. Und dann habe ich gedacht, jetzt geht es ihr schlecht wegen mir. Und dann gehe ich mich meistens zurück, wenn ich was falsch gemacht habe. Weil ich denke, dann kann ich nichts... Dann kann ich nicht noch mehr falsch machen, weißt du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Und dann war das aber auch nicht richtig. Und dann wollte sie jetzt mit mir reden. Und dann haben wir jetzt geredet. Okay, aber sie hat es jetzt verstanden, oder? Ja. Sie hat gesagt, wenn ich ihr das nicht sagen kann, dann soll ich das aufschreiben auf einem Brief. Und ihr den hinlegen. Ich schreibe jetzt immer einen Brief, wenn ich was sagen will und ich es nicht sagen kann. Okay, sehr gut. Mhm. Ja, wenn das funktioniert. Ich hoffe. Und sie hat mir versprochen, nicht mehr so laute Musik zu machen, dass ich Angst bekomme. Ja, das ist auch sehr gut, ja. Mhm. Aber nicht diese Kuntom-Musik, oder? Nein, das war... Also, das war ihr Freund, der hat so laut Gitarre gespielt. Aber es war so, 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 so laut, dass es in der ganzen Wohnung zu hören war. Und er hat dann nicht aufgehört. Und dann, ja, es sind Dinge passiert. Und dann war sie sauer. Und dann war ich traurig. Und dann war sie sauer, weil ich traurig war. Und dann war ich noch trauriger. Und jetzt ist wieder alles gut. Ja, da ist ja einiges los bei euch. Und warum warst du traurig? Also, ich würde jetzt nicht sagen traurig, aber schlecht gelaunt. Warum warst du schlecht gelaunt? Naja, zum einen, weil ich ja früher wieder weg bin. Weil, naja... Also, wir waren ja... Also, ich war ja mit meinen Eltern in Wales. Mhm. Und, ähm... Ja, es gab dann wieder Streit, das übliche... Bla, bla, bla. Ja, das war einfach nervig. Und dann dachte ich, ja gut, dann gehe ich halt wieder nach Hause. Möchtest du sagen, worüber ihr gestritten habt? Naja, das hat halt alles damit zu tun, dass ich ja... Oh, ein Bus. Sagst du was? Nein, da war ein Bus. Ein Bus? Ein Eichhörnchen. Nee, da... Magst du Büsse? Busse? Bussis? Hast du dich versteckt? Machst du... Spielst du das auch immer? Ich habe das als Kind gespielt, wenn dann irgendwo ein Auto kam. Dann musste ich mich immer... Also, dann... Dann, 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 weißt du... Habe ich immer so gemacht. Habe mich immer versteckt. Ja, aber das ist schon sehr lange her. Dass du ein Kind warst? Oder dass ein Auto vorbeikam? Ich kann nicht. Nee, dass ich mich versteckt habe. Also, vor Autos. Okay. Ich mache das heute noch manchmal. Ja, wo waren wir jetzt eigentlich? In Los Santos. Ja, danke. Und Suburban genauer gesagt. Ja, ne? Achso, ja. Nee, es ging ja wieder darum, wegen unserem Zirkus damals und nachdem das alles da passiert ist und ich dann einfach gegangen bin und, ähm... Ja, und ja, auch den Kontakt mit meinem Bruder abgebrochen habe. Ja, und dann wollten die den einladen, dass der auch kommt und ich habe mich dann quasi dagegen gewehrt, so, weil ich das nicht wollte. Ja, und dann ist das immer weiter eskaliert. Akzeptieren sie nicht, dass du das nicht möchtest? Nee, anscheinend nicht. Ich glaube, die verstehen das auch einfach nicht. Machen sie das immer, wenn du da bist? Hm, nicht immer. Also, sie deuten das vielleicht mal so an, ja. Ja, und dann bin ich halt nach Hause und dann war der Flug halt wieder so lange und scheiße wegen Turbulenzen und was weiß ich. Oh Gott, dann ist ja gut, dass du heile wieder gelandet bist, wenn der so schlimm war. Ja, manchmal habe ich Glück. Oder Pech, je nachdem, ne? Glück. Dass du gesund wieder hergekommen bist. Sonst könntest du nicht sehen, was ich mir für eine coole Pflege geholt habe. Ja, das ist richtig, ja. Und das lohnt sich halt schon. Und ich kann dir auch tragen. Ja. Ich finde auch, dass sie zu meinem Outfit passt. Sehr elegant. Ja, das stimmt. Zu dem schwarzen Oberteil. Mhm. Einfach nur so die Pflege. Weißt du, das ist so der Farbtupfer. Ja, wie war eigentlich die Schnitzeljagd? Ich fand es sehr lustig, aber ich glaube, derjenige, der die Schnitzeljagd mitgemacht hat, der war irgendwie sehr müde. Der hatte nämlich noch Jetlag. Und, aber der fand das auch sehr lustig. Soll ich dir mal vorlesen, was wir, was für Rätsel das waren? Mal gucken, ob du draufkommst. Ja. Oha. Okay, ich lese es dir vor, okay? Oh Gott. Ich lese es dir vor, ich lese es dir vor. Mal gucken. Mal notizen gucken. Und da. Okay, also. Auf dem ersten Zettel stand, er verbirgt, was er verbergen soll, manchmal leer, manchmal voll. Ein Geheimnis wird dem Richtigen offenbart, nur der Falsche, der verharrt. Soll ich noch mal lesen? Ja, bitte. Er verbirgt, was er verbergen soll. Manchmal leer, manchmal voll. Ein Geheimnis wird dem Richtigen offenbart, nur der Falsche, der verharrt. Ist aber nicht der Raum der Wünsche, oder? Was ist der Raum der Wünsche? Ja, nicht so wichtig. Darf man sich da alles wünschen? Ja, so in etwa. Cool. Also, das wäre auf jeden Fall die Erste. Soll ich dir den Zweiten vorlesen? Ja. Also, da findet man dann quasi, also, da hat er dann quasi den nächsten Zettel gefunden. Ja. Und da stand dann drauf, ein Ort versteckt und zu sehen Schienen, auf denen keine Züge fahren oder stehen. In Dunkelheit und doch so hell verstecken sich Häschen ganz, ganz schnell. Ich muss dazu sagen, wir hatten vorhin Hasenohren auf. Ist das eine Mine? Ja. Kennst du die Mine hier auf Los Santos? Nein. Möchtest du die mir zeigen? Ja. Also, wenn es nicht gruselig ist? Ja, schon. Also, man darf eigentlich nicht rein. Ich war natürlich auch noch nie drin, ne? Ja, ja, ja. Und, ähm, also, es könnte gruselig sein, aber, aber ich werde dich jetzt nicht erschrecken, oder so. Ich kann dir die jetzt zeigen, wenn du möchtest. Ja, wartet auch ein Häschen auf mich? Ich glaube nicht. Die sind schon alle weg. Ach so. Ja. Ja, was war denn das Erste eigentlich? Ein Briefkasten. Er verbirgt, was er verbergen soll, manchmal leer, manchmal voll. Ein Geheimnis wird dem Richtigen offenbart, nur der Falsche, der verrat. Weil du brauchst ja einen Schlüssel für deinen Briefkasten, sonst kannst du da nicht dran. Ja, hat das bei ihm zu Hause angefangen? Nee, woanders. Und dann hat er erst den ersten Zettel bekommen von jemandem. Erstmal hat er diese interessante Kleidungskombination bekommen, die er halt so nie tragen würde. Darum witzig. Und dann hat er den ersten Zettel bekommen und dann, als er das gelöst hat, haben wir den zweiten Zettel in seinen Briefkasten eingeworfen. Und da musste er halt herausfinden, wo das ist. Und dann, als wir das fertig hatten, gab es noch einen, warte mal, einen Zettel. Wo war's? Wo war's? Ach ja, hier. Und dann, als die dann angekommen sind, hat er nochmal einen Zettel bekommen. Wer den Hasen folgt, der findet den Schatz. Jetzt braucht es nur noch den richtigen Satz. Und dann haben wir so Buchstabensalat irgendwie geschrieben und das hat dann einen Satz ergeben. Und das war dann einfach, weil er im Urlaub war, herzlich willkommen zurück. Domenico oder irgendwie sowas. Das war's. Ah, ich verstehe. Manchmal, wenn ich nicht schlafen kann, dann denke ich mir sowas aus. Ja, ist doch toll. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Doch, Kreativität. Mein Leben ist ziemlich komisch. Nein, das ist nicht komisch, das ist einfach nur kreativ. Ich wünschte manchmal, ich hätte einen Filter, weißt du. Meinst du, das gibt im Pfandhaus Filter? So Kaffeefiltern, dann würde ich mir den aufsetzen. So wie früher, weißt du, diese reschfarbenen grauen Kaffeefilter. Ich dachte jetzt, wie der Blechmann bei ne, ihr Wizard of Oz. Was ist das? Ja, das ist so ein Film. Was, ist das ein alter Film? Ja, der ist schon, ja, durchaus, ja. Aber ich bin ja noch so jung. Das ist richtig, ja. Deswegen kenne ich den wahrscheinlich gar nicht. Ja, gesehen habe ich den auch noch nicht. Hat der auch so einen Hut auf? So ein Kaffeefilterhut? Ja, so in etwa sieht das aus, ja. Ich brauche jetzt auch so einen Kaffeefilterhut. Aber ich glaube, das wird schwierig zu finden. Ja, wahrscheinlich. Ja, so wie die Handschuhe. Ziemlich traurig hier auf der, also auf der Insel. Ich finde, hier kann man sich gar nicht frei entfalten, was so Kleidung angeht. Ich hatte mal einen Freund hier, der ist leider ausgereist und der hat, ähm, der hat gesagt, er hätte gerne so, so Frauenkleidung. Der würde sich gerne so crossdressen oder wie er das genannt hat. Und das konnte man hier gar nicht. Weil die Kleidung dann teilweise viel zu eng geschnitten war, weil die halt für Frauen war. Und dann, ja. Bisschen traurig. Ja, schon schade. Komm, wir fahren zur Mine. Wollen wir mit deinem, ne, wir fahren besser mit meinem Auto, weil, warum? Weil, ich weiß nicht, ob du mit deinem Auto da hochkommst so gut. Ey, ich war heute den ganzen Tag im Norden unterwegs. Okay, dann fahren wir mit deinem. Ja, der Sprit war, also der Sprit war heute ganz gut. Also viel verbraucht. Ja, ich war vielleicht so drei, vier Mal tanken. Ja, ich kann ja dann tanken, weil, ne, weil darum. Aber willst du nicht lieber auf dem Parkplatz noch schnell fahren? Meinst du, dass der da nicht so gut steht? Ja, vielleicht besser. Ja, hast du recht. Ja. Aber dann möchte ich ganz kurz wieder mein anderes Oberteil. Ja. Ich lache nicht. dieses Auto ärgert mich heute. Ja, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich drück das, also ich drehe den Schlüssel um, aber irgendwie bleibe ich dann immer mit dem Schlüssel hängen, da es dem Motor nicht ausgeht, weißt du? Ja, ja. Ach ja, genau, ich muss vielleicht mal zeigen, wo das ist. Ich gebe das mal eben ins Navi ein. Irgendwo hier. Nimm ich genau da. Okay. Ja, gut, schauen wir mal, Mhm. Vielleicht willst du vorher tanken noch, oder? Ich überlege. Überlege gerade, wo unten eine Tankstelle ist. Aber wir schaffen das schon. Ganz im Osten und ganz im Westen. Wenn nicht, müssen wir schieben, okay? Ja, der ist ja Gott sei Dank nicht so groß und schwer. Nee, wir sind ja auf dem Berg, dann können wir runterschieben. Ja, und wer fängt auf? Ein Baum. Aua. Bist du angeschnallt? Ja, und du? Ja. Ich bin immer angeschnallt. Bist du deswegen auch früher zurückgekommen, weil deine Eltern und du gestritten haben? Ja, das war der Hauptgrund. Was ist das hier rechts eigentlich? Was genau meinst du? Eben das Gebäude an der Ecke. Ich weiß nur, dass wir hier, ich glaube, es war die Clinton Street und hier ist das der Luna Market oder so, aber ich weiß jetzt nicht, welches Gebäude du meintest. Ja, egal. Ich habe leider zu spät geguckt. Ella hat geschrieben, ob ich ins Unicorn komme. Und irgendwas von, warte, ich lese mal kurz, was sie geschrieben hat. Ich werde im Juni, falls du Lust hast, auch hinzukommen und wenn nur, um einfach den Kopf freizubekommen und mit törenden Frauen beim Tanzen zu sehen, sag Bescheid. Ich schreibe jetzt, dass ich mir nur sie ansehe. Okay. Hast du Bilder von ihr? Von Ella? Ja. Ich habe, sie ist auf Venture. Hier links war ich heute auch. Hm? Hier links war ich heute auch. Ja? Was hast du hier gemacht? Ja, mir mal angeschaut. Machst du auch eine Tour de Vares? Ja, kann man so sagen. Also, wo ich heute überall gelandet bin. Aber diesmal nicht zu Fuß, ne? Ja. Auch anstrengend bestimmt. Ja, definitiv. Mit dem Auto ist das besser. Ich habe vorhin fast einen Unfall gebaut. Oh, aber nur fast. Ja. Hier war das übrigens, wo du angerufen hattest. Da habe ich das hier gefunden. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, irgend so eine Farm. So eine Lagerhalle oder so eine, so ein, wie sagt man, Schäune oder sowas. Ja, irgend sowas. Habe ich dir schon mal meine Arbeit gezeigt? Also die Wilson Farm? Da bin ich mit Sicherheit heute vorbeigefahren. Kann ich dir zeigen, wenn du willst? Ja, aber erst mal die Mine. Ja, ja, genau, wer liegt eh, wenn wir da erst ach so. Wie läuft es eigentlich, also, du bist erst bis heute oder gestern? Gestern bist du zurückgekommen, Ja, gestern sehr spät, ja. Okay, und, ähm, ähm, warst du schon arbeiten? Also, beim Taxi? Ja, gestern, irgendwann in der Nacht. Und? Wie lief's? Ähm, ja, war ganz okay. Hat sich schon irgendwas geklärt, weil, du sagst ja deine Chefin, die war irgendwie so komisch. Hier musst du rechts, genau. Ja, hier vertu ich mich auch immer. Ähm, ne, also, ich hab von denen noch keinen getroffen. gestern Abend war nur Peter da und, ja, mit dem bin ich dann rumgefahren. Mhm. Ja, dann haben wir irgendwann einen Unfall gebaut. Was? Also, naja, Unfall, wir sind halt gegen so ein Fahrrad gefahren, das stand auf einmal auf der Straße. Oh, okay. Aber ist nichts passiert, oder? Nö, außer, dass Peter dann angepisst war. War das, aber das war nicht der, der auch gegen, ähm, einen Blumentopf gefahren ist? Nee, nee, das war Miles, ja. Ach, das macht Miles eigentlich? Weiß ich nicht, der ist jetzt im Urlaub. Oh. Hier ist die Mine. Das da. Mhm. Ich verstecke mich weiter dem Schild. Okay. Und hier waren wir. Weißt du, was wir dann gemacht haben? Wir sind dann, wir sind dann hier, ich drück das mal zur Seite so ein bisschen, so, 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 hm. Und dann, und dann, ähm, haben wir uns, ähm, ich muss mal was trinken. Warte, mal überlegen, wie hatten wir uns denn nochmal hingelegt? Hm. 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 Ich glaube so. Und dann haben wir uns hier so reingelegt. So, warte. und dann konnte man uns nicht mehr sehen. Ja, sehr schön, ja. Ja. Kann man da rein? Das habe ich alles voller Äste und Blätter, egal. Ja, kann man, darf man nicht, aber wie gesagt, ich war ja noch nicht hier drin, ne? Eigentlich auch ziemlich cool da drin, aber ich war noch nicht hier drin, ne? Muss nur aufpassen mit meinen Schuhen, dass ich nicht stolper. es ist auch ziemlich lang hier, also, ähm, ja, wir gucken nochmal kurz. Ja, nochmal kurz. Und ansonsten, Miles arbeitet beim Bathurst. Wär das? Was? Ja, ich weiß, ich habe ihn nicht erkannt beim letzten Mal. Hat er das schon erzählt? Nö, der ist ja schon weg. Es war auch nur minimal unangenehm, weil ich die ganze Zeit ihn gesiezt habe. Aber ich, ich habe es nicht so mit Gesichtern und so, und, weißt du? Er trägt halt auch nicht so bunte Sachen, deswegen fällt er mir nicht so auf. Ja, aber im Bathurst trägt er doch so blaues Jäckchen. Ja, aber da habe ich ja vorher ihn nicht gesehen, das heißt, hätte ich ihn vorher gesehen, hätte ich mir das wahrscheinlich mehr eingeprägt. Und deswegen dunkel und doch so hell, siehst du? Ja, und Begabelung. Jetzt musst du dich auch entscheiden. Ist ja scheiße. War überall schon, ich war nirgendwo natürlich. Ganz klar. Links. Ich hoffe, uns erwischt keiner. Sonst kriegen wir bestimmt voll Erde. Ach, sollen sie doch. Aber ich mag nicht, wenn Leute laut werden und mit mir meckern und schimpfen. Meinst du, hier gibt es Empfang? Nee, ich glaube nicht. Warum? Willst du mich ermorden und, und, ähm, dass ich keine Hilfe rufen kann? Dafür muss ich dich doch nicht ermorden. Willst du mich K.O. schlagen, damit ich keine, und keine Hilfe rufen kann? Ich weiß, ich kann nicht mehr reden. Das ist, wobei, Nein, ich würde dich nie schlagen. Das ist nett von dir. Okay, da ist eine Sackgasse. Ich glaube, da wohnt jemand. Hallo. Machen Sie auf. Hallo? Ja, hat wohl keinen Besuch erwartet. Ja, ich habe auch schon ganz lange meine Trainingshandel gesucht. gut. Hier ist die also hin. Mensch, ja. Komisch. Ja, gehen wir wieder zurück? Ja, nee, wir müssen ja alle Wege, wir müssen ja jetzt hier weitergehen. Gott, ich war heute schon in einem, äh, Irrgarten. Ah, ja, den kenne ich auch. Da war ich auch schon drin. Das ist so ähnlich hier. Hast du genug zu essen und trinken? Mhm. Ich gehe nie ohne genug, oder fast nie ohne genug zu essen und zu trinken raus. Ja. Das ist gemein. Ja, wir gehen jetzt hier lang. Hast du schon vergessen, wo wir herkamen? Nein. Okay. Da wohnt auch jemand. Willst du mal klopfen? Ja, mach ich. Sag aber nur, dass wir nichts Böses wollen, dass wir nur kurz Hallo sagen wollen. Nicht, dass die sauer sind. Hallo, wir haben Staubsauger. Die könnten sie hier sehr gut gebrauchen. Wir wollen mit ihnen über Gott reden. Ja. Oder Jehovas, was auch immer sie wollen. Was sagst du? Oder Jehovas. Ja, dann jetzt... Dann noch nach rechts. Ja. Und, ist es gruselig? Nö. Also, noch nicht. Und da wohnt auch jemand. Hier wohnen alle, hier wohnen überall Leute. Hallo, sieh da. Wir kommen in Frieden. Bidi, 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 bop, bop, sind alle so unfreundlich hier. Ich glaub's ja nicht. Ja, vielleicht schlafen die ja. Wer schläft denn jetzt um die Uhrzeit schon? Vielleicht ein Rentner. Oder... Meinst du hier wohnen Rentner? Das kann sein, ja. Oder die sind einkaufen. Das machen die nur, nur immer in der Zeit, wo, wo die, die, die Leute von der Arbeit kommen, um so 18 Uhr und so gehen, Rentner immer nur einkaufen. Ja, aber immerhin an Kies mangelst den nicht. Nee, ich glaub auch. Ich glaub, denen geht's hier schon ganz gut. Wolltest du deine Handel nicht mitnehmen? Die hole ich später. Das ist aber ein interessantes Fitnessstudio. was du dir hier gesucht hast. Ja, ja. Ja, ich muss übrigens viel mehr bezahlen für den Schaden, den ich hatte. Warum? Als Miles. Mit dem Blumentopf. Aber warum musstest du mehr bezahlen? Also, Miles war wohl schlimmer. Oh Gott, was ist denn kaputt gegangen? Ja, ich hatte nur Kratzer an der Seite und das eine Fenster war kaputt. Und du musstest aber trotzdem viel mehr bezahlen, als erwartet, oder was? Ja, es waren 297. Okay, ja, das geht noch einigermaßen. Ich zahle auch immer so viel. Ja, und Miles. Ich muss auch wieder, mein Licht ist noch nicht heil. Ja, das hab ich gesehen. Noch ist es niemandem aufgefallen. Mir aber. Ich weiß. Ja, und Miles ist gegen... Gar nichts. Übrigens, weißt du... Das ist ja ein Fass, ne? Und das auch, ne? Er willst du jetzt ein Fass aufmachen? Nee, aber das ist ja ein Fass, ne? Und Fass ist ein ungarisches Wort. Wird zwar Fass gesprochen, aber es ist... hängt fast genauso. Soll ich doch, dass wir ein Politiker? Da kenn ich mich nicht mehr. Aber weißt du, was es heißt? Nein. Schwanz. Jetzt weißt du's. Wenn du mal nach Ungarn reisen solltest, dann sag das besser nicht. Jetzt müssen wir hier lang. Ja, ich merk's mir. Oh. Oh. Ach, ähm. Ach, die Strafe. Ja. crimine. floss. Aus. ас. Es ist schon klar, dass wir jetzt hier rein müssen, ne? Ja, ich hab's befürchtet. Du wolltest die Mine sehen? Ja, ja. Reust du's? Nein. Warum ist da ein X? Vielleicht spielen die hier Dart. Ja, das wird's sein. Hallo? Möchten Sie mit uns reden? Wir wollen doch nur mal Hallo sagen. Sehr unfreundlich. Ja, da lagen welche auf dem Boden tatsächlich. Oh. Siehst du, ich hab's doch gesagt. Ja, aber ich steh vielleicht ein bisschen zu nah dran. Deswegen ist das auch so einfach. Ich kann nicht werfen. Wenn ich werfe, dann fallen die Sachen immer hin. Also die fliegen dann so nach vorne und dann so nach unten. Ich hab mir auch die besten Schuhe ausgesucht für hier. Ja, das gott es dir auch total an, dass wir hierher kommen. Mhm. Gott sei Dank hab ich viel Yoga gemacht in letzter Zeit. Ich bin besser in meiner Balance. Ja, da fällt mir ein, ich wollte dich fragen, ob ich mal bei diesem Yoga mitmachen kann. Ja, gerne. Hast du auch ein Yoga-Outfit? Was, das braucht man da auch? Ja, ein Sport-Outfit brauchst du, worin du dich gut bewegen kannst. Äh, nee. Meine Schwester ruft gerade an. Oder hast du ja doch Netz? Hallo. Cool, ich hab Netz in einer Mine. Ich bin in keiner Mine, wirklich nicht. Ja. Was? Warum? Und, und, aber, also, da, und das, das PD, oder sind da auch Leute, die, die da irgendwie? Was denn auch für, um in die Bühne zu gehen, oder? Jetzt schon wieder. Ich komm mir so klein vor, ne? Okay. Wurzeln haben sie dich nicht erschossen. Ich hoffe, dass du, also, bleib bitte zu Hause. Tu den, ja, ich hol die dir raus, tu den Schlüssel irgendwo hin, und ich tu dir den dann wieder in den Schrank. Lui will auch mit Yoga machen, dann kannst du, wenn wir nächstes Mal Yoga machen, dann kommt er einfach alle mit. Mhm. Warte, ein Themenwechsel, ne? Okay. Boah, mein Hals tut weh. Wir sind doch schon seit sieben Stunden oder so. Ja, danke. Ich, aber wir haben ganz viel Wasser da, ich hab Wasser gekauft, ganz viel. Furchtbar. Das hol ich einfach, okay? Du, 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 das, du hast jetzt schon so viel Gold. Ich hol einfach die Sätze. Sag ihr Danke für das Onigiri. Ich, ich soll dir Danke sagen für das Onigiri. Oder wie es Louis sagen würde, Danke für das Onigiri. Was soll das denn jetzt? Ja, er ist Batman. Warum? Ich bin Batman. Ela, äh, Ela. Frey hat gefragt, ob du Batman bist oder warum. Nein, ich hab gesagt, ich bin Batman. Er ist Batman, ja. Warum muss mich jeder nachäffen? Malz macht das auch schon. Und der kriegt auch schon fast meine Faust. Hallo? Das hab ich nicht verstanden. So ne Frechheit. Er hat gerade mit seiner Nase Geräusche gemacht. Ach so, nein. Nein, das, das bestimmt nicht. Er könnte mich ja jetzt auch umbringen, wenn ich hier in der Mine bin, aber das, bislang hat das noch nicht gemacht. Okay, wenn ich tot bin, dann weißt Freya, dass du das warst. Wahrscheinlich einfach zu laut. Ja, ja. Ja. Er weiß jetzt Bescheid. Okay. Ich glaub auch. Bitte sei vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Und ruf mich an. Oder schreib mir. Du hast gesagt, die standen da mit gezogener Waffe. Okay. Nein. Geh bitte wieder schnell, schnell rein. Muss es mir egal geben. Nein. 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 Soll ich dir den Hintern versohlen? Und dann erschießt sich einer. Wenn ich nach Hause komme, dann muss ich dich übers Knie legen. Okay, wenn sie reden, dann schießen sie nicht. Das ist gut. Ruf mich an. Ja. Okay, tschüss. Warum muss sie immer Dinge machen, die sie nicht machen soll? Was denn jetzt schon wieder? Da ist Polizei und die haben alle gezogene Waffen. Und ich habe gesagt, sie soll da nicht rausgehen. Und jetzt ist sie wieder rausgegangen. Und... War ich zu Hause? Ja. Vor der Tür, da ist sie. Guck mal durch den Schlitz. Ja, das war ja ein langer Weg hier. Kannst du was sehen? Nee, ist so dunkel. Verdammt. Na gut. Warum macht mir eigentlich jeder nach? Ich habe dich nicht nachgemacht. Ich habe... Ich habe nur demonstriert. Oh, du hast gestreikt? Ja, genau das. Und dann hat sie gefragt, ob du Batman bist. Ja, vielleicht. Und ja, dann hat sie gesagt, dann soll Batman aufpassen, dass mir nichts passiert. Und dann habe ich gesagt, bislang hast du mich ja noch nicht umgebracht. Also, das ist ja so weit in Ordnung. Ja, ich wüsste auch nicht mit was. Hier liegen überall Steine. Und hier ist... Oh mein Gott, was ist das denn? Was für ein alter Milchkanister. Was machen die denn hier? Meinst du, die haben hier Kühe? Ja, oder die melken sich selber. Oder die melken ihre Würmer. Ja, das geht auch, ja. Gehst du hier zum Würmermelken hin? Nein, bisher noch nicht, nee. Oh Mann, ey. Hast du es vor? Nein. Ich kann so nicht. Ich werde schon wieder angerufen. Lebst du noch? Ich hoffe, dass du jetzt schnell wieder nach Hause gehst. Okay. Barry! Ich kann nicht drüber reden. Das war alles von der Schnitzeljagd. Schön. Du darfst davon wissen, aber es ist heute passiert. Also, wir haben eine Schnitzeljagd gemacht, weil Domenico wieder da war. Und weil wir ihn gerne ärgern, haben wir eine Schnitzeljagd gemacht, wo wir ihn ein bisschen mit geärgert haben. Und dann hat er ganz viel Zeug geschenkt bekommen, was er nicht braucht. Wer ist das da? Was meinst du? Wer ist das da? Das ist ein Polizeiauto, glaube ich. Oh nee, bitte nicht. Ja. Und wir sind gerade an der Mine. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen. Ja. Wir haben uns einfach daneben gesetzt. Die haben ja nicht gesehen, dass wir da drin waren. Ich lege mal auf. Wir müssen uns besprechen. Okay. Wenn Sie fragen, wir waren da hinten und haben rumgeknutscht. Nee, jetzt kommen die auch noch. Was haben wir? Wir waren da hinten und haben rumgeknutscht. Okay. Och, nö. 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 Hallo. Wie geht es Ihnen? Ja, so weit ganz gut. Auch, auch. Haben Sie hier in letzter Zeit irgendwas gesehen? Eventuell einen Herren, ähnlich gekleidet wie wir, blonde, kurze Haare. Ähnlich gekleidet wie Sie? Also ein Polizist? Ja. Genau, State Police Uniform. Aber war keiner von Ihnen? Okay. Ist das Ihr Fahrzeug hier rechts, der roter? Ja, genau, ja. Okay. Würden Sie mir einmal Ihren Ausweis zeigen? Na klar. Super, dankeschön. Ah, den von der Dame kann ich gerade... Rufen Sie jemanden? Da kann ich leider nicht so genau ins Detail gehen, aber ich denke, der Kontext sollte sich da schon erschließen. Okay, alles klar. Mr. Stitches, korrekt? Jawohl. Okay, alles klar. Können aus, was Sie da wegpacken? Den von der Dame konnte ich gerade leider nicht sehen. Das war ein bisschen klein. Ja, ich habe auch meine Finger drüber gehalten. Ach so, ah, okay. Miss Varga. Okay, wunderbar. Gut, vielen Dank. Da können Sie den Ausweis erst mal wieder wegstecken. Also Sie haben hier in letzter Zeit nichts gesehen? Nein. Nein, tatsächlich nicht. Okay, dürft ihr fragen, was Sie hier oben machen zu solch später Stunde? Ja, wir waren ein bisschen unterwegs und ich habe Ihnen das gezeigt, dass hier so eine Miene ist und dann waren wir da hinten und haben ein bisschen rumgeknutscht. Ah, okay. Und gehört Ihnen die Miene oder wieso waren Sie da drin? Im Endeffekt ist das das Privatgelände, der Myning Company. Nein. Ich habe Ihnen das einfach gezeigt hier. Okay, grundsätzlich ist das natürlich... Wir waren da jetzt auch nicht drin. Also wir waren hier an der Tür. Boah. Okay, also wie gesagt, grundsätzlich A, Privatgelände und B, das Ganze... Das hier auch? Das kann ich mir auch gar nicht so genau sagen, aber alles hinter dieser Tür auf jeden Fall. Ja gut, das... Also wir waren wie gesagt nicht in der Mine, sondern wir waren hier vorne daneben. Okay, und der zweite Punkt wäre halt einfach, das ist eine Mine, da kann immer was passieren, deswegen passen Sie da bitte auf sich auf, ja? Ja, ich gehe da ja nicht rein, ich habe hohe Schuhe an. Ich glaube, das wäre keine... Okay, okay. muss das nichts heißen. Also ich sage so, Klettern funktioniert wahrscheinlich sogar noch, weil das Absätze sind und die könnte ich irgendwo in den Berg rammen, aber würde wahrscheinlich eher die Bergsteigerkleidung... Das will ich sehen. Warte. Nein, nein. Dann ich sogar eher Bergsteigerkleidung mir besorgen dafür. Wenn das so sehr okay ist, würden wir gerade einmal einen ganz schnellen Blick nur in den Kofferraum werfen. Wenn Sie die Loko zu uns aufmachen können, dass wir einmal ganz kurz reingucken können, dann das so verwirrt zu machen. Ich kann auch alles aufmachen. Alles gut. Also wir haben jetzt auch nur nichts gesehen. Ich will nur gerne einmal kurz in den Kofferraum gucken. Ist das wirklich okay? Ja, klar. Dankeschön. Okay, wunderbar. Das sieht ja relativ leer aus. Okay. Nee, gut. Super. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Kooperation. Und wenn wir noch jemanden sehen sollten, dann sagen wir Bescheid. Genau, da rufen Sie am besten die 921 an. Das ist die Info-Hotline, das ist der Police. Genau. Der hat eine Uniform wie Sie an und hat kurze blonde Haare? Genau, kurz geschnittene blonde Haare. Ja, ich würde sagen, nicht ganz mittleres Alter, aber geht in die Richtung. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, im Ehrlich zu sein. Oh, guck mal, eine Disco. Ja, das sind die Kollegen. Wir wussten halt nicht, was die Sache ist, deswegen sicher ist sicher und deswegen hat er es vor der Einheit. Ja, aber nur, dass wir das verstehen. Also gibt er sich aus als Polizist oder ist der Polizist? Nein, der ist Polizist. Also Sie vermissen den? Ja. Okay. Ach so. Ja, aber Hallo Kollegen. Gut, Herr Binz. Also soweit, alles in Ordnung. Ich habe die Ausweise der Herren gesehen. Ich durfte einmal ins Auto gucken. Der Herren, ja. Das hat mir der Herren und der Damen, entschuldigen Sie mich. Ich durfte einmal ins Auto gucken, das hat mir der Gentleman gestattet und da war nix. Also wir können vielleicht gleich nochmal in die Liene gehen und gucken, aber also die beiden hinter mir waren da nicht drin nach eigener Aussage. Gut. Alles klar, dann machen wir das. Dann können Sie, die sich gerne hier entfernen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und viel Spaß. Passen Sie auf sich auf. Danke. Ja, ciao, ciao. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Schönen Abend. Super. Tschüss. Zaubererei. Ja, du wolltest die Farm markieren. Siehst du das im Rückspiegel? Er hat eine Waffe in der Hand. Ja, einfach nicht drauf achten. Farm, ja. Waffe, mhm. Die wären da jetzt so reingegangen und hätten gedacht, wir sind irgendwie... Oh Gott. Ja, nee. Passt schon. Ich habe gelogen, ich hasse es zu lieben. Lüge nicht gerne. Ja, ist ja nichts passiert. Ja, aber ich habe gelogen, man lügt nicht. Und Frau auch nicht. Meinst du, er hat Herren gesagt, weil ich auch eine Fliege trage? Vielleicht bist du da... Wirkst du mehr wie ein Gentleman. Glaub auch. Oder er hat einfach nicht drauf geachtet und nicht nachgedacht und einfach losgeredet. Ich habe auch eine Männerbosen. Sehr behaart und... Waffe. Ja. Weißt du, ich habe mal... Also, ich habe Elamal gefragt, was für ein Baum sie ist, ne? Was für ein Baum? Ja. Da müssen wir gleich auch noch drüber reden. Ich habe gefragt, was für ein Baum sie ist und sie hat gesagt, sie ist ne Palme und dann habe ich gefragt, ob sie denn auch große haarige Kokosnüsse hat. Und sie hat gesagt, ja. Okay. Wenn du ein Baum wärst, was wärst du von einem Baum? Eine Trauerweide. Ach, da haben wir schon mal drüber geredet, das hast du glaube ich schon mal geantwortet. Nein. Sicher? Ja. Weil, das hat schon mal jemand geantwortet, das war richtig. Eine Trauerweide. Ja, aber da haben wir noch nicht drüber geredet. Ne. Okay. Das ist ein bisschen traurig. Ja, ich weiß. Können die blühen? Ja, bestimmt. oder ich bin so ein Weidenkätzchen. Lauschig. Die sind super. Ja, als ich mich umgezogen habe von einem Kollegen, der hat gesagt, das ist ein Bär. Beidenkätzchen finde ich gut. Ja, und du? Ich mag Beeren. Ich bin ein Bonsai, klein und schräg. Wenn das überhaupt ein Baum ist. Ja, doch. Wahrscheinlich nicht. Ja, doch, doch. Doch, schon, ja. Aber gefällt mir. Mhm. Und wenn du, wenn du eine Tür wärst, was wärst du für eine Tür? Das sind schon sehr spezielle Fragen. Ja, ich bin klein und schräg. Tür. Mhm. Ja, eine Tür. Egal welche. Du kannst jede Tür sein, aber was soll es sein? Meine Schwester sagt, sie ist eine Drehtür. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, dann bin ich vielleicht so eine Tresortür. Ach, komm. Weißt du? Darf ich nicht mal alleine eine Tresortür sein? Das sag ich immer. ehrlich, Ihr sehr witzig. Das ist immer meine Antwort. Wie gut. Das macht mir ein bisschen Angst. Ihr und mir erst. So. Wie kannst du halten? Ja, den Mund, oder? Ja, Mhm. Vielleicht fahr mal hier auf die Seite. Ich weiß nicht, ob man auf die Seite... Welche Seite? Also, quasi am Zaun, aber im Außen. Was? Straße. Wer hat schon wieder angerufen? Oh Gott. Louis hat gesagt, er ist eine Tresortür. Er kann keine Tresortür sein. Ich bin eine Tresortür. Ich habe ihm gesagt, dass du eine Tresortür bist. Hast du gesagt, ja. Wie gut. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, das geht nicht, weil ich bin schon eine. Es kann keine Tresortür. Oh mein Gott. Eine Zugbrücke. Warum? Wie heißt das Ding? Hast du, also, Prea fragt, ob du drüber nachgedacht hast, eine Zugbrücke vielleicht zu sein, weil wenn die einmal oben ist, dann gibt es da auch kein Reinkommen mehr, sagt sie. Ja, heißt das, ich soll einen hochbekommen, oder? Er fragt, ob das heißen soll, ob er einen hochbekommen soll. Ist das komisch. Also, Frey sagt, das heißt, wenn du einen hochbekommst, dass dann keiner mehr reingeht. Das wäre ja dann auch, was hast du gesagt? Kein Game. Game. Ja. Genau. Hat Freya gesagt. Ja, verstehe ich nicht so ganz. Ich auch nicht. Sie spricht komische Dinge. Achso, ob er auch kommen möchte? Hast du Lust, ein Barbecue nächsten Freitag mit uns zu machen? Also, meine Schwester und ich und Ela und Clyde und dann, wenn du magst, auch du. Nächsten Freitag? Mhm. Muss ich mal schauen. Ich kann noch nicht sagen, wie ich da Zeit habe. Er kann noch nicht sagen, wie er Zeit hat. Er muss schauen. Aber wenn du Zeit hast, dann kannst du ja einfach dazukommen. Ja, wie viel Uhr wäre das? Achso, ich glaube, das stört ja nicht. Äh. Achso, nee. Ähm. Äh, was hattest du davor gesagt? Ja, irgendwas mit Uhrzeit? Nee, ne? Doch, irgendwas mit... wann das wäre? Äh, Uhrzeit gibt's noch keine. Wir denken noch drüber... Also, sie denken noch drüber nach. Also, es steht noch nicht fest, das so ein bisschen... Also, ich denke auch drüber nach. Ja, mhm, genau. 21 Uhr. Ja, können wir ja dann gucken. Ist ja nicht in Stein gemeißelt. Nee? Ich habe auch gar keinen Meißel. Ja, und kein Stein. Und auch keinen Stein. Ich zeige Louis jetzt, wo ich arbeite. Mhm. Also, hier und da ist quasi... sind die Hauptgebäude und rundherum ist alles voller Felder. Okay. Was machst du jetzt? Mhm. Ach so. Ja, dann schlaf gut. Nein. Mach ich. Gute Nacht. Ja. Tschüss. So. Genau. Und... Warte. Hm, was machen wir jetzt? Komm mal mit. Was? Ja, nicht so direkt, aber ich bin halt hier rumgefahren. Mhm. Ja, ich bin auch einmal über den Flugplatz gefahren. Wo ist der denn? Ja, der ist irgendwo da... da hinten irgendwo. Okay. den kenne ich gar nicht. Ja, ich habe gehofft, man kann da tanken an der Zapfsäule, aber leider nicht. Nur Kerosin? Ja, da... Hätte, glaube ich, nicht so gut funktioniert und wäre teuer gewesen. Verdammt. Ja, wahrscheinlich. Ja, und dann bin ich hier in Grape Seed, ähm, ja, da hinten bei dieser Straße so rumgelaufen. Hier ist auch voll schön, hier ist der Alamosee. Ja. Wenn ich dann hier arbeite, gucke ich manchmal auf den Alamosee und dann ist das sehr entspannt. Ja, ich war heute noch mal da, wo wir das Osterrätsel gelöst haben. Oh. Und wir haben nichts gewonnen, das ist so traurig. Ich habe noch nie was gewonnen. Außer Freundschaften. Ja, das stimmt. Okay, wir müssen jetzt einmal hier lang, aber müssen aufpassen, dass uns keiner sieht, okay? Oh Gott, nein, hier komme ich nicht runter, verdammt. Ja, eher da vorne. Ja, wir müssen aufpassen, dass uns keiner sieht. Wieso? Weil wir das nicht dürfen, was ich jetzt mache. Zickzack laufen. Und ich dachte, du bist gegen illegale Sachen. Ja, ja, aber das zählt da nicht zu. Da muss man ein Stück zur Seite gehen. muss schmierig stehen. Du musst schmierig stehen. In welche Richtung? In alle. ich habe hier was für dich. Und jetzt müssen wir schnell wieder raus. Mangoes. Ananas, Mango. Das ist ein Ohrwurm, den ich nie wieder los werde. Das ist ganz schlimm. Ananas, Mango. Oder kommt ein Auto? Ja. Nein, das ist ein Bus, oder? Ist das ein Bus oder ein Auto? Bus. Wir tun jetzt so, als hätten wir nichts gemacht. Wir haben nichts getan. Ja, ich habe die ganze Zeit nur Ohrwurm von diesem Bananelied. Soll ich dir einen neuen Ohrwurm machen? Ich weiß nicht, ob ich das will. Magst du keine Böhme? Das darfst du aber nicht Carnal und Phantom sagen. Aber ich habe ja schon einen Ohrwurm. Hast du dann drei? Haben die sich eigentlich über die Alge gefreut? Ja, ich habe das zu denen gelegt. Die habe ich geangelt. Ja, sehr schön. Ja, welches Lied meinst du denn? Ananas, Mango. Das ist das ganze Lied. Wow. Jetzt ist die Frage, wo wir hinfahren. Ja, manchmal klemmt man Schlüssel irgendwie. Ja, das kenne ich. Das da drüben ist übrigens der Hofladen. Also, da vor uns. Ach, das, was da so erleuchtet ist. Mhm. Und, also, wenn du mal einen Großenkauf machen musst, dann kannst du dahin kommen, weil die Sachen eigentlich ziemlich günstig sind hier direkt. Ich glaube, günstiger auch teilweise im Vergleich. so Lebensmittel und sowas. Ja, wenn ich dran denke. Mhm. Aber dann muss, dann, das lohnt sich nur, wenn du eh schon hier bist, weil wenn du Sprit verfährst, dann lohnt sich das auch nicht. Ja, eben. Apropos. Was denn? Musst du tanken? Ja, wär so langsam. Ja, dann fahr mal zurück, also quasi, einmal einen U-Turn machen. Wo genau meinst du? Hm, also ich wäre jetzt da reingegangen. Ja, da ist eine, genau. Und hier ist, glaube ich, aber auch einer. Ich bin nicht ganz sicher. Ich meine, hier, hier ist eine. Ja, dann. Also, ja, ich glaube, sowas. Auf jeden Fall, immer auf dem Weg, wenn ich zurückfahre, da, da ist dann eine. Na, na, mal angucken. So allein davon kriege ich keinen Urwurm. Das ist traurig. Oh, you touch my tralala. Ah, my ding ding dong. Besser? Ja, ja, zum Beispiel, ja. Und dann müsste gleich irgendwo eine Straße, ja, genau, hier links ist dann eine gleiche. Wow, ich habe mal was. Hier jetzt links und dann wieder links drauf. Da kommt jemand. Der hat auch der hat auch nur ein halbes Licht. Ja, schon gefährlich. Das ist modern, das, das ist jetzt Mode, so fahren alle. Ja, ja, ja. Bist du wahnsinnig? Oh, nein, ich war so im Schwung, ich habe mich nur abgeschnallt. Ihr steht doch noch nicht mal richtig. ich weiß nicht. Ich weiß doch nicht. Oh Gott. Ich überlebensfähig. Oh Gott. Ei, ei, ei. 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 Außerdem erkennt man das Blut auf dem Auto so schlecht Ja, ich hab nur einen blauen Fleck jetzt Ja, ich hab neulich auch eine Kollegin umgefahren Also fast Warum? Ja, ich sollte sie ja abholen Okay Dann hast du gedacht, dann überfahre ich sie doch direkt Malst du sie nicht? Ja, Sekunde Nee, ich hab Ich hab's gleich Hast dir Zeit Ah, ich kann's doch nicht Oh Oh mein Gott Nee Ich kann's doch nicht Nee, du magst sie nicht? Doch, warte Jetzt sagst du auch noch, dass ich ein Mann bin Nein, hä? Hast du gesagt, doch Mann? Nein, doch, warte Achso Ich kann grad nicht Ist das so ein Männerproblem? Nee, das ist so ein Louis-Problem Das passiert jedem mal Dafür brauchst du dich nicht schämen Ja, manchmal erfordert's ein bisschen Konzentration für meinen Kopf Warst du damit schon mal beim MD? Hm Warum steht er da vorne so? Oh nee, warum dreht er um? Wer steht? Und dreht um? Okay 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 Ja, wo waren wir? Ja, ich hab dich ja abgeholt von dieser Rave-Party Mhm Ja, und Also das war irgendwann 1 Uhr nachts oder so Und Ja, sie hat mich angerufen, ob ich sie holen kann, weil Na ja, war halt keiner da, ne? Und Ja, dann bin ich da hingefahren und Ja, ich hab das erstmal gesucht Das war Warte Das war Ich such's gerade Da war das Ja, und Das war total einfach zu finden Ja Sieht danach aus Ja, vor allem, weil der Standort oben auf die Brücke ging Und dann konnte ich aber nicht Da runter finden Ja, das war total schön Ach, die Scheiße Und dann bin ich da so umgekurvt und irgendwann hab ich das gefunden Okay Und Ja, da hat sie gemeint, ich soll nochmal parken Und ich dachte, ich hol die nur ab Und Ja, und dann wollte ich Fahren fürs Parken Und sie ist aber direkt von meinem Auto gelaufen Wollte sie überfahren werden? Also Ich hoffe nicht Wer will das schon, freiwillig? Ja, und dann bin ich gefahren Und sie stand vor meinem Auto Und dann hat sie mich angeschrien Warum? Ja, sie hat geschrien Ja, aber wenn du mich überfährst, dann bringe ich dich um Das hast du doch nicht absichtlich gemacht Nö Ja, und dann Hab ich da geparkt und Ja, und dann sollte ich noch kurz mit ihr mitkommen Aber wenn du sie überfährst, dann könnten sie dich nicht mehr umbringen Ja, das dachte ich mir auch Und du hast dir bestimmt auch Sorgen gemacht, als du sie dann angefahren hast Ja, ich hab sie ja nicht erwischt Achso Achso, ich dachte Nee, nee, das war ja nur fast Naja, gut Weißt du noch, als Als diese Frau Auf den Los Deinen Namen falsch geschrieben hat Ja Kannst du noch mal sagen, was sie geschrieben hat? Ja, das erste war Luise Und der Nachnamen? Der war da noch normal, aber später hat sie dann Stiches geschrieben Achso Warum? Mir ist nämlich eine schöne Wortkombination eingefangen Oder eine Namenskombination, aber ich Muss den passenden Zeitpunkt brauche ich auch dafür Okay Das geht jetzt nicht einfach so Ja Ja, ich hab auch schon ein paar Mal gehört Mein Spitzname könnte Louis Pitches sein Nein Du kennst ja Matthew, oder? Ja Nopi sagt zu Matthew immer Matef Matef Dünndarm Ja, das freut ihn bestimmt, ja Ich hoffe nicht in seiner Anwesenheit Das weiß ich nicht, aber als er das gesagt hat Ist mir eingefallen, dass dein Name verunstaltet worden ist Und dann ist mir irgendwie In dem Moment In dem Moment eingefallen Wenn mal jemand schreibt dann Irgendwie Luise Stehschiss Oder so Und mir auch gleich Sag ja, ich bin cool Wow, also wenn die das so krass falsch schreiben würde Das wäre schon ein Wunder Ja Ja Aber stell dir mal vor Dann wäre ich auch gebrochen Ja, ich hätte gebrochen Ja, das glaube ich Was ist mit deinem Lenkrad? Ja, ich drehe Was handelst du das? Nein, ich drehe am Rad Achso Es ist so schlimm Ja, es ist schon so weit, ja Hätte ich es nicht sagen sollen Nee, alles gut Apropos Matthew Ich wollte ihn anrufen Vielleicht ist er ja noch da Kannst du ihn Matef Dünndarm nennen, bitte? Nein, Garant, nein Ach, hat er Nee, nee Ja, der ist bestimmt eh nicht da Oh, er ist nicht erreichbar Dann ist er bestimmt da, aber halt Beschäftigt Nee, ich werde nicht mehr Beim Taxi ist gerade jemand Der hat die Leitstelle Und die habe ich noch nie gesehen Wer denn? Äh, Mencia Mencia? Mencia, Ashley, Gray Und die waren noch nie da oder so? Also, ich habe die noch nie gesehen Barry war auch vorhin, da habe ich gesehen Aber hatten da viele Leute? Hier sind Interna, die darf ich nicht rausgeben Okay Also würden jetzt Kollegen sagen Warte, ich rechne mal nach Okay Ja, so etwa 23 Ja gut, dann kann das natürlich mal vorkommen, dass man Leute nicht sieht Ja, aber das Erschreckende ist Wir sind so viele Leute Und dann gibt es trotzdem so oft Momente Da ist einfach gar keiner da Auch irgendwie komisch, ne? Ich frage mich, was das heißt Ja Wenn das so ist, dass Leute Also, warum haben die denn einen Job, wenn die nicht arbeiten gehen? Ja, das war ja auch gerade vorhin um Ja, so 20, 21 Uhr Da war ja keiner da von uns Und ich denke mir so Was, warum? Schon ein bisschen enttäuschend Ja Und die anderen da von Download Cap, die machen Kohle Das ist halt echt blöd Ja, und gerade sind Barry und Mencia da Na ja Gerade um die Uhrzeit Äh, Uhrzeit Kann ich mir reden Gerade um die Uhrzeit Ähm Ist ja bestimmt viel los, oder? Also so abends Ja Am Freitag Und Also Ja, Peter war ja heute Nacht da Der hat einfach von Was war denn das? Ein Uhr bis Acht Uhr morgens durchgemacht Ups Ja, der war ja im Krankenhaus Und deswegen War ja noch unten mit Tabletten und so Und deswegen konnte er nicht schlafen Okay Ja, und deswegen war ich da dann zweieinhalb Stunden mit dabei Mhm Ja, wo willst du jetzt eigentlich hin? Ich überlege gerade Gibt's da auch irgendeinen schönen Ort? Definiere schön Ja, was für dich schön ist Ich bin auch heute irgendwie zu diesen Ich kann schöne Dinge in allem finden Ich bin auch irgendwie zu diesem Human Labs gekommen Wo ist das? Ja, aber Ist ja leider zu Aber ich hab's gefunden Du meinst ProLabs Nein, Human Labs Human Labs? Das kenn ich gar nicht Also ich Weiß nicht, was das ist War ich noch nie Ja, das ist so ein Labor für Pharmazie Oh Ne, das kannte ich noch nicht Und was gibt's da? Pharmazie? Naja, halt Medikamente und so Und was gibt's da noch? Ja, keine Ahnung Es war ja zu Das ist ja nicht öffentlich Aber die machen, glaube ich Die Sachen für den Drugstore Achso Also schön ist, wenn man irgendwas von oben sich angucken kann Gerade wenn's dunkel ist Oh, ich Oh, warte Warst du hier schon mal? Ja, das war da mit dem Ehrgarten Ach ja, stimmt Hast du gesagt Warst du Warst du hier schon mal? Da ist das Weinbotschild Ja, ja, genau Da war ich auch schon, ja Beziehungsweise Da ist ja so eine komische Station oben Mhm Warst du Ja, warst du auch Dass du ich noch nicht war Das ist jetzt nicht schön Aber ich war noch nicht Hier Hat mir das noch nie angesehen Das ist interessant Weißt du das? Ja, gute Frage Also reingehen kann man, glaube ich, nicht Wahrscheinlich Ist das alles Absperr Warst du schon mal bei dem Bei dem Weinhaus? Bei der Weinuri? Oder wie ist das? Ja, genau Ja, ich hab da mal Weintrauben geklaut Wie bitte? Ich hab da Ich hab da mal Weintrauben geklaut Aber sag's niemandem Ja, das hab ich schon Ja Wir müssen das so machen Wie Wir müssen das so machen, wie Ela und ich Einfach Augen zu Und dann irgendwo draufklicken Und dann Gucken, wo man hinkommt Aber wir haben jetzt schon Einiges abgedeckt Gut, aber du kennst noch nicht Ähm Den Ehegarten Oder was das war Das kennst du noch nicht, ne? Nicht Ehegarten Ähm Trampelfahrt Nee Ach, wo war der nochmal? Warte mal Wo war der? Ich glaub irgendwo hier Hm 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 Ich weiß noch mal Ich weiß nicht Ähm Könnte irgendwo Hier sein Am ehesten Aber ich bin nicht 100% sicher Da war irgendwo Ein Trampelfahrt Anlang der Route Ja, schauen wir mal Wir sind dann da oben drauf Geklettert Beim Trampelfahrt Mhm Da sind so Auch so Sportgeräte Und sowas Gucken, ob wir das finden Ich muss aber eigentlich andere Schuhe haben Aber gut Sonst geh ich barfuß Hier geradeaus geht's übrigens dann zu diesen Human Labs Okay War auch sehr abgelegen Ja, das ist quasi rechts hinter dem Berg Und da rechts ist ja der Leuchtturm Da war ich Ein, zwei Mal Aber ich wollte da immer hin Wenn dieses Geschäft mal auf hat Aber irgendwie schaffe ich das nie Oh, eine Motorradgang Oh Sicher keinen Ausflug Also Vielleicht auch einfach so eine Reiseruppe Oder sowas Ja, ja So Alte Familienväter Die irgendwie so einen Ausflug machen Weißt du Ja, du meinst Die bösen Onkels Was? Ne, die bösen Papas Letzte Mal hat jemand so eine Brille gekauft Und da hab ich gesagt Sie hat sich doch aus wie so ein Familienvater Ist das ein Kompliment? Nein Ja gut, dass ich keine Brille habe Es gibt auch coole Brillen Es gibt auch welche mit So So als Sterne und so Weißt du Ja, das fühle ich bei mir gar nicht Ich finde die sehen cool aus Je nachdem Was man macht Warte mal Hier Ne, hier sind wir nicht Hm Was? Wir sind nicht hier Also Ne, nicht an der richtigen Stelle Wo war das? Es müsste irgendwo gleich Auf der rechten Seite irgendwann sein Ich weiß nur nicht mehr wo Auf welcher Höhe Ja, so richtig das Wasser auch Ja Ja, aber irgendwo dann gleich nicht mehr so Was sagst du? Also wenn rechts ein Trampel fahrt ist, dann bist du Jesus Besser nicht Ach Hey, da wird's gar eher Aber bin ich da nicht eher Moses? Ne, da hat er das Wasser geteilt Ja, aber Ja, aber Jesus konnte drüber laufen Okay Ja, sind wir noch auf Kurs? Ja Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus was When Jesus was Oh, when he was So, was ist hier jetzt rechts? When he is away Mhm Aber noch hier halten und einfach gucken Wobei Ne, das ist aber nicht richtig Aber wir können trotzdem gucken, was hier unten ist Da ist irgendwas Hier ist schon mal bald Ja, die Biffi-Loges hier Ach so Oh Hier ist der Wald, wo wir überfallen worden sind Ja Oh Okay Hat's dich zurückgeführt, ja Wir wurden hier rechts reingezogen Und da oben Hinter die Steine gebracht Oh Mhm Ja, sehr schön hier Ja Und dann, äh Ja Und jemand seine Hasen auch nicht abgeben Ja Ja Wollen wir links rum? Oh, das sind Menschen Mhm Nicht, dass die auch noch überfallen werden Nee, wir fahren ja vorbei Meinst du, wie hätten die sonst überfallen? Ja, möglich ist alles Also ich Mobs ja schon mal Obst Oder gehe in Mien, wo ich nicht rein darf Aber sowas mache ich nicht Jetzt müssen wir rechts Und irgendwo wahrscheinlich Irgendwo da unten Ist dann dieser Windkrampe Ich weiß nicht, ob es einer ist, aber In meinem Kopf ist es einer Oh, mein Bein juckt Dann kratz mal Soll ich kratzen? Warte, ich kratze Ja Ja Gut Hast du Ausschlag? Nee, es hat einfach nur Spontan gejuckt Nee Ich habe irgendwie das Gefühl Meinst du? Mhm War hier links nicht irgendwas? Hm, das weiß ich nicht Aber hier rechts könnte es runtergehen Und äh Oh, warte mal Ich glaube, wir sind hier gar nicht so falsch Wir können hier halten Und dann gehen wir doch runter Gucken, Susann Ich glaube, wir sind an der richtigen Stelle Auf jeden Fall Weil dieses Schild kommt mir bekannt vor Dann gehen wir da runter Und dann ziehe ich aber meine Schuhe einfach raus Okay Ja gut, dass der Typ eben uns nicht reingefahren ist Mhm Irgendwie kommt mir das bekannt vor Ich bin nicht sicher, ob wir richtig sind Oh Was denn? Ja, ist schon mal ein gutes Zeichen Was ist ein Dass mir das bekannt vorkommt? Ja Hm Aber das muss nichts heißen? Ja, das stimmt, ja Wie kommt dieser Dieser einzelne Baum Das kommt mir bekannt vor Ich weiß nicht Warte mal Jetzt geht es da lang Kommen wir hier links runter? Da ist da überhaupt Was ist die Frage? Die gehen wir nicht richtig Ah, da ist die Brücke Wo wir angeln waren Okay, wir gehen jetzt hier rechts runter Ich glaube hier Die Chance ist hier größer Dass wir was finden Weil die Chance ist eigentlich Dass ich was finde Also von daher Würde ich das jetzt mal nicht so Sagen Ich glaube da ist der Steg Wo ich schon mal war Was für ein Steg? Ja, halt der Pier Gibt es Also ich kenne nur den Pier Mein Gott Jetzt ist mir der Ort entfallen Chumash Nee Delpero Ja, danke Nela hat was geschrieben Tegela, Tegela Ich schlafe mir also nur als Info Für die Min-Expedition Oder das Unicorn-Abenteuer Er geht doch nicht ins Bett Hast du Lust was mit denen zu machen? Ähm, definiere Ähm, irgendwas weiß ich nicht Also entweder können die dazukommen Oder Ja, doch Ich würde sagen Dass sie vielleicht mit dazukommen Einfach Ja, wenn du willst Also ich Wenn du willst Ich weiß nicht Ob Wenn du die Leute nicht kennst So wirklich Jeder kennst du ja Aber Sonst sollen die beiden ruhig mal ein bisschen Party machen Ich glaube die haben Lust Party zu machen Hier war ich aber auch noch nicht Echt nicht Geht er so ohne Schuhe Mhm Ja, besser als mit Sogar Weil hier so Spalten zwischen dem Holz sind, das ist nicht so einfach Ja, wenn es wenigstens Kartoffelspalten werden Ja, aber leider nein Weißt du, was echt traurig ist? Ich glaube, ich habe auch den Trampelfahrt nicht gefunden Boah, Alter, ich sterbe hier gerade Ich muss Ela jetzt mal eben fragen, wo der ist Ich akzeptiere das nicht Ela, wo ist denn Trampelfahrt? Ja, ich weiß nämlich auch nicht mehr Warum weißt du das nicht? Du kannst das nicht nicht wissen, wenn ich das nicht weiß Schon nicht weiß Oh mein Gott, hier ist ein Loch im Boden Ja Oder Trampelfahrt Wo brauchen wir da einen Trimmer? Trampelfahrt Anders hinsetzen hier Enttäuscht mich auch Tschummersch? Ela, du kannst nicht Dinge vergessen, wenn ich die vergesse Nein, das geht nicht Ich guck jetzt hier mal. Ja, hab ich auch geguckt, aber nee, sieht schlecht aus. Ich glaub Richtung Schumarsch, aber wir sind hier in Schumarsch und das ich weiß immer nicht. Sind wir in die Berge rein, nicht auf Seite des Wassers? Ich hab hier hier guck mal, ich hab hier so ein Schild entdeckt, wo Alter. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ja, mein ich halt auch. Und ich hab hier so ein Schild entdeckt, wo irgendwas von Blabla Trail oder so steht drauf. Und ich meine, wir hatten auch so ein Wanderschild gesehen. Das war nicht im Osten, das war im Westen. Das war nicht im Osten, oder war das im Osten? Dann weine ich jetzt, aber Ela sagt mir nicht, dass das im Osten war. Ich meine, dass wir dieses Wanderschild auch gesehen haben. Verdammt. Nein, ich verlasse mich da auf dich, weißt du. Nein, das ist, aber du musst dir das merken. Ich kann mir die Dinge nicht merken. Ich hab ein Loch. Mein Loch ist aber größer. Ui, warum gehst du denn jetzt? Ich weiß auch nicht. Okay, Ela, dann suchen wir jetzt weiter. Tschüss. Okay. Ja, das letzte Mal, als ich hier war, haben sich die anderen fast erschrocken. Warum? Ich bin da runtergegangen und dann saß ich da unten und hab was gegessen und die sind dann angerannt und dann dachten sie so, wow, wir dachten, du bist ins Wasser gefallen. Ach so, hier runter? Oh, ich wusste, ich hab's, sehe ich jetzt erst, dass man hier runter kann. Cool. Kann man sich gut verstecken. Ja, und dann saß ich hier und die kamen dann angerannt und dann standen die hier so, jo, erschreck uns doch nicht so. Oh, nee, das ist genauso gesagt, jo. Also, vielleicht jetzt nicht mit dem jo. Nein, schade. Also, ja, muss ich enttäuschen. Ich glaube, das, äh... Weißt du, ich kann mir keine Sachen merken. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen? Nein, nein, bisher noch gar nicht. Ja, ich versuche das auch immer wieder zu verstecken. Ja, das schaffst du auf jeden Fall ganz gut. Mhm. Finde ich auch. Heilige. Hast du denn Sportkleidung? Pass auf, das Loch. Ja, nein, hab ich nicht. Hast du denn irgendwas Bequemes, mit dem du dich gut bewegen kannst? Äh... Gute Frage, ich glaube nicht. Sollen wir dir was holen? Also, ich habe heute so viel Geld ausgegeben. Ist ein bisschen... Naja. Meine Schuhe jetzt wieder an. Wann hast du eigentlich Geburtstag? Am 9.10.1998 bin ich geboren. Also, am 9.10. Und du? Äh, 5.09.93. Fünfter, neunter? Oder für... Was hast du gesagt? Ja, 5.09.93. Nur vier Tage auseinander. Nein. Das habe ich gesagt. Sorry, ich habe mich vertan. Aber vier Tage auseinander zu Poppy. Also, entsprechend hat Freya am selben Tag auch Geburtstag. Aber Freya kennst du ja noch nicht. Ja. Ne, ich habe mir auch so eine Geburtstagsliste angelegt. Mhm. Ich auch. Da stehen jetzt mal nur... ...wei Leute drauf. Du? Ela und Poppy. Ja, ich habe sieben. So viele Freunde habe ich gar nicht. Ach, das wird... Hm. Ist auch nicht schlimm. Ja. Ja. So. Und hoch. Weißt du schon, wann du heute ins Bett gehst? Nö. Okay. Irgendwann, wenn die Zeit reif ist. Oh, aber wir müssen dringend zum ATM. Ja. Ja. Ja, ich muss auch das Geld von heute überweisen. Oh, das habe ich auch einmal vergessen. Dann habe ich das erst zwei Tage später gemacht. Ja, ich wusste ja... Aber das ist nicht so schlimm. Ja, ich wusste ja nicht, ob ich heute noch mal in den Dienst komme. Irgendwie habe ich heute das Gefühl, bin ich schneller als alle anderen. Obwohl ich sonst immer langsamer bin. Das liegt bestimmt daran, dass meine Beine jetzt verlängert sind mit den hohen Schuhen. Ja, das kann sein. Kann ich größere Schritte machen. Also, was ist jetzt eigentlich der Plan? Hm. Also. Es ist die Frage, möchtest du was mit Anna machen? Möchtest du noch irgendwo hingehen? Ja, wo willst du denn noch hin? Ich bin da ganz flexibel. Ich fahre auch noch ein bisschen rum. Ja, du machst ja auch Yoga. Ja. Ja, deswegen auch. Und ich kann aber auch... Also ich... Wenn du sagst, du willst noch irgendwie was... Noch irgendwie rausgehen oder ausgehen oder so, dann könnten wir uns auch mit den anderen treffen. Aber das... Wir können auch noch ein bisschen über die Insel fahren, was du lieber möchtest. Ja, also erst mal zu einem ATM. Mhm. Klingt gut. Und spannend. Und, äh... Ja. Und irgendwo... Aufregend. Ja, und einen Laden am besten. Mhm. Ich glaube, ja... Wir sind ja hier in der Nähe von Chumash oder so. Ja, richtig. Ja, da war ich heute auch zum ersten Mal. Hm. Ja, und da an dem Pier. Gibt es irgendwas, wo du noch gar nicht warst? Auf dem Mount Chiliad. Okay, da war ich auch noch. Und alle... Ab. Ja, was ist jetzt näher? Ich glaube, Palito ist näher. Ähm, aber ich würde eher Richtung Chumash fahren, weil wir... Wenn dann vielleicht... Oder? Obwohl ist es eigentlich egal. Was... Du musstest entscheiden, worauf du Lust hast. Ich will dich nicht irgendwie zu irgendwas drängen, wenn du da keinen Bock drauf hast. Möchtest du... Möchtest du noch ein bisschen über die Insel schoben und dir angucken, was du noch nicht kennst? Ja, schonen, ja. Okay, dann machen wir das. Ähm... Dann musst du mir sagen, wo du noch nicht warst. Mhm. Außer dem Mount Chiliad. Was ist das hier? Da war ich noch nicht. Ja, da war ich auch noch nicht. Wollen wir da hin? Ja, können wir machen. Okay. Ich brauche trotzdem erst mal ein ATM. Hm, ja. Ich überlege gerade. Dann macht es vielleicht Sinn. Ja, weil wir dann den Berg nicht umrunden müssen, dass wir vielleicht hier erst mal hinfahren. Und dann von da aus rüber. Weil sonst müssen wir den großen Bogen machen. Was ist denn da? Ist da nicht... Da ist eine Haltestelle. Ist da nicht... Sind da keine Geschäfte? Ich habe keine Ahnung. Warte, ich gucke mal. Hm... Wobei... Hm... 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 Nee, muss nicht sein. Ja, komm, dann fahren wir lieber hoch. Sicher ist sicher, glaube ich. Also Palito. Mhm. Ja, ich habe heute auch ein paar Motorradfahrer geärgert, weil die hinter mir gefahren sind und das war denen nicht schnell genug. Bist du dann extra langsam gefahren? Nein, so schnell ich konnte. Dann ist das ja deren Problem, wenn die sich dadurch geärgert fühlen. Ja, aber ich fand's witzig. Hat's auch lustig gefunden. Ist das hier rechts eigentlich Bad Sägewerk? Hm. War das ein Jahr? Ja. So, wo ist denn jetzt am ehesten ein ATM? Was, Stegmüller? Stegmüller. Weiß ich leider nicht, aber... Irgendwo hier wird einer sein, glaube ich. Hier sind nur irgendwelche Getränkeautomaten. Da rechts ist doch einer. Ist doch einer. Oh. Ja. Stimmt. Ah, ist das hier die Bakery, oder? Sitzen bleiben. 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 So. Machst du das jetzt immer? Kannst du immer noch sitzen bleiben? Nee. Okay, cool. Nee, nicht immer. Manchmal, aber vielleicht schon. Okay, ja, ist besser. Ja, das hier ist die Bäckerei. Die war ich noch nie. Ja, ich glaube, die hat zu. Hallo, ich möchte Süßigkeiten und Schokolade und alles, was sie haben. Bitte. So. Guck jetzt genau, was du da machst. Ja, ich nehme eine Vorlage. Guck da genau hin. Was ist denn heute für ein Datum? Heute ist der 5.4. 5. April. 24. Mhm. Ich habe fast 14 geschrieben. Gehst du in der Vergangenheit? Nein. Wow, mein Konto ist echt geschrumpft. Wie viel ist da drauf? Also, es waren heute mal über 2.000. Das ist immer noch mehr als auf meinem. Ja, und dann gucke ich da rein und ich sehe nur rote Zahlen. Es ist fast eine Seite, nur rote. Ja, das kenne ich. Warte, ich zahle die 1 Cent ein, dann ist was Grünes. Ich glaube, man kann erst ab einem Dollar überweisen, aber ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch falsch sein. So. Willst du auch noch gucken? Gucke. Wenn wir schon da sind, ne? Ich sollte eigentlich lieber in einer Minute gucken. Oder in zwei Minuten. Ja, wir können auch noch zwei Minuten warten. Ja, dann sieht das schöner aus. Fühle ich mich besser. Und dann geht irgendwann die Mitte wieder runter, dann fühle ich mich nicht mehr gut. Ja, noch zwei Minuten. Mhm. Warten wir, ne? Ich war da aber auch noch nicht drin. Wo? Da in der Bäckerei. Ich setze mich jetzt. Und das ist bequem. Mhm. Sitz ich doch auch da drüben. Da. Da? Mhm. Da, ja. Zeig doch noch mal. Nein, mach ich nicht. Hau mich nicht. Ja. Und siehst du meinen nackten Finger? Er ist auch eine total schöne Position für ein Date. Meinst du mit Blick auf den Mülleimer? Ja. Spürst du nicht den tollen Augenkontakt? Und den, was, wie nennt man das Ding da vorne? Das Gelbe? Das Gelbe? Ach, den Pfosten da. Nein, das, 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 das Gelbe da. Mich? Wo Wasser rauskommt. Und aus der Wasserfrau? Ach, du meinst den Hydrant? Ja. Also, ja, manchmal, ja. Ich seh den gar nicht. Da steht er dann hinter der Mast. Ach so, ach so, okay. Aber die Hecke ist ja auch schön. Ja, sehr schön. Und auch hier die, 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 die Stromleitungen und so. Ja. Und das, äh, PD da vorne. Ja, das ist das Schönste. So, ich glaub, ich kann jetzt auf mein Konto gucken. Ach, wie wundervoll. Ja, nicht mehr lange. Jetzt fühl ich mich wieder besser. Oh, ich bin über, über 2000. Ja, die Arbeit hat noch nicht so viel gebracht heute. Ja. Kommt, wie's kommt. Ist das Müllton? Ja, siehst du das nicht? Das sieht hier mal richtig komisch aus. Ja, ich weiß nicht, was du hast. Guck mal, da ist ganz viel Honig drin. Wer schmeißt denn Honig weg? Das wird doch nicht schlecht. Ja, dann nimm mit. Ja, mach ich jetzt auch. Ich kann mal nur Honig wegschmeißen. Guck mal, ob noch mehr Honig da ist. Nein. Willst du auch Honig? Nee, ich hab noch ein Glas. Aber jetzt hast du noch ganz viele Gläser. Ich hab 20. Ja, ich weiß nicht, was man mit Honig noch macht. Kannst du, ich weiß nicht, glaub, aufs Brot machen kannst du das? Ja, ich hab einen Kühlschrank, Honig und eine Scheibe Toast. Ah, cool. Ja, aber das hat bisher nicht so, ich glaub, dafür brauch ich ein Schneidebrett, oder? Weiß nicht. Kann sein. Hast du, fehlen dir Küchensachen? Kannst du den Pfandhaus ganz gut kriegen? Kochst du gerne? Ich hab noch, also, gute Frage. Hat sich jetzt noch nicht so ergeben. Weißt du was? Wir fahren jetzt mal zu... ...nach Hause. Und dann... Nee, wir fahren erst nach Altar, holen mein Auto, dann hab ich das nämlich zu Hause. Und dann fahren wir zu mir nach Hause und dann, äh, bring ich dir was bei. Also, Essen machen. Ja, was denn sonst? Also, kannst du mir auch Lesen beibringen, aber das kann ich ja schon. Kannst du auch schreiben. Ja, tatsächlich, ja. Cool. Ich auch. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Ich mein, du hast ja auch die Schnitzeljagd geschrieben. Mhm. Und es gab überhaupt keine Schnitzeljagd. Ja, und keine Schnipsel. Ja, die auch nicht. Hast du das Ei noch? Ja. Ich hab gerade überlegt, ja. Klar. Warum? Steht das auch noch da? Und ich hab das bei mir ins Zimmer gestellt. Weil das irgendwie auf meinem, also, auf, in meiner, oder auf meiner Kommode steht so eine hässliche Lampe. Und ich wollte die verdecken und dann hab ich das genau davor gestellt. Damit ich nicht auf die hässliche Lampe gucken muss, sondern auf das Ei gucken kann. Ja, ja. Ja. Ja, sehr gut. Mhm. Meiner Schwester ist mir nicht aufgefallen, dass das da war. Dann hab ich ihr das gezeigt. Ich dekoriere andauernd irgendwelche Sachen bei uns. Ich weiß nicht, ob ihr das immer auffällt. Ja, vielleicht sind so viele Dekorationen. Meinst du? Ja, also, wenn's schon nicht mehr auffällt. Nee, ich glaub, sie sieht das. Also, es fällt... Ja, ich weiß nicht, ob sie vielleicht einfach das Auge daran nicht so fühlt. Aber sie hat Augen, oder? Ja, zwei Stück. Oh, sehr gut. Nur die gleichen wie ich. Was, sie hat... Wow, jetzt hat euch sogar die Augen. Mhm. Also, siehst du jetzt auch, was sie sieht? Ja. Immer. Und was sieht sie? Nackte Frauen. Wow, okay. Wobei, im Moment sieht sie noch einen nackten Mann, aber gleich sieht sie nackte Frauen. und ich weiß auch, was sie dann in Zukunft sehen wird. Und was? In Zukunft wird sie noch die Frauen sehen. Ach so. Mhm. Ei, ei, ei. Weißt du, was wir uns nicht teilen? Das Bett? Doch, das haben wir auch schon. Das Ei? Ja, das auch nicht. Aber wir teilen uns nicht die Organe. Ihre sind nämlich falschrum. Was? Mhm. Wie falschrum? Eigentlich ist bei Zwillingen ja alles gleich. Aber bei manchen, manche Zwillinge, also manchmal kommt das vor, bei einem eigenen Zwillingen, dass, dass einer geboren wird mit komplett spiegelverkehrten Organen. Und bei meiner Schwester ist das der Fall. Wow, also dreht sie auch die Haut nach außen? Ja. Ziemlich eklig, aber ja. Also wie bei Red Skull? Was ist das? Ja, das ist so ein roter Schädel. Ja. Wow. Mhm. Ja, das ist schon crazy, was es gibt. Ja, cool, ne? Ja, vor allem ein gutes Halloween-Kostüm. Ja, finde ich auch. Deswegen erschrecke ich mich auch manchmal, wenn ich zu Hause reinkomme und sie da einfach so steht. Ja, das verstehe ich. Wo ist das denn hier? Ja, hier war ich heute auch schon ein paar Mal. Echt? Ja, der Wasserfall da hinten, ja. Ja, das merke ich mir auch mal. Das kannte ich auch noch nicht. Hier kann man doch bestimmt so ein paar angeln. Ja, ich habe vergessen, in den Laden zu gehen. In welchen Laden? Ja, irgendeine Tankstelle oder sowas. Wofür? Essen. Ach so. Soll ich dir was geben? Ja, wenn du noch was hast. Mhm. Bitteschön. Ja, danke. Ich schaue gleich. Ich versuche hier gerade hochzukommen. Ich habe einen Honeypuff-Käsekuchen hingestellt. Oder hingepackt. Sonst hast du ja noch ein Glas Honig. Ja, schön. Mh, lecker. Weißt du, dass ich in Ungarn oft, habe ich bestimmt schon erzählt, habe ich oft war so Sperrwärmel und dann habe ich da durchguckt und habe dann Sachen, die ich gefunden habe, die wertvoll waren, die andere nicht, also die andere weggeworfen haben, die habe ich dann wieder aufbereitet und die habe ich dann verkauft. Ja, das hast du erzählt. Mhm. Nur das letzte Mal, habe ich was anderes verstanden erst. Was denn? Nee, ist nicht so wichtig. Doch, sag mal. Sehr wichtig. Nee, nee. Also... Du musst das jetzt auch sagen. Nee, also... Sperrwärmel, Sperrwärmel. Ach so, ja, mhm. Ja, pures Sperrwärmel. Mhm. Sonst habe ich nichts verstanden. Ach so, ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ich glaube, deine Tür... Äh, äh, wackelt. Sperr mal die Tür zu. Was? Wie? Was? Ich sag, Sperr mal die Tür zu. Ich will gerade noch mal was essen. Guten Appetit. Oh, der Ort kommt mir bekannt vor. Warum? Ach ja, stimmt. Da saßt du und warst ausgetrocknet, wie eine Rosine. Ja, aber nicht so klein. Aber so schrumpelig? Das kann ich nicht beurteilen. Muss ich gleich mal gucken, dann sage ich dir das. Ja, aber jetzt bin ich doch gar nicht ausgetrocknet. Ach so. Okay. Wenn Naomi dich nicht gesehen hätte, dann hätte ich... Ich hätte dich übersehen, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Naomi ist auch ein Chamäleon. Dabei bist du schon so bunt angezogen. Ja. Aber du hast dich da so... Du hast da so im Gebüsch gesessen, deswegen konnte ich das nicht sehen. Wobei... War ich an dem Tag bunt angezogen? Ich meine, oder? Oder ist das nur in meiner Erinnerung so... Ja, das ist bei mir manchmal schwer zu sagen. Wenn ich dich sehe, dann sehe ich immer nur bunt. Ja, so soll es eigentlich auch sein. Mhm. So, weiter geht's, ne? Mhm. Ja, hier bin ich hochgelaufen. Ja, ist auch überhaupt nicht anstrengend gewesen, bestimmt. Nein, 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 nein. Bist du froh, dass du jetzt dein Auto hast? Ja. Aber das Laufen war für mich auch ein leichtes. Ja, ich laufe auch gern, aber das war schon... sehr hoch. Warum kommt hier jemand? Weil hier Menschen wohnen. Ach nee, war das Peter? Ich kenne Peter nicht. Ja, das ist, glaube ich, der, den du meinst mit dem Masenhorn. Dreh um, ich will ihm einen aufs Maul hauen. Nein, ich hau ihm keinen aufs Maul. Jetzt stehe ich aber schon quer. Aber ich will. Aber ich tue es nicht. Auch wenn ich gerne will. Aber ich will. Entscheide dich. Fahr ruhig zu meinem Auto. Irgendwann werde ich nochmal die Chance haben. Und hinterher war der das nicht, dann bist du umsonst gefahren. Ja, sein Auto heißt Christine. Sein Auto? Ja. Warum? Ja, wie aus dem Film, Christine. Das ist schlimm, wenn ich sage, dass ich auch nicht weiß, was das ist. Das ist so ein Horrorfilm. Ich habe in die Fernsehung geguckt. Ja, das kann ich mir denken. Weißt du, dass oben in, äh, was war denn das? Sandy Shores, dass da auch so ein Surfer steht, wie meiner nur in gelb. Nein. Ja, da steht ein Surfer. Aber gelb ist ein Blöd. Rot ist viel cooler. Ja. Also nicht blöd, aber ich glaube... Also ich fand den Gelben auch nicht schlecht. Aber ist Rot nicht cooler? Ja, aber das... Weiß ich nicht. Das erinnert mich immer an Mord. Rot. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Stopp. Warte. Nein, noch nicht. Jetzt. Willst du dein Auto hier stehen lassen oder willst du es mitnehmen? Ich würde es wahrscheinlich mitnehmen. Dann nimm es mit, dann kannst du es bei uns vor der Tür abstellen. Okay. 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 Das war's für heute. Tadada, tada, mhm, mhm, mhm. Ei, ei, ei. Tadada, tada, mhm, 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 mhm. Tadada, tada, 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 tada. Ich fahre zu schnell. Mhm, mhm, ja, mhm, sehr schön, wie es ruckelt. Aha, aha. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Ich krieg da schon hin. Park jetzt einfach hier. Da hab ich auch schon geparkt. Oh, warte. Das hast du auch nur von Freya, was hier links steht. Ja, schick. Mhm. Guck mal, da... Du warst schon hier, oder? Ja. Stimmt. Meinen kleinen Garten hab ich schon gezeigt. Ja, richtig. Mach mal auf. Ist irgendwie warm. So, und jetzt muss ich gleich mal gucken, wenn meine Schwester gesagt hat, sie hat irgendwas in den Schrank gelegt. Eine Überraschung. Ich will wissen, was das ist. Das war eigentlich an Anna, aber es ist okay. Wir stehen einfach... Ja, in der Wohnung sind Menschen. Anna hat Menschen mitgebracht. Ich... Das ist jetzt zu spät. Ja, also, ich geh jetzt schlafen. Ich wollte nur gute Nacht sagen. Pff. Ja, ich geh jetzt doch schlafen. Ja, du hast... Weiß ich nicht. Ja, Entschuldigung. Okay, ich hab's rausgefunden. Ja. Er hat mir zwei... Hallo? Ja, sie hat mich schon gesehen. Achso, hat sie gedacht, du bist ein Einbrecher? Ja, so ähnlich. Vielleicht ja auch ein Ausbrecher. Aber das wird keinen Sinn machen. Anna? Ja? Ela verlangt von dir noch ein paar Stunden wach zu bleiben. Ja, das geht leider nicht. Ich hab morgen früh ne Doku. Anna sagt gerade, das geht nicht. Sie hat morgen früh ne Doku. Und zwar, die Doku... Du wieder der schlafende Typ? Nee, diesmal nicht. Diesmal geht die Doku darum, wie Leute einen Wohnwagen renovieren. Ah. Die muss ich mir auch unbedingt angucken. Warum die Leute einen Wohnwagen renovieren. Also, Anna guckt morgen ne Doku, warum Leute einen Wohnwagen renovieren. Ja. 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 Ja, glitspannend, ja. Mhm. Die ist, die ist auch cool, glaub ich. Ei, 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 ei. Weißt du, also zur Aufklärung, ich guck mir manchmal ne Doku an, da so ein Typ, der schläft. Und manchmal, also manchmal sabbert der im Schlaf und manchmal schneicht der auch und manchmal macht der auch noch ganz andere komische Sachen. Und die guck ich mir dann an. Und dann muss ich halt früher ins Bett, weißt du, weil ich will die ja dann sehen auch. Ja, das wollen wir ja nicht verpassen. Nein. Ne, genau. Die anderen finden das irgendwie immer komisch, aber ich kann das gar nicht verstehen, warum die Leute das komisch finden. Wurdest du eigentlich schon gefragt von Ela wegen dieser Dystopia-Party oder wie das Ding hieß? Ela, ich bin enttäuscht von dir. Warum hast du Anna noch nicht gefragt, ob sie Bock da hat? Ist das wieder so ein Ding mit, wir haben drüber geredet und wir haben nicht drüber geredet? Ich war dabei und ich war nicht dabei. Bitte, bitte, bitte was? Anna, was war das? War das, ist das wieder so ein Ding mit... Ne, bei der Unterhaltung warst du nicht dabei, aber ich hab von Ela verlangt, dass sie mit dir spricht danach und das hat sie noch nicht. Nein, hat sie nicht. Ich bin auch enttäuscht. Uha. Machen und mehr mit uns reden. Ja, das ist vielleicht der Fehler, vielleicht solltest du mal mit Eve rummachen, dann würde es dir besser gehen. Oder mit mir. Ja, tut mir ja auch leid jetzt. Ich bin jetzt auch ein Mann ab heute. Weißt du was? Aber sie steht ja auch Frauenflug. Ach, ne, du musst eine Frau bleiben, sonst wird das mit Ela nix. Ja, eben. Ach, Anna hat gerade gesagt, du könntest auch mit ihr rummachen. Ist ein Angebot, ich sag's so, wie ist das? Es gibt bestimmt keine Einwände. Ne, das weiß ich ja schon. Aber ich hab gesagt, es wird keine Liebe im Spiel sein, das ist nur körperlich. Ja, ich weiß, das hast du mir auch schon erzählt. Könnte sein, dass ich Dinge wiederhole. Weißt du was, Eva? Ich lass dich jetzt in deiner Verwirrtheit verwirrt sein und ich wünsch dir eine gute Nacht, okay? Das ist in Ordnung. Sind wir alle. Immer mal wieder. Ich hab dich lieb. Schlaf gut. Tschüss. Eva ist enttäuscht von uns. Noch jemand. Wer denn noch? Jemand in einem grünen Oberteil. Dieser jemand ist überhaupt nicht enttäuscht von dir. Setz dich zu uns. Ja. Also. Das ist übrigens Louis. Hi, Louis. Dass du dich wunderst. Hi. Und das ist Freya übrigens. Das ist ne hübsche Hose. Schose? Schose, ja. Ich weiß auch nicht, was ich... Ich wollte irgendwie Hose sagen und dann hab ich aber über die... nicht Form, sondern über die ähm... Rechtheit dieser Hose nachgedacht und dann ist irgendwie ein Mist da rumgekommen. Ich weiß auch nicht. Übrigens ist Snoopy da. Achso. Was macht der? Ich weiß es nicht. Snoopy, wir haben Gäste und wir sitzen im Stuhlkreis, also nur für dich zur Info. Im Sitzkreis. Aber er soll nicht wieder mit Boxershorts rauskommen dann. Die letzte Mal. Anna, bitte dich bitte nicht nur mit Boxershorts rauszukommen. Falls du rauskommen möchtest. Ja, ich dachte ich komm nackt raus. Geht hier nicht schon wieder. Hätte ich jetzt nix gegen. Per se. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schon. Da musst du durch als Loich. Ich muss irgendwie gerade an eine Nähmaschine denken. Ich weiß auch nicht warum. Können wir das Thema vielleicht lassen. Okay. Okay. Das war glaube ich für... Die von Singer? Ja. Snoopy, mach's doch nicht schlimmer. Perfekt. Oh Gott. Anna. Anna, 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 Anna. Mitkommen. Ich habe 200 Alamonia-Dollar in meinem Schrank geguckt. Äh, geguckt. Gegeguckt. Ja. Ja, 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 ja. Egal, egal, egal. Guck hier rein. Guck hier rein. Warum und was machen die da? Weil wir Karten haben und wir brauchen Geld. Guck da rein. Guck da rein. Guck da rein. Hallo. Ich kann nicht mehr reden. Das ist auch okay. Ich habe auch einen Schlaganfall. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch so weit. Und ähm, ja. Oh mein Gott. Warum hast du da so viele Sachen reingekommen? Weil ich glaube, das sind alles Dinge, die du magst. Also guck mal. Da ist einmal die Gulaschsuppe. Ich glaube, die magst du, ne? Das war doch. Und dann habe ich extra Knoblauchpilze noch gemacht, weil ich wusste, dass du die auch magst. Und dann war ich noch Hähnchenbrust. Ja, genau. Ja, das ist cool, oder? Und dann habe ich noch diese Poffertjes. Aber Snoopy meinte, das ist was Holländisches. Ich wusste es nicht, aber es ist was Europäisches. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es was für dich, ne? Und dann diese Shibureki. Die kenne ich auch nicht. Shibureki. Genau. Und er hat es so ausgesprochen. Da dachte ich, das ist bestimmt irgendwas aus dem Osten. Deswegen. Und uns Säfte geholt, weil ich fand, wir haben keine Säfte. Wir hatten nur Energies. Und irgendwie, wenn du mal kein Wasser trinken willst, dann sind Säfte halt auch irgendwie der Hit. Guck mal, Louis, guck mal. Guck mal. Guck sie an. Ja. Möchtest du auch was haben? Ähm. 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 Dass sie... Wir haben genug, glaube ich. Ja, ja. Geh in den Kühlschrank. Okay. Bedien dich. Ja, bedien dich. Und ich habe auch, falls du gesehen hast, Anna, ich habe uns auch Süßkram mitgebracht. Also ich wusste nicht genau. Puddingschnecken und ich glaube, es nimmt Rollen. Falls du. Ne? Hast du Kaffee getrunken? Nein, aber ich freue mich so. Entschuldigung. Dankeschön. Kaffee. Oh ja. Kaffee. Hast du dir Drogen gegeben, Snoopy? Auf gar keinen Fall. Ich nehme ja nicht mal selber welche. Das heißt nicht, dass du ihr keine gegeben hast? Ich sehe stark davon ab, dies zu tun. Was sagt ihr zu meiner Fliege? Nur Ela gibt mir Drogen. Das wissen wir doch. Zu meiner Fliege. Schick. Also ich... Mir gefällt sie immer noch. Mhm. Schick. Cool, ne? Schick. Und? Hast du was gefunden, was dir schmeckt? Ja. Das ist gut. Cool. 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 Übrigens... Nee. Oh. Ich hab schon wieder Dinge getan. Entschuldigung. Ich, äh... Hey, ich geb mal eben was weiter, ne? Okay. Was da im Schrank lag, ne? Okay. Da im Schrank lag. Wieso? Ausgründen. 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 Ich dachte... Ja, ich hab's jetzt einfach gemacht. Bist du sicher? Mhm. Okay. Erklär mir das. Nö. Warum nicht? Ich hab dir einen halben Roman vor das Ohr geklatscht, warum ich dir den Schlüssel gegeben hab. Einfach so. Danke für das Glas Honig. Bitte. Du kriegst auch eins. Ist er schon wieder geklaut? Ist er geklaut? Ich wusste es. Ich wusste es. Es schmeckt am besten. Nein, es ist nicht geklaut. Ach so. Aber vielleicht haben wir vorhin Mango geklaut. Schon wieder? Du musst aufhören Mango und Ananas zu klauen. Wirklich. Ananas hab ich nicht geklaut. Ananas Mango. Siehst du? Siehst du? Das ist ganz schlimm hier. Ja, ich merk schon, ja. Ich hab das auch vorhin gesungen. Ananas Mango. Ist das ansteckend? Ananas Mango. Ananas Mango. Und, also, die Ananas war nicht geklaut. Die war gekauft. Aber die Mango war geklaut. Warum ist eigentlich schon wieder eine Ananas und eine Mango in meinem Schrank? Das war Zufall. Also, ich hab damit gar nichts zu tun. Ich auch nicht. Mhm. War das nicht. Wirklich nicht. Wirklich. So, ich wollte aber jetzt eigentlich schlafen gehen. Ich wollte nämlich, nachdem ich Ela angerufen hatte, dich anrufen und sagen, gute Nacht. Ach so. Ja. Ich, äh, dann geht mal schlafen. Wir wursteln hier noch ein bisschen rum. Wir wursteln noch ein bisschen? Mhm. Wir werkeln und wursteln. Dann werkelt und wurstelt mal. Ja, werkelt und wurstelt. Ey. Und wie versprochen, es wird leise. Okay, danke. Kein Ding. Ich schrei einfach ins Kissen. Guck nicht so. Komm jetzt. Es ist einfach immer wieder verstörend. Aber gut. Es ist jede Nacht so. Wie die Kanickel. Äh. Ja, ich, ja. Ich weiß, was du meinst. Es, ja. Aber das hören wir jetzt nicht, oder? Ich hoffe es. Übrigens, das war wohl doch nicht Peter. Sondern? Ja, halt jemand anderes. Wann war das etwa? Ja. Warum sollte es auch Peter sein? Wir haben ja keinem Tier was getan. Ja. Er ist im Unicorn. Oh. Auch? Ja. Wer denn noch? Ela? Ela. Ja, und wer noch? Ich glaub das war's. Ach so. Er ist bestimmt mit seiner Freundin da. Aber, warte mal noch. Aber, warte mal noch. Nopei ist schon wieder laut. Okay, ich muss jetzt mal eben Sachen wegtun. Ich komm sofort wieder. Schulz. Es. Ah, ich hab so Kopfschmerzen. Ich bin ja jetzt heute auch... Wie lange sind wir schon am machen und tun? Neuneinhalb Stunden, Alter. Ich glaub, heute ist einer der längsten Folgen, ne? Heidewitzka. Oh nein, unsere Pfanne ist kaputt. Was? Wir brauchen eine neue Pfanne, die sieht schon ziemlich ramponiert aus. Ich hab das Massageöl mal da reingetan. Ja, ja. So. Wir machen jetzt das hier und das hier. Und die brauchen wir auch noch. Was guckst du? Ja, nur die Bilder. Ja, das unten ist Freya. Das war... Hast du eine Auszeichnung, die sie bekommen hat? Das da drüben ist, glaub ich, ihr Highschool-Freund gewesen. Also jetzt nicht Partner-Freund, sondern Freund. Und das da oben sind wir zwei. Oh, und ihr habt schon mal Urlaub in Liberty City gemacht? Ne, das... Die wurde uns geschickt. Von wem? Von... Ich glaub, das war Maria. Ja, ne, Freundin von... Von Freya. Ja, cool. Also. Ich, äh, muss jetzt mal... Ich muss jetzt mal gucken. Warte mal hier. Ne, was da so steht. Bringt ihr jetzt, äh, kochen bei. Ja, viel Glück. So, wir machen jetzt... Wir kochen jetzt auch uns... Machen wir ein Avocado-Brot. Avocado-Ei-Brötchen. Das auch kochen. So. Ja. Ich, ähm... Gebt ihr dann jetzt mal... Gebt ihr dann jetzt mal was, ne? Das. Du musst die Tüte jetzt aufreißen einmal. Ja, das krieg ich, glaub ich, hin. Ja, die ist gut zugeschweißt. Mhm. Ja, da braucht man ein bisschen. So, da haben wir's doch. Wunderbar, wunderbar. Dann gebe ich dir jetzt hier dein... Nenn's mal Arbeitswerkzeug, ne? Ja. Das ist das Brett. Und da... Da ist so ein Messer dran, das ist so ein Set, ne? Und, äh, dann legst du das hier hin. Ja, und da die Brötchen drauf? Ja, genau, richtig. Ja, wie überraschend. Ja, das ist überraschend, ne? Jetzt schneidest du die Brötchen auf. Ähm, ja. Ja, also du schneidest sie einfach auf, ne? So. So. Halt, ne? Und, ähm... Wenn du die aufgeschnitten hast, dann, ähm... Also ich mach da nur das Brett und die Brötchen. Nee, einfach... Das Brett ist ja dein Werkzeug, was du ja da liegen hast vor dir, ne? Und, äh... Die Brötchen nimmst du. Das schneidest du auf. Und zu den Brötchen kommen ja dann später Avocado und Ei. Aber das müssen wir ja vorbereiten, alles. Also muss ich die erst aufschneiden? Ja, du musst die erst aufschneiden und so. Und, äh... Wenn du die aufgeschnitten hast, dann machst du dasselbe mit den Avocados. Die schneidest du auch auf. Ja. Dann schneidest du die so in so Scheiben. Also ich kann dir das Rezept mal vorlesen. Die Brötchen auf dem Schneidebrett aufschneiden. Ja. Dann Avocados halbieren, den Kern entfernen und das Fruchtfleisch mithilfe eines Löffels herausnehmen. Kann... Ich kann dir ja schon mal... Mal, ich guck grad mal, wir brauchen, glaube ich, und ich überleg mal. Wir brauchen eine Avocado und zwei Brötchen. Eine reicht für zwei. Dann geb ich dir jetzt mal noch die Avocado rüber. Ja. Und wir brauchen zwei Eier. Die hab ich vorhin schon, äh, vorgekocht. Die sind schon fertig. Äh... Die hab ich nämlich schon aus dem Kühlschrank geholt. Die hab ich hingestellt. Die geb ich dir dann auch. Und... Ja. Du musst das alles... Also pelzt die Eier und dann schneidest du die durch und die Avocado, äh, ähm... die schälst du auch ab und dann schneidest du die so in so Scheiben und dann nimmst du die Eier, die... äh, die Avocado und das Ei alles zusammen, packst das aufs... ähm... quasi übereinander und hast das Brötchen Avocado. Ja, ja. Ja, ich verstehe. Glaube ich. Nun. Ja, vielleicht verstehe ich es auch nicht. Lass dir Zeit. Ich bin verwirrt. Das bin ich jeden Tag. Ja, ich verstehe es gerade nicht so ganz. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich verstehe es auch nicht. Hm, 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 hm. Hm, hm. Habe ich jetzt mich reingenuschelt? Ist das Equipment nicht gut, was du hast? Also, ich weiß nicht. Also, ich bin... Das Messer stumpf. Ja, kann sein. Ich weiß nicht, ich bin verwirrt. Willst du es mir mal rüber geben? Alles? Ja, gib ruhig alles rüber. Okay. 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 Also, ich muss diese H Sc tablespoons kommen. Also, mal Male ist. Und ich muss die Hubschraining sein. Also, mit dieser Hubschraining ist alles hartet. Oder mach, ich muss Nein. Und ich mache nichts. ", aber es wird dann dead. guck mal so also ja doch funktioniert vielleicht braucht das nur ein bisschen übung ja ja ich und kochen so zwei linke hände ach nee alles gut da jeder fängt mal klein an ich bin auch immer noch klein also ich höre auch klein auf weißt du was ich portioniere dir das mal und dann kriegst du das bestimmt auch hin so gibt jetzt noch mal dein werkzeug das ist dein werkzeug ne ja und dann gebe ich dir jetzt bei brötchen dann bekommst du eine avocado und zwei eier und das dann nimmst du das alles und packst das in die mitte ja alles zusammen und erstellt sein das avocadobrot ja soweit bin ich auch aber irgendwie vielleicht liegt das brett nicht richtig dass du das weißt du dass das so schräg liegt irgendwie will das nicht es wehrt sich alles dagegen sagst du du musst es schon wie ein werkzeug benutzen ne kannst das dann nicht so sachte mit umgehen das sieht doch gut aus meine herren seit wann ist das denn so ich kenne das so von früher dass das an ich kenne das doch nur von früher hat man schon alles in die mitte geschmissen ich wäre niemals darauf gekommen dass man das da reinpacken soll alter never ever ja das sieht doch gut aus hat geklappt ja bist du du kriegst das auch hin oh das sieht aber gut aus das muss ich jetzt auch essen ganz klar bist du ich bin jetzt auch nicht die größte köchin oder kann jetzt auch nicht die tollsten sachen machen aber so ein paar sachen habe ich schon habe ich mir schon beigebracht ja ich bin nicht so begabt mit werkzeug ja das ist nicht schlimm aber das kann man lernen das hast du jetzt auch gelernt siehst du ich muss gerade mal never ever wäre ich da was ich kenne das wirklich nur von früher dass man hier die ganzen sachen du zack 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 guck mal dann kannst du die ja mitnehmen müssen hier raus das muss hier auch raus das bleibt hier drin muss alles aufräumen ich kann es nicht ertragen wenn die dinge nicht aufgeräumt sind weißt du ja verstehe ich das geht nicht das ist inakzeptabel magst du schoko erdbeerspieße ja danke hast du genug zu trinken nein danke mein honig brauche ich auch wieder wo ist dein honig den habe ich irgendwo hingestellt ist der hier im kühlschrank ja kann sein ja 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 das packe ich jetzt wieder hier rein wenn du willst kann ich dir irgendwann anders nochmal was zeigen aber das ist ein bisschen umständlicher oder aufwändiger und dann ist unsere pfanne jetzt kaputt boah ich muss dringend feierabend machen aber das ist relativ einfach ne und du kannst auch also du kannst also wenn du möchtest ich habe so ein mir ein paar rezepte zusammengeschrieben wenn du möchtest kann ich dir das schicken ja sehr gerne ja soll ich dir das über venture schicken ja so wie es am besten passt ich glaube über venture macht Sinn glaube ich zumindest ja ich schicke das über venture muss eh gucken weil ich weil Freya meinte es gibt irgendwie Karten für dieses Alamonia und jetzt habe ich weiß nicht ob ich das gerade richtig verstanden habe dass sie welche gekauft hat obwohl ich es ihr verboten habe mir welche zu kaufen und sie das jetzt trotzdem gemacht hat und mir 200 Alamonia Dollar reingelegt hat in den Schrank ich habe keine kennst du das? also ich habe davon gelesen ja aber da ist doch schon diese Anmeldung schon lange her oder? ja genau und da hatten wir uns für angemeldet und ja und wir haben dann die Zusage bekommen dass wir dass wir dann teilnehmen können ja Alice Taxi hatte auch ja wir hatten auch die Möglichkeit uns einzutragen also das war nur vor meiner Zeit mhm und seid ihr also du bist dann nicht da oder was? nö ich wusste davon ja noch nichts ach so ich habe das nur wer weiß vielleicht kann man das ja nachträglich noch machen ne wahrscheinlich nicht da wurden irgendwie heute die Sachen verteilt oder so ja genau deswegen habe ich die Nachricht hier bekommen irgendwie Zusage oder sowas dass wir weil man musste vorher angehen mit wem man zusammen hin möchte und dann haben wir zusammen also Freya und ähm Ela und Snoopy und ich ja also es ist auch nicht mehr da aber wir hatten im RDP war so naja war was angelegt dass man sich da irgendwie eintragen konnte ach so Luise ey entschuldigung kennst du diesen stummen hm ob du diesen stummen Typen kennst wer ist das also der steht hier im RDP wait malarkey oder so hm ja und der ist stumm ok also er redet nicht ja weil der ist stumm und aber aber er hört aber er redet nicht ja sonst wäre er taubstumm sagt man da nicht gehörlos ne dann wäre er nur taub aber ich glaube taubstumm ist sagt man nicht mehr hab ich mal gehört man sagt nur noch gehörlos aber dann wäre er ja nur gehörlos aber nicht unbedingt stumm ja auf jeden Fall steht er hier drin und wir sollten das ist sehr verwirrend uns den einspeichern falls der ein Taxi will ach so ja weil der uns dann wohl oder wir sollen ihn dann schreiben und dann schreibt er uns wo er ist und wohin ah ok ah ok das ist ja dann was ist ja eine gute Lösung dann ich muss dir das gerade noch ein bisschen unterstreichen damit weil das hier in Bencham ein bisschen komisch angezeigt wird wer wird angezeigt? Rezepte oh ja na solange der auch Anzeigenhauptmeister nicht kommt nein ich hab jetzt erotischer Obstsalat gelesen anstatt exotischer ja ich nehm beides was ist wie wie sieht denn ein erotischer Obstsalat aus? ja das wärst dann du mit Früchten drauf sorry oh god das ist so schlimm ich weiß ja selten nicht was ich sagen soll aber jetzt ist es gerade so weit ich weiß gar nicht was du meinst Gottes Willen oh mein Kopf oh ist alles zu viel Ananas Mango Mango Ananas Mango wo sind eigentlich deine Schuhe? die hab ich ausgezogen und irgendwo in die Ecke geworfen ach hätte ich meine auch ausziehen sollen? nö ich hab die nur ausgezogen weil es bequemer war hier brauchst du also du brauchst die Schuhe nicht ausziehen man Gott war das schlimm ich bin auch in zehn Tagen fertig ja lass die Zeit will das ja für dich auch lesbar ähm versenden aber nicht so ein ja immer mit der Ruhe ja immer mit der Ruhe aber so ein Obstsalat könnte man mal machen aber so ein Obstsalat könnte man mal machen habe ich tatsächlich schon aber in normalen habe ich gemacht keinen exotischen ich hab dir das jetzt geschickt guck mal ob du das liest ja wenn ich was erhalte ah da ist was ja das sieht auch ganz gut aus ah da ist der exotische Obstsalat eine Hand voll Erdbeeren oh sind aber einige ja doch ich hab ein bisschen zusammengesammelt und das letzte ist äh saftige Lemon Bars mhm ja okay dann sollte alles passen guck auch nochmal aber du brauchst halt die Sachen dazu die stehen warum derftige Kürossuppe zweimal Noblauch einmal Noblauch ja nicht mehr Noblauch ja wer kennt das nicht guck mal bitte mein Text gewinkt Trutern Rezeptur ein Trutern innen das heißt in und außen aber ich hab da Trutern innen gelesen auch das würde getendert worden sein ja so wie es da auch schon Unterschiede gibt dann wow Trutern innen heftige Hühnersuppe unten bei Portionen er gibt zwei Portionen Hühnersuppe ja vielleicht hat jemand mit Dialekt geschrieben das ist mein ungarischer Akzent ja ja ach das hast du geschrieben Hühnersuppe ja ich hab das also ich hab teilweise abgeschrieben und zusammengeschrieben oh mein Gott ich hab auch nicht geguckt ob ich Fehler drin hab aber es ist ok ne find ich gut ja ich find auch dass es so eigentlich schöner ist ja das gibt so ne Persönlichkeit mit rein das ist auch das schlimmste von Alp also mir gefällt Trutern innen Trutern innen ich merke auch dass es später wird ich fang auch an über jeden Scheiß zu lachen Hühnersuppe oh Gott ich kann nicht mehr ja wir haben uns doch gar nicht als Freunde oh stimmt das geht ja gar nicht bist du dir sicher dass du dir das antun willst ja aber dein Profil ist ja privat deswegen kann ich dir nichts schicken ja ich schick dir was Hühnersuppe ich kann nicht mehr also ich bin ganz ehrlich meine meine Kiefermuskulatur hat schon lange nicht so weh getan hast du Bruxismus was für ein Ding was ist wenn man die Zähne zusammenpresst nee ich meine eher vom schmunzeln ich bin das nicht so gewohnt so die ganze Zeit zu grinsen bei mir ist es eher umgekehrt ich sollte manchmal einfach sollte manchmal einfach ein bisschen ernster bleiben aber ich kann es halt einfach nicht ja mir fällt das manchmal schwer ich habe angenommen sehr gut jetzt doge ich gucke was du da alles stehen hast ja das ist total spannend okay ja ich habe auch super viel ausgefüllt naja da habe ich schon mehr ausgefüllt ich habe nicht mal ein Bild ich habe gerade mal meinen Namen das war's das ist auch das Maximum ja naja so kann man naja mehr persönlich was erfahren ja das stimmt muss man eben was zu trinken nehmen ja äh 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 fast fast das r war an der falschen stelle aber es war fast perfekt äh aber dann hast du falsch aufgeschrieben du hast glaube ich gesagt äh aber es ist äh 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 aber es ist besser als als wahrscheinlich sonst irgendwer sagen ja das ist schon mal etwas ja du kennst gar nicht oh du kennst gar nicht meinen meinen zungenbrecher meinen ungarischen das ist super ja sag mal dazu muss ich mich erst ja 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 das schreibe ich jetzt nicht mit Nein? Nee. Warum nicht? Nee, ich glaube, das sprengt meinen Rahmen. Ich habe es extra langsam gemacht. Ach so. Ja, manche Dinge müssen auch nicht aufgeschrieben werden. Nee, das stimmt. Ja, die sind eher besser in Erinnerung zu haben, ne? Ja, ja. Kannst du das, also... Hast du es noch in Erinnerung? Nein. Okay. Ich bin noch enttäuscht. Also, doch, natürlich ist es ein bisschen Erinnerung, aber ich kann es nicht aufsagen. Willst du wissen, was das heißt? Ja, unbedingt. Eine kleine Wühlmaus mit einem kleinen Bauch dreht eine kleine Wühlmaus mit einem kleinen Bauch auf den Bauch, als die kleine Wühlmaus mit dem kleinen Bauch, die auf den Bauch gedreht wurde, die kleine Wühlmaus mit einem kleinen Bauch auf den Bauch dreht, die sich auf den Bauch gedreht hat. Logisch, ne? Ja, ja, das habe ich erwartet, ja. Ja, nee, finde ich gut, ja. Soll ich dir mal zeigen, wie ich heute bei der Schnitzeljagd aussah? Oh, ja. Okay. Ah, ich kann nicht mehr. Oh, mein Kopf tut immer mehr weh, ne? Das macht mich hier so fettig. Und ich bin schon so lange jetzt am... Irgendwann ist es echt anstrengend. Ich muss echt dringend mal aufhören jetzt. Aber ich wusste die ganze Zeit, irgendwas ist nicht richtig. Ich wusste nur nicht mehr was an dem Ding. Ich wusste, irgendwas war auch nicht richtig gesetzt. Egi-Sche-Gedre. 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 Egi-Sche-Gedre, habe ich gesagt. Was ist? Egi-Sche-Gedre. Egi-Sche-Gedre ist was anderes. Das war, was war, Egi-Sche-Gedre. Irgendwas mit Arsch oder so, ne? Auf den Arsch, hieß das so. Oh. Also es sind die Zwillinge. Wühl, Maus, Zungen, Brecher. Ach stimmt, wir müssen noch erzählen wegen der Leine und so. Ja, 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 ja. Habe ich schon wieder fast vergessen. Ah, okay, ich verstehe. Okay, interessant. Die macht man tatsächlich in, ähm... So. Oh, wow. Und, ähm, Poppy hatte das dann in Weiß an. Und dann sind wir weggerannt und dann musste Domenico uns hinterher rennen. Ja, das wäre ich auch. Ja, musste er auch. Ja, ich bin auch freiwillig hinterher gerannt. Ja, ich glaube, ist er auch freiwillig. Ja, verstehe ich. Aber wir sind dann in getrennte Richtungen gelaufen, deswegen fiel es ihm ein bisschen schwer. Ja. Kennst du den Film Grease? Grease? Mhm. Nee, sagt mir nix. Okay. Da kenne ich mal einen Film und dann kennst du den. Ja, ich darf ja auch mal was nicht kennen. Nee, das geht nicht. Wie alt ist der Film? Alt. Warum kennst du den dann? Weil ich den auf einem Flug gesehen hab. Geh hin. Geht's da um Hasen? Nein. Um Schnitzeljagd? Nein. Da geht's um Schmiere. Schmiere? Mhm. Ist das ein Mafia-Film? Nein. Da geht's um Autorennen und da geht's um Highschool und da geht's um Lederjacken und da geht's um... Ja, das war's eigentlich ziemlich. Okay. Und was wolltest du mir jetzt damit sagen? Ja, aber wenn du den nicht kennst, dann bringt das nichts. Kennst du Olivia Newton-John? Ja. In dem Film hat sie so was ähnliches an. Ja, dann muss ich ihn doch mal gucken. Mhm. Am Ende. Ja, dann muss ich zum Ende spulen. Mhm. Ah ja, ich hab mal bei Bennys angerufen heute. Und was hast du... Also warum? Ja, ich dachte wegen... Du weißt schon, hier, Farbe und so. Ach so, ja. Ja, ja, ja. Und? Ja, also ich hab gefragt, ob das grundsätzlich möglich wäre. Er war sich jetzt nicht sicher beim Surfer. Aber, ähm... Ja, also wir können aber vorbeikommen, wenn die halt offen haben und so. Ja, gerne. Ja, ich hab gemeint, ich würde dann mit einer Freundin hinkommen. Mhm. Sagt mir Bescheid wann und dann, ähm, nehm ich mir Zeit. Ja, gut. Gut. Ja. Ah ja, und ich hab übrigens noch was. Also ich hab nichts, aber ich hab was versucht zu bekommen. Oh. Ja, wegen Miles, ne? Mhm. Einen Blumentopf? Ja, den kriegt er auch noch irgendwann. Oder ein, so ein Zähler für die ganzen Miles, die er so zurücklegt. Entschuldigung. Uff. Das ist schlimm. Nee, nee, es ging doch wegen Halsband und Leine. Oh. Okay. Ja, und gestern, ich war ja dann da und ich war dann unterwegs oben im Norden. Das war schon nach 0 Uhr. Und dann ist mir das eingefallen und dann hab ich die State Park Ranger angerufen. Und was haben die gesagt? Ja, also ich hab erst mal gefragt, ob die was verkaufen. Und die hat dann so gemeint, ja, ja, so Angelzeug und was weiß ich, ne? Mhm. Und dann hab ich gemeint, ja, also ich hab da so einen Freund. Und ja, für den bräuchte ich vielleicht so ein Halsband und eine Leine. Mhm. Sie hat erst mal ein bisschen komisch reagiert und dann meinte sie, ne, für sowas. Das ist dann daran komisch. Ja, ich weiß auch nicht. Und dann hat sie gemeint, für sowas haben wir leider nichts da. Und dann hab ich das versucht, darauf weiter zu erklären. Und sie musste dann, glaub ich, sie fand's ganz komisch. Also ihre Reaktion war sehr interessant. Ich versteh nicht, was sie daran komisch fand. Ne, ich auch nicht. Und dann hat sie gemeint, ich soll doch mal beim Unicorn fragen. Aber da sind doch keine Tiere. Ja, aber wohl für solche, für solche, ne, Gelüste. Tierische Gelüste? Ja, oder so Kings. Irgendwie so Fetische. Ah, okay. Ja, und dann hab ich gemeint, ja, okay, wann haben die denn offen? Und dann meinte sie, ja, freitags. Und dann hab ich gemeint, ja, wir haben doch schon nach 0 Uhr. Ich versuch's mal. Ja, und dann hab ich beim Unicorn angerufen. Mhm. Ja, und überraschenderweise ist jemand rangegangen. Oh, okay. Ja, die hat mich dann erst mal so angestöhnt. Also, sie hat dann so, äh, Vanilla. Hast du auch zurückgestöhnt? Nein, hätte ich das machen sollen. Macht man das da? Ja, vielleicht. Hört zum guten Ton wahrscheinlich. Ja, dann hab ich das verkackt. Hm? Ja, sie hat dann gefragt, was ist. Und da hab ich gemeint, ja, ich brüch's so für einen Freund, Halsband und Leiner, ob die sowas haben. Das State Park hat mich zu denen verwiesen. Und dann meinte sie, oh, ja, ich verstehe, aber dafür haben wir leider nichts hier zum Verkauf. Also, sie hätten's ja auch schenken können, wenn sie's nicht verkaufen wollen. Ja, das dachte ich mir auch, aber die haben wohl auch eher sowas wie Peitschen und so. Ja, aber das nehmen wir auch. Ja, das wollen sie auch nicht rausgeben. Sie sollen uns ja nicht rausgeben, wir hätten's ja dann auch gekauft. Ja, aber das wollen sie nicht verkaufen, leider. Also, ich war dann auch sehr enttäuscht. Ja, wär ich auch. Und dann hat sie nur gemeint, ähm, also, wie das genau ist. Und da hab ich von Miles erzählt, äh, mit dem Miau und mit dem Wurf. Und da hat sie gemeint, ah, also sind schon Anzeichen zu sehen. Mhm. Dann hab ich gemeint, ja, ja, und deswegen, ja. Aber sie konnte mir da nicht weiterhelfen und hat mich dann quasi an die Polizei verwiesen. Und warum Polizei? Ja, weil die ja auch Leute festketten und so und deswegen hätten die vielleicht sowas. Hast du da angerufen? Nein. Ich fände, das wäre ein gerechtigter Grund. Ja, ich wollte das nicht über Telefon machen, sondern ich wollte eigentlich vorbeigehen. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ja, ich kam da nur nicht mehr dazu. Ich war dann von anderen Dingen abgelenkt. Wovon? Ja, ich war dann halt plötzlich im Dienst. Ach so. Ah ja, stimmt. Peter wollte auch noch mal gucken bei seinem Kumpel unterm Bett. Wovon sagt du? Ja, ich... Also er hat gemeint, sein Kumpel hätte so eine Kiste unterm Bett und da wären Sachen drin. Und da wäre vielleicht auch sowas. Warum hat er sowas unterm Bett? Ich... Ich will es gar nicht wissen, aber ich frage mal ganz kurz. Mhm, mach mal. Vielleicht geht er ja auch noch dran. Ich ziehe was Bequemes an. Oh, schade. Ha! Jo, Louis, was geht? Ja, hi, ich habe eine wichtige Frage. Ja, die wäre? Hast du bei deinem Kumpel unterm Bett geguckt in der Kiste? Wieso? Ach so, nee, wegen dem Halsband. Nee, noch nicht. Ja, oh nee. Aber, ähm... Der hat auch sowas, glaube ich, gar nicht da. Meinst du? Ja. Ja, bist du noch im Vanilla? Nee, ich bin jetzt gerade eben umgestiegen zum Alice. Haben die da Halsbänder? Halsbänder und Leinen? Äh, nicht so aus, nee. Ja, schade. Was machst du gerade Schönes? Ja, ich bin bei einer Bekannten zu Hause. Wie sie besagten, Anna? Kann sein. Ja, sie hatte gerade ein Häschen-Outfit an. Nur für dich, oder? Oder genau? Nee, sie hat mir gezeigt, was sie angezogen hat heute bei der Schnitzeljagd. Ah, ja. Ja, und das war wie so, wie in so einem Magazin, das heißt Playboy. Okay, ja, okay. Oh, was zum Teufel ist das? Ähm, warum hast du Schwimmflossen an? Weil die bequem sind. Die sind bequem? Ja, ich habe vielleicht wieder auch ein paar Neuigkeiten, was das angeht. Warst du zu Schwimmflossen? Wirst du Taucher? Nee, zu diesem anderen Thema, was wir da vor hatten. Nein, nein, Peter. Ach, du meinst Lilly? Ja. Ja. Ah, seid ihr jetzt zusammen? Was sind wir jetzt? So, knick-knack. Äh, ähm, naja, ich werde das jetzt gleich nochmal genau fragen, was das jetzt genau ist, aber es ist irgendwas, ja. Ja, das ging ja ganz gut, ne? Also, wenn ihr schon zusammen mit Unicorn seid, ne? Das war ja eher so, äh, wie in einem Bond-Girl-Abend. Ja, ich wollte eigentlich ja auch hin, aber mit, ja, es kam jemand dazwischen. Zufallig jemand, der dir gerade immer, nee, ist in Ordnung, ne? Ja, jetzt gerade liegt sie auf dem Boden und, äh, ja. Macht sie jetzt etwa den Unicorn bei dir zu Hause, oder was? Nee, also, sie liegt breit. Aber, mh, dann vergiss das. Na, dann, dann hau dich dazwischen, wenn sie breit liegt. Ja, übrigens, ich habe übrigens neue Klamotten. Hast du eine Wabble-Gammerhose? Nein, ich, äh, wirklich, heute war einer meiner teuersten Tage, die ich je hatte. Okay. Ich habe heute auf dem, ähm, Konto geguckt und es war die ganze Seite nur rote Zahlen. Okay. Ja, weil der ACLS hat halt ein bisschen gekostet und dann war ich noch im Aphrodonis ein bisschen shoppen. Ja. Ja, und da habe ich sie getroffen und sie hat sich auch, wie ich, eine rote Fliege gekauft. Na, da bahnt sich da was an. Das ist doch schön. Wieso, wir fahren hier Bahnen? Da bahnt sich etwas an, habe ich gesagt. Da könnte mehr draus werden, auf Deutsch. Oder auf Englisch. Also, ich kann kein Deutsch. Ja, mein Deutsch, Englisch. Oder amerikanisch, je nachdem. Alles in Ordnung bei dir? Ja, aber jetzt... Alles okay, das mache ich fast jeden Abend. Okay. Ja. Ja. Aber ich leg dir auch mal auf, weil ich muss glücklich an den Tresen, weil mein Essen ist fertig. Oh, was gibt's? Pancakes und Irish Coffee. Ja, für beide? Ja. Ja, dann ist ja gut, ne? Äh, muss ja sein, ne? Ja. Man lädt die Frau halt schon mal zu was ein. Ja, so muss es ja auch sein, ne? Gut, dann ist es später oder so. Vielleicht sind wir nicht später? Ja, ich bin wahrscheinlich dann gleich mal weg, weil... Es war... Es ist schon ein bisschen lang jetzt, heute. Okay, okay. Na dann... Ja, schön mit mir viel Erfolg und viel Spaß und sowas, was man da irgendwie macht. Und ja, ich werde mal dann auch nochmal weiter genießen, ne? Ja, euch auch. Viel Spaß, ne? Danke, ciao. Ciao, ciao. Und ist bequem? Ja, sehr. Kann ich sehr empfehlen. Leg dich ruhig daneben. Wir machen das oft. Eher? Der Boden hier ist ziemlich bequem und weich. Äh... Ich halte deinen Arm. Ich merke schon. Ja, ist schön. Oder? Super, ne? Ja, vor allem der Ventilator. Das ist das Beste an allem. Ich finde... Ich finde... Immer wenn ich so Ventilatoren sehe, dann muss ich die immer anschauen. Wird dir schlecht, wenn du zu lange hinguckst? Nein. Dir? Ja. Der dann guckt nicht hin. Aber das habe ich auch bei der Frau Lepage, die hat ja auch in ihrem Büro so einen Ventilator. Mhm. Und da muss ich auch immer drauf gucken. Jetzt, wo du es mir gesagt hast, werde ich es wahrscheinlich auch immer müssen. Ja, aber nicht, dass dir schlecht wird. Ich hoffe nicht. Aber wir sind tatsächlich, ähm... Häufig auch draußen. Weil... Ich bin ja wegen... Also, ich bin ja bei ihr wegen einer Sache, die eher draußen Probleme macht. Ja. Ja, ja, ich weiß schon. Deswegen sind wir draußen. Das sind eigentlich keine Ventilatoren. Nee, eher selten. Mhm. Ist das diese Bananenhose? Ja. Meine Lieblingshose. Schläfst du eigentlich auch mit diesen Schuhen? Also Flossen? Schlafen? Ja, das ist sowas, wo du dich ins Bett legst und dann machst du die Augen zu. Nenne ich nicht. Ich kenne nur... Ich mache die Augen zu und dann laufe ich durch die Wohnung. Äh... Schlafwandeln? Mhm. Solange du dich dadurch ausgeruht fühlst. Nein. Ja, dann... Dann... Ja... Ja, dann geh schlafen. Ja, aber ich kann mir das nicht aussuchen. Ich laufe dann nachts manchmal herum. Ja, solange du dir nicht wehtust. Mhm. Ja, dann ist doch gut. Aber ich tue einfach Sachen irgendwo, wo sie nicht hingehören. Ja, das, äh... Ja, okay. Finde ich eher witzig. Ich hab mal alle Wömer im Schrank verteilt. Meine Schwester fand das nicht so witzig. Wie viele? Alle. ganzen Schrank voll. Ja, wie geht's eigentlich? Harald Helmut? Oder Helmut Harald? Oder... Muss ich Ela fragen? Das weiß ich nicht. Hey, Murat? Ja, genau. Hast du schon sein neues Plätzchen gesehen? Nein, noch nicht. Aber ich muss gucken. Vielleicht hat sie ja auch nur gesagt, dass das so ist. Meinst du, den gibt's nicht mehr? Meinst du, sie hat den getötet? Ja, können ja sein. Du hast es im Angeln benutzt? Ja, wenn du den so lange schon nicht gesehen hast. Du musst das rausfinden. Helmut Harald. Peter hat auch so eine ähnliche Wohnung. Wer? Peter. Peter? Nein, Peter. Peter? Nein, Peter. P-P-Peter. Peter. Der Hasenohrmann. Peter, okay. Peter. Peter, okay. Nein. Okay, Dieter. Piet. Ach, egal. Ja, Dieter. Nein. Nein, P wie Paula. Was hat denn Paula jetzt damit zu tun? Peter. Dieter, ja. Ja. Ja, mit P. Dieter mit P. Ja, sowas wie Olli P. Dieter P. Also, nee. Dieter Olli P. Ja. Ja, also, der, der die Hasenohren nicht geben wollte. Dieter, okay. Egal. Dieter Olli P. Egal. Ah, mein Gesicht tut so weh vom Grinsen und Lachen die ganze Zeit, ne? Das ist furchtbar. Oh. Ja, alles wird gut. Solange du wild bist. Ich bin ein Bonzer, ich bin schräg. Oh. Ja, aber dann wirst du ja sehr alt. Was so? Ja, ich denke schon. Cool. Ja, Gott sei Dank. Umso länger habe ich was von dir. Gott. Das klingt nach Folter. Naja, für den einen so, für den anderen so, ne? Peter. 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 Pipi. Peter. Peter. Ja, also, der ist jetzt im Ellis und der hat gemeint, da gibt's auch keine Leinen und Halsbinde. Ich weiß nicht, ob man ihm vertrauen kann, er will seine Hasenohren nicht abgeben. Vielleicht stimmt das nicht, was er sagt. Und er will sie nur auch nicht abgeben. Ja, aber ich will die doch gar nicht. Ja, aber wir wollen die doch für, für Miles. Also, ich dachte, die Hasenohren. Nein, aber vielleicht will er die, also vielleicht hat er eine Leine und mit Halsband und will das nicht abgeben. Ja, vielleicht hat Miles ja auch schon welche. Das kann aber nicht sein. Warum nicht? Wenn wir den nicht bekommen, woher soll er sie bekommen? Ja, von zu Hause. Ja, der kommt ja aus Belgien, vielleicht haben die da sowas. Gibt's da nicht nur Schokolade? Ja, und, äh, ja, und irgendwelche Detektive. Und essen die da nicht so ganz komische Muscheln? Ja, gute Frage. Echte Muscheln? Mhm. Die zerbeißen so die harte Schale und schlucken die runter. Oh, crunchy. Mhm. Er kommt übrigens aus Lüttich. Bitte? Er kommt aus Lüttich. Kommt er? Ja. Ja, aus Lüttich. Also, komm, also, das will ich gar nicht wissen, aber er kehrt aus dem Urlaub zurück am Dienstag. Yoga, also. Aua. Ich wollte schon mal üben. Ja, gut, ne? Also, wir machen Yoga meistens nachmittags, ne? So ist das eher so eine Bewegung vor Abends gewesen, oder? Ich weiß nicht, aber, also, das ist so der Zeitraum, wann, wann wir das machen meistens. Achso. Aber ich sehe, du bist motiviert. Ja. Ja, definitiv. Peter. Peter. So wie Peter Alexander. Peter Alexander. Peter. Sag ich doch. Peter. Soll ich mein Handy wieder anmachen? Nein. Äh. Kommt drauf an. Dann tun dir die Ohren be. Ja, das ist richtig, ja. Siehst du? Aber ich habe etwas, das tun dir die Ohren nicht weh. Ja. Oh, dein Rücken, oder? Wieso? Ich lehne mich doch nur ein bisschen. Wehne mich doch. Cool. Ich lehne mich doch. Huuuuhh Okay Das ist auch mein Lieblingsgeräusch Ja Mhm Wer hat das gemacht? Peter Peter Griffin Ich glaube ich muss jetzt ins Bett Oh mein Kopf Oh Lebst du noch? Ja Wo hast du die her? Woher Woher habe ich was? Achso die Schuhe oder die Hose? Ne die Schuhe Die Schuhe habe ich auf dem Thrift Store Ja Ich hätte die jetzt eher in Bathurst erwartet Ja die also die hatten so einen kompletten Anzug zu verkaufen und aber ich hasse eigentlich Orange Also Orange ist Macht mich aggressiv Warum hast du die dann? Einfach weil ich sie lustig fand und weil ich damit leben kann wenn es nur ein bisschen Orange ist Ja Aber sonst macht es mich also es macht mich nur ein bisschen aggressiv Ja also Läufst du damit doch manchmal draußen? Bis jetzt noch nicht Ich habe noch keinen Anlass aber das werde ich bestimmt noch mal tun Ja aber da wird Autofahren das schwer Ja ich glaube auch Aber was ich damit kann äh Ähm Ja ich bin gespannt Du wirst dich auf freuen glaube ich Bestimmt Mhm Kennst du Chardas? Was für ein Arsch? Chardas Nein Das ist ungarischer Ein ungarischer Tanz Ein ungarischer Volkstanz Chardas Das kann ich damit tanzen Jetzt musst du dir nur noch Geigenmusik vorstellen Und so sieht das dann aus Alter Ja da fehlen mir die Worte Ja ich Für Befehl weißt du Ja das ist bestimmt nicht so leicht mit den Dingern Ja das ist auch Übungssache Ja das ist auch Übungssache Aber springen ist noch viel schwieriger Aber springen ist noch viel schwieriger Was tanzt du da? Ja ich tanze ganz gerne Schaffel Aber das lasse ich nur ganz selten aus mir raus Also damals im Zirkus kam das sehr gut an Mhm Ja kann ich verstehen Ja Manchmal wenn ich Wenn ich ganz Ganz Ja Brute Laune hab dann tanze ich auch so Warte ich muss mich im Moment Ja konzentrieren wie das nochmal ging Ich glaub so ging's Nee doch nicht Ja aber passt auch Nee aber auch nicht Warte Ich hab's gleich Nein ich hab's immer noch nicht verdammt Ja stimmt Ist auch falsch So So tanze ich dann Ja das fühl ich bei dir ja Wenn ich gute Laune hab Das geht nur sehr in die Beine Ja das kann ich mir vorstellen Mhm Ja sowas haben wir immer gemacht Wenn wir die ähm Zuschauer dazu bringen wollten Dass die mitmachen Für die Laola Welle und so So Ja genau Machst du ja schon ganz gut Ich bin ja Assistenzerin Ja stimmt Du lernst ja schnell Aber nur was sowas angeht sonst nicht Ich glaube langsam muss ich tatsächlich ins Bett Ja Sonst kann ich nicht sehr müde wenn ich meine Doku gucke Ja verstehe ich ja 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 Ich muss auch erstmal wieder entspannen Ja ich hoffe ich konnte äh Ja deine schlechte Laune äh Etwas verbessern Ja definitiv Das ist gut Ich baue jetzt erstmal eine Kiefermassage Okay Soll ich dir einen Termin bei der Babylodge machen? Nee Nee die kriege ich noch selber hin Oder soll es eher medizinisch sein und du Nee also Nee ich nehme einfach die Würmer Die armen Würmer Nee ich setze die nur auf meine Backen drauf und dann Lass ich die da Doch du nimmst die in den Mund Nein warum sollte ich die in den Mund nehmen? Weil dir der Kiefer weht Der tut ja an den Seiten weh oft an den Backen weißt du ja die Steckst du die so wie so ein Eichhörnchen Nüsse steckst du die dann so in die Backen rein Ja aber ich behalte die nicht so lange drin Und dann laufe ich so rum Wodurch die nur rein Dann mal und Phantom Nein ich nehme die nicht in den Mund Ich glaube das ist das Geringste wo du dir Sorgen drum machen musst Nehmen die dich in den Mund? Ich hoffe nicht Und wenn doch dann nehme ich das in die nächste Zirkusnummer das ist echt krass Nicht eigentlich Wir müssen demnächst mal den Zirkus planen Ja wohl immer mal langsam mit den jungen Pferden hier Aber wir haben ja jetzt schon eine Attraktion die Würmer Ja und du wolltest mir noch die Kuh zeigen Welche Kuh? Ja du hast von dieser Kuh geredet die nach hinten tritt und dich anpinkeln kann Achso Ist das eigentlich Bertha die Kuh? Nein Bertha ist glaube ich bei der Union Grand Farm Achso ich Konkurrenz Das ist okay Achso ja Konkurrenz Ich habe ja Geld bekommen 1000 Dollar Von Bertha? Mhm Nein von meiner Chefin Und deswegen ist das okay Weil Ja die sind nett ich arbeite da gerne Ja also ich habe kein Geld gekriegt Dann musst du da auch arbeiten Achso Ja ich dachte das wäre so Charity Nein Nein Also Das Geld glaube ich das war Freiwillig aber Also es hätte sie nicht gemusst glaube ich Ja gut ähm ja Wir sollten schlafen Also wir sollten ins Bett gehen Also wir sollten ähm Ja War von denn ja Ja wir sollten Also ich gehe jetzt nach Hause Also ne Soll ich dich noch zum Auto bringen? Ja das ist ja auch so weit weg Ja okay Ja okay Kannst du überhaupt die Treppen laufen mit den Dingern? Mhm Man muss nur große Schritte machen dann geht das Ja Ja das ist schön geworden Und da fehlen noch ein paar Ich glaube da müssen mehr hin Oh er steht noch da Mhm Eigentlich voll viele Parkplätze hier Vor allem ist das praktisch Dass mein Auto so klein ist Ja das stimmt Das passt da sehr gut hin Mhm Wobei es nicht mein Auto ist aber okay Ja richtig Und noch nicht mal heile Ja Ich muss das reparieren lassen Aber ich habe irgendwie keine Lust gehabt Und ich werde es tun ja Ich brauche ja Licht abends und so Äh Bist du heute unterwegs? Heute Abend? Ja wahrscheinlich Heute Abend irgendwann Aber relativ spät Die Doku geht sehr lange weißt du Nein Kennst du die Titanen des Erdreichs? Nein Auch eine sehr interessante Doku Titanen des Erdreichs Schreib es dir auf Warte Habe ich aufgeschrieben? Sehr gut Hast du eigentlich den Hasenführerschein? Nein Brauche ich den? Keine Ahnung Kann ja sein Hast du einen? Brauche ich den? Mhm Warum? Weil es der Hasenkönig so will Gut dass du so geantwortet hast Warum? Aber nur so Ich habe schon wieder Ja egal Gedanken und so Okay Ähm ja Ich sollte mal los ne? Ja Bist du Queen gewesen? Mhm Gut Gut Ja ja dann geh ich mal ne? We are the champions Okay Ja ich seh dich ganz gut Du bist Dieter von mir Ähm Dieter? Mhm Dieter Ja Ja Tschüss Also ja ich weiß übrigens nicht wann ich heute dann da bin Achso ja du kannst ja mal schreiben wenn du unterwegs bist Ja weil Ja also Falls und wenn und überhaupt Ja so wenn dann wird es auch bei mir spät wenn nicht sogar erst irgendwann Mitternacht Hast du auch eine guckst du auch eine Loco? Ja so in etwa aber das sind so da geht es um ja um so Menschen die sich verkleiden und versuchen dann zu singen Oh Ja und dann muss man raten was das so für Menschen sind Achso Menschen die sich verkleiden Ja aber was für Menschen? Menschen die sich verkleiden Ja aber was für Menschen? Lieter vielleicht? Nee das glaube ich nicht Ich überlege gerade wer da schon mal dabei war Köln mit der Frosch zum Beispiel Meils? Nein Meils Meils auch nicht Snoopy? Das ist eine gute Frage das weiß ich nicht ich kenne ihn nicht so gut Der Pinky und der Brain Der Pinky und der Brain 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 Ja in einem Versuchsdabor da ist es geschehen Mhm Ja Was denn? Ich glaube ich gehe im Schlaf Ja Ist besser Ja dann schlaf gut ne? Ja du auch Tschau tschau Tschüss Ja 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 Ja. Gottes Willen, ey. Was ist hier schon wieder los, ne? Ja, geht mal weg hier. Scheiß Mülltonnen. Ja. Jetzt die scheiß Tür offen, Junge. Mach die Fahrradtür zu. Oh. Oh, Mann. Schnell nach Hause. Ich bin fertig mit den Nerven. Im positiven Sinne, ne? Abgesehen von den Kopfschmerzen. Die sind echt scheiße. Boah. Alter. Also. Das mit dem erotischen Obstsalat, das war echt widerlich. Also. Eigentlich nicht, aber so. Als Satz. Hab ich mich geschämt. Wie kann man sowas sagen? Boah, nee. Igitt. Vor allem Louis. Louis, wie kannst du's wagen? Du bist nicht gut im Flirten. Lass das. Also, ich glaub, das war auch nicht so gut. Ich weiß nicht. Ich glaub nicht, dass das ein guter Flirt war. Das ist ein bisschen schm... Ja. Das ist, äh, ja. Ich hab keine Worte, ehrlich gesagt, dafür. Das ist alles ganz komisch. Einfach nur nach Hause. Heilige. Ist eigentlich noch irgendjemand? Das hat mich auch gewundert. Das Stoppschild hier verstehe ich nicht, weil hier einfach nichts, äh, im Wege steht eigentlich. Boah. Heilige Kacke. Aber das war genug. Ich bin echt gerädert. Jetzt bitte noch heile nach Hause ankommen. Nicht schon wieder das Auto vernichten. Finde ich jetzt nicht so schön. Einmal hat gereicht gestern. Bitte nicht mehr. Boah, Junge. Warum fahr ich eigentlich immer hier durch? Das ist richtig dumm. Ich komm auch noch mal an der RON-Tankstelle vorbei. Sehr schön. Dann kann ich da grad nochmal tanken. Weil wir ja noch nicht genug Geld ausgegeben haben heute, ne? Boah, Junge. Huch. Oh. Das war falsch. Boah, ich hab so Kopfschmerzen, ne? Das war, das war heute einfach zu viel auch. Ich war jetzt über neun Stunden. Ich glaub sogar schon zehn Stunden mittlerweile. Was eigentlich gar nicht so gedacht war. Ach, Mist. Jetzt hab ich... Das ess ich. Das zieh ich jetzt einfach mal drüber. Zack. Ja, das ist wunderschön so. Pfff. Nein. So kann ich jetzt auch noch kurz nach Hause laufen. Oh, ich brauch dringend irgendwas, was ich darunter anziehen kann, ne? Ich hoffe, mich sieht jetzt keiner so. Da ist er jetzt nur... Um nach Hause zu kommen. Allihopp. Boah, Junge. Junge, 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 Junge. So, Wasser. Mango. Honig. Avocado-Brötchen. Wobei, ich kann die hier drin lassen. Boah, Junge, Junge. Darauf erst mal ein Wein. Boah. Boah. Ja, den Blazer. Den lass ich erst mal dann noch hier drin, ne? Das Ding, das muss ich mal wegbringen. Ähm. Boah, den Rest, den kann ich eigentlich so auch erst mal lassen, ne? Kann man ja noch mal... Weil, die Hose, die könnten wir noch mal wechseln erst mal. Hm. Das wird dann... Boah. Und... Jochen. Ja, komm, machen wir das doch mal so. Wer schreibt mir denn jetzt noch? Wer schreibt mir denn jetzt? Boah. Es ist doch so warm, ne? Und ich habe so Hunger. Es ist schon wieder jetzt über zwölf Stunden her, dass ich was gegessen habe. Und getrunken habe ich auch so wenig. Wirklich, ich sitze hier seit dem Anfang vom LP, wo ich ja noch meinen Kakao getrunken habe. Den habe ich leer und beim Wasser habe ich nicht mal ein Viertel getrunken. Furchtbar. Junge, Junge. So, das war's für heute. Alter, Finne. Ich bin gerädert. Ich bin platt wie ein Flunder. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin. Tüdel.